Hier, David Wood, Gordon Logic, die haben ganz Pickers Corner auseinandergenommen. Heftig, ne? Klaus, der war so stark. Ja, ich hab das geguckt, ich wollte dir mal das empfehlen. Das kannst du vielleicht auch hier laufen lassen für die Leute, damit Klaus ein bisschen Werbung bekommt. Ja, Gottes Segen, danke. Vielen Dank, Amir, danke. Ciao, ciao. Hammer, der Klaus ist da hingegangen. Wahnsinn, ne? Ja, der Klaus hat natürlich einen, einer der stärksten, brutalsten Islam-Demolierungskanäle auf YouTube, die es überhaupt gibt, im deutschsprachigen Raum. Das ist schon heftig, wie viele Videos da hat und alles. Hallo. Hallo, mein Lieber. Kommst du, denkst du dich und deine Familie? So, denkst du dich und deine Familie. Danke. Was kann ich für dich tun? Lass mich damals in diesen Videos von ABK und so. Was willst du? Lass mich damals in diesen Videos von ABK und so. Ja, genau, richtig. Und bist du immer noch bei Lidl? Bei Lidl? Bei Lidl? Ich war noch niemals bei Lidl. Ich war bei Lidl. Bei Lidl? Bei Lidl. Bei Lidl. Kennst du diese Lidl-Maus? Da war ich. Lidl bei dir rein? Lidl. Lidl immer bei dir in dein Kopf da oben. Hallo. Hallo, mein Lieber. Hallo, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Wünsche ich dir auch. Was ich dich so fragen wollte. Weil ich habe ja sehr viel von dir gelernt. Ich bin selber auch Christ. Ah, okay. Finden Sie das? Und ich diskutiere immer mit den Muslimen. Gibt es irgendwie, dass ich eine Telefonnummer von Ihnen bekommen könnte, dass ich ihn mal anrufen kann? Weil der Sohn in der Qualität meiner Tochter und meiner Ex-Frau was untersuchen kann. Wenn man es mag, es sieht, wenn man ihm die Wahrheit macht. Dann bitte bitte nicht durch die anderen reden. Dein Moment, ich mach mal das Ding aus. So. Ja, jetzt dann nochmal, mein Bruder. Wenn man mit den Muslimen immer diskutiert, man kommt mit denen nie auf einen Punkt, wenn man denen die Wahrheit sagt und ihr eigenes Buch aufschlägt und sagt, schau mal das und das an. Dann bitten sie immer eine Ausrede. Und sagen immer, ja, eure Schriften seien verfälscht und sonst was. Hey, vor 600 Jahren stand es schon drauf. Wenn ein Engel sogar vom Himmel kommt und was anderes predige als ich, das einfach Blut oder das mit der Autora, dass Mohammed Gift genommen hat und daran stirbt und so. Besteht doch auch wieder ein Koran drinnen oder nicht? Ja, in 2.69, Vers 44, ja. Wahnsinn! Und ich weiß nicht, checken die das nicht oder sehen die das nicht? Die wollen es nicht. Das ist das Herz, dass es nicht zulässt. Die wollen im Islam drinnen bleiben. Wir müssen also nur die Menschen erreichen, die wirklich offen sind dafür. Ja, und dann frage ich die immer, ja, wenn ihr unbedingt einen Kalifat und alles so wollt, geht's ja nicht in solche Länder drinnen, dann wird's hier die Ersten. Ja, weil dieses Land viel, viel heftiger ist, wenn man das islamisiert. Was wollen die denn mit so Pakistan oder Afghanistan oder so, da gibt's doch gar nichts. Hier in Deutschland ist natürlich ein Traum für sie, ne? Ja, und ich finde es richtig cool, dass du richtig deine Meinung äußerst und ehrlich dich so widerlegst, dass die so blühtend sind und rausgehen und die sind so mit Hass befüllt immer. Also ich bin ehrlich, ich hab jetzt seit vier Jahren so richtig Jesus Christus angenommen, wo ich auch die Bibel durchlese und hab so viermal die Bibel durchgelöst und alles drum und dran. Und ich sag dir ehrlich, es kam auch irgendwie durch dich, weil ich hab mir direkt immer angeschaut und hab mir gesagt, wow, schau mal an. Dieser Mann war mal ein Moslem, der hat das profetiert und er glaubt und jedes Mal geht er live und zeigt sein Gesicht und widerlegt das alles und was für ein cooler Typ. Und ich kann's ehrlich, es kommt mir schon vor, dass du wie schon ein Prophet bist für die Generation hier, dass du denen die Augen aufmachst. Und dafür sag ich einfach nur Respekt, weil du versuchst sogar, im Moslem, wo schlecht sie zu dir sind, beliebtest du und versuchst, dich auf den richtigen Fahrzeug zu bringen. Das finde ich sowas von cool und richtig korrekt von dir. Und hoffentlich check me this irgendwann mal. Danke, dass du mich ehrlich mal reingenommen hast. Cool. Amen. Amen. Ja, okay, das war alles. Gott liebe dich auch. Danke, mein Bruder. Mach's gut, Sonny. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Dann passt es ja. Oh Mann, es ist echt so ein Theater immer. Ähm, also, was wollte ich sagen? Wenn du den Namen Allah aussprichst, kannst du dabei einatmen? Allah? Ja, wenn du den Namen Allah aussprichst, richtig aussprichst, atmet man dabei ein? Nein, ne? Aber bei dem Namen Yahweh schon, ne? Ganz genau, da atmest du ein und aus. Und das heißt erster und letzter Atemzug. Und jetzt gibt's noch was anderes. Ja. Wenn Allah unser Schöpfer wäre, würde er sich dann in unserer DNA verewigen? Bestimmt, oder? Bestimmt, ja. Ja, und du findest in der DNA sogenannte Schwefelbrücken. Und wenn man die Schwefelbrücken abzählt und diese Abzählung ins hebräische Alphabet überträgt, weil diese Abzählung ist immer identisch. Das heißt eine bestimmte Anzahl, eine bestimmte Anzahl und so weiter und so weiter bis eine, bis es eine gewisse Menge zusammen gibt und dann wieder von vorne. Ja. Das ist Jahweh, J-He-Wafi. Ja genau, J-H-W-H. J-H-W-H steht, ist in unserer DNA unterlegt, mithilfe von Schwefelbrücken. Ist das nicht ein Hammer? Ja, da kann doch Allah suchen, da kann doch jeder sagen, Allah ist was weiß ich was, aber eh. Wie viele Beweise wollen die Menschen denn noch, wie viele Beweise wollen die Menschen denn noch? Weil sie blind sind, die Wahrheit wollen sie nicht wahrhaben, so wie es in der Bibel steht. Und das ist das. Ich hab nix anderes. Okay. Deswegen weich ich auch immer wieder aus. Alles gut, das wollte ich noch sagen, weil das ist doch wichtig. Alles Gute. Mach weiter so. Ciao. Okay, ciao. Was ist denn jetzt schon wieder, Marc? Was denn jetzt schon wieder ist, ist ja so, als ob wir Nachbarn wären, halt an die Tür klopfen. Ja, was ist denn jetzt? Brauchst du? Ja, nein. Brauchst du? Nein. Ich hab nur darüber meine Äußerungen gemacht, dass wenn man Menschen überzeugt von seiner Religion, aber was anderes ist, als wenn man Menschen mit dem Finger auf anderen zeigt und sagt, die Muslime sind die Bösen und wir sind die Guten und sowas würde Jesus nicht machen. Ja, aber der hat zu den Pharisäern gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Bruder. Bruder, willst du mir sagen, ich bin ein Satanist oder was? Ja, alle, die nicht den Herrn anbeten, sind Satanisten. Bruder. Bruder, Amir, du wirst ja immer schlimmer. Jetzt mich gerade veräppeln, ich muss doch zur Wahrheit stehen, zu meinem Herrn Jesus. Bruder, du kannst doch nicht ein ganzes Volk oder beziehungsweise alle Menschen als Satanisten jetzt bezeichnen. Nein, ich bezeichne sie nicht als Satanisten, aber alle außerhalb der Anbetung Jesu Christi ist nicht Gott, sondern Götzen. Also sind Juden und Muslime sind für dich Götzendiener? Ja, natürlich. Gibt euch das, Mann, ey. Ja, was? Du rennst, du rennst nach Mekka, die Leute rennen nach Mekka, umrunden einen schwarzen Riesenstein, laufen dorthin und küssen ihn und denken, dass dieser Stein ihre Sünden absaugen kann. Amir, du bist ein rechtsextremer Christ, ja, und Jesus würde dich abstoßen? Ist so. Amir, merkt ihr das? Merkt ihr das, Amir? Du bist rechtsextremer Christ. Ja, lacht alle Leute, lacht, lacht alle Leute. Ihr könnt alle lachen, so wie ihr wollt. Wie sonst wie auch immer. Hast du, ja. Ich bin schon wieder recht. Das ist einfach unfassbar. Einfach unfassbar. Einfach unfassbar. Das kann nicht mehr wahr sein. Aber ist auch jetzt egal. Das kann zwar nicht mehr sein, mein Lieber. Das kann es nicht mehr sein. Ist auch jetzt egal. Was ist denn da bloß los mit dir? Na? Ist auch jetzt egal an mir. Du bist ein rechtsextremer Kurde bist du. Ja, ich bin auch. Nein, bin ich nicht. War! War! Danke. Danke. Aber ist auch jetzt egal. Leute, ihr müsst selber wissen, was ihr für richtig seid. Jesus würde sowas nicht für gut tun, was Amir macht. Punkt. Ja, klar. Ich bitte danke, dass du da gemacht hast. Gott sei Dank. Bitte schön. Ja. Was für ein Durchfall. Richtig. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Willst du wieder rumtrollen, ne? Schau mal, schau mal. Ex-Muslim. Wir wissen ganz genau, wo du dich gerade befindest. Mach dich nicht über uns rein. Glaub nicht los. Ja, Kufar. Lach nicht. Wir wissen genau, wo dein Haus ist. Schau mal, schau mal. Wir Muslime, wir haben dich in eine schwarze Liste gepackt. Bei Allah. Bei Allah. Wir werden dich finden. Ja. Wir werden dich finden. Du wirst für Allah stehen. Du wirst für Allah stehen. Du wirst für Allah stehen. Für Allah stehen. Für Allah stehen. Für Allah stehen. Wallah schimp dich bisschen. Wallah schimp dich bisschen. Ja. Alles was du erzählst. Da kommt dein Bruder. Guck mal. Egal was du erzählst, du machst alles falsch. Du erklärst alles falsch. Muslime, wir sind eigentlich friedlich. Ja, genau. Friedlich. Wir haben noch nie irgendwas Schlechtes getan. Noch nie. Noch nie. Noch nie. Es gibt keine einzige Quelle, die beschreibt, dass wir Muslime was Schlechtes getan haben. Keine einzige. Ihr seid die friedlichste Glaubensgemeinschaft der Welt. Ich weiß das doch. Beispiel Daesh, wir sind nicht Muslime. Daesh sind nicht Muslime. Das sind Kuffar. Ja, nur du bist der Muslim. Richtig. Wallah, ich bin der wahrhaftige Muslim. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ich bin auch ein Moschee-Mitglied. Und jeden Tag. Ich bin ein Moschee-Mitglied. 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 Bei Allah. Ah, okay. Komm mal, besuch uns bei der Moschee. Was? Wir erklären dir den ganzen Koran richtig. Dann wirst du auch Muslim. Ich bin ein Moschee-Mitglied. Woher? Ja. Guck mal, du machst dich lustig über Kamelurin. Aber woher wußt Mohamed, sallallahu alaihi wassallam, dass Kamelurin gesund ist? Ja, er hat das natürlich gewusst, weil Allah ihm das gesagt hat. Weil Jibril da kam. Er hat gesagt, Kamelurin. Ja, wo, warum machst du dich denn darüber lustig? Hä? Warum machst du dich über unsere Sachen lustig? warum ich mich über deine sache lustig machen unsere sachen ja ja und diese kinder er ist ist erlaubt aber wenn die reif genug ist du sagst man darf jeder alter okay ich habe keine nerve sondern sind rebecca arnold schwarze rebecca ja ich bringe kamen und ich mache viel 200 total trink ich alle kamen denn ich bin ich bin super rebecca ich bin super rebecca ich bin super rebecca ich schaffe es als dreijährige Familie zu trinken und Resaktion zu führen ich habe den ganzen Tag nur Resaktion zu führen und ich schaff das als dreijährige haben wir besser waren schriebe ich wurde behaupten ich wäre drei jahre und sie denken dass ich viele kamele getränkt habe ich ziehe meinen anzug an und lauf zum brunnen ja ich ziehe meinen anzug an und lauf zum brunnen macht bloß den krach aus jetzt nervt er mich schon wieder das kann doch nicht wahr sein Leute Leute habt ihr eins gemerkt Leute habt ihr eins gemerkt da kommt er wieder und will wieder reden es reicht jetzt die leute haben die schnauze voll von dir die reicht kamelurin ist für heute gut morgen wieder morgen gibt es wieder ganz wieder kamelurin aber für heute habe ich die schnauze voll von deinem urin ne du weißt doch dass kamele das was sie essen und in ihrem fleisch und so weiter ablagern beziehungsweise wieder auswinkeln ne ja natürlich giftstoffe sicher schwitzen doch glaube ich gar nicht wir sind ja auch bei uns auf der Liste dass man sie nicht essen kann durch den urin transportieren wir doch unsere giftstoffe raus ja eben dann muss doch gerade wenn viel überhaupt nicht schwitzen muss das doch gerade besonders wichtig sein aber im Koran steht glaube ich auch drin man darf ja alle Meeresfrüchte essen ja die Muslime es gibt sogar eine Fatwa worüber die diskutieren ob man Meerjungfrauen essen darf und ne ja ja so wie die Fatwa 77718 mit den Babys ne ja genau sehr gut die ja auch ähnliches aber da geht es ja nicht ums essen sondern um andere Dinge ähm was ich dazu sagen wollte was ist eigentlich mit dem Kugelfisch warum essen die Leute die in den Islam glauben im Allah glauben nicht einfach in vollem Glauben auch Kugelfische ja der Allah hat vergessen die zu wahren dass man Kugelfisch durch einen japanischen Samurai-Kämpfer filetieren sollte anstatt ihn direkt zu braten und zu essen ja aber wenn ich doch den Allah traue und dem Mohammed dann muss ich doch auch Kugelfisch essen können ja das hätte man machen sollen aber aber das ist ja kein Problem ist ja kein Problem ist ja kein Problem der Mohammed hat ja gesagt jede Krankheit wird durch Schwarzkümmelöl äh genießt sein außer der Tod alles kannst du schön äh hier sag mal alle Krankheiten werden geheilt durch Schwarzkümmelöl außer der Tod also wenn zum Beispiel du Kugelfisch isst dann kannst du direkt Schwarzkümmelöl hinterher trinken dann wirst du gesund dann rutscht das gleich alles durch ja dann rutscht das besser durch genau Wahnsinn ne Wahnsinn was für ein verrückter Scheiß okay mein Lieber das war's ich wollte es nur weitergeben sehr gut gemacht tschau danke dir Dicki tschau 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 ich zieh mein Anzug karmische Weisheiten so wertvoll so wertvoll wie das flüssige Gold der Prophet Muhammad wusste es oh ja wusste es nimm noch einen Schluck von Kamelurin ja Kamelurin ist so gut und gesund echt und trinkt Kamelurin ja Kamelurin es triecht aus deinem Mund das flüssige Gold denn ich wurde nur getrunken von Tumpe Mohammed Sahih was für ein tolles Bild ich weiß Sommerhit Sahih Al Bukari 5686 das ist ein Single Gold so wertvoll so fernvoll so fernvoll so fernvoll so fernvoll wie geht's denn gut geht's mir Gott segne dich und deine Familie Ich hab nur eine Frage und zwar es gibt zum Marcel krass ist da noch ein Selfie oder wollte ich schon gestern schon fragen ich hab drin noch keine Zeit nee der ist kein Selfie der ist jetzt irgendwas anderes was ist er denn? weiß es nicht ich weiß es nicht Da kommen die Stars wieder. Echt? Der gehört auch zu den Sarai Fikun. Nee, nee, der gehört zu den Stars Stellen. Weil der hat immer noch mit dir Vogel und du weißt schon, den anderen Leuten bei Abgang. Der will auf jeden Fall einer Rechtsschule folgen, also der ist so ein Nachfolger einer Rechtsschule. Weil ich guck mir immer deinen alten Livestreams an. Jetzt hab ich mich gestern 15.5 angeguckt. Da hast du das krasse Video von denen reagiert. Da meinte der, alles was ich davor gesagt hab, ist alles falsch. Weißt du? Okay. Roman. Alles klar an mir. Alles klar an mir. Hallo, wer ist da? Hallo, Grüße an alle. Grüße an alle. Grüße an alle. Ex-Muslim. Warum bist du Ex-Muslim? Das wäre meine Frage. Was hast du da gelesen oder was? Warum? Ich verstehe nicht. Du musst klar. Jetzt besser. Ja, jetzt besser. Warum bist du ausgetreten? Warum bist du ein Ex-Muslim? Das wollen viele wissen. Ich schau. Ich hab mir dann den Koran durchgelesen, da hab ich mir die Hadisse durchgelesen und da hab ich mir auch das Leben von Mohammed betrachtet und hab gedacht, dieser Mann war niemals ein Prophet. Und da steht die Religion, Allah ist nicht die Religion Gottes und Allah ist überhaupt nicht Gott. Ja. Das beste Beispiel ist ja in Sura 18, Vers 86, wo der Autor des Korans behauptet, dass der Alexander der Große so weit gereist ist, dass er einen Platz gefunden hat, in dem die Sonne in einem schlammigen Wasser runtergeht. Ja, wundervoll. Und diese ganzen Geschichten sind aus syrischen Legenden. Der Koran hat also nichts Göttliches, gar nichts. Das ist einfach ein Buch, das ins Leben gerufen worden ist. Also eine Streitschrift gegenüber Juden, Christen und alle Andersgläubigen. Gepaart mit Legenden, Lügen, Verdrehungen der Tatsachen und so weiter und so fort. Hast du das gemacht? Ja, ich hab das gemacht. Das wollen aber auch viele wissen, warum du da ausgetreten bist. Also bei dir, du hast da quasi Fehler im Koran oder was gefunden, was dir da nicht gefällt. Ja, von den Fehlern, ganz abgesehen, ich mein der gesamte Koran, wenn du den mal betrachtest, wirst du merken, dass das nicht von Gott kommt, sondern von einem Mensch, der einfach chaotisch da drin hat, die ganzen Verse reingepackt hat. Das ist das. Man wird wichtig merken, dass man es nicht im Moment der Taten irgendwie Gottes Legitimation zu nehmen, um an gewisse Dinge ranzukommen. und das beste Beispiel ist ja auch in Zure 33. Ja, bitte. Ich hab gesagt, das beste Beispiel ist ja auch in Zure 33. Ich hab gesagt, das beste Beispiel ist ja auch in Zure 33. Vers 50. Wo der Gott des Islams, wo der Gott des Islams dem Mohamed erlaubt, mit so vielen Frauen zu schlafen, vorausgesetzt, dass er es möchte. Kannst du dir nochmal sagen, weil du kennst dich damit aus, der erste Koran, ne? Hab ich gehört, da wurde von dem Verfasser verbrannt. Stimmt das? Ja, der Abu Bakr. Der Abu Bakr hat als erstes angefangen, den Koran zu sammeln. Und er hat einige Leute dazu beauftragt, den Koran Stückchen für Stückchen zu sammeln. Weil der Koran war ja noch nicht in einem fertigen Buch. Der Mohamed ist gestorben und er hat kein Koran hinterlassen. Und er hat Abu Bakr einfach die Aufgabe übernommen, den Koran einfach zu sammeln von Leuten, die den auswendig kannten, was auf den Palmenblättern stand, auf Stücken, Steinen und so weiter und so fort. Und dann haben die dann erste Koranversion haben die dort gehabt. Und das Ganze ist dann durch die Hände von Omar gegangen, dem zweiten Kalif. Und dann an Usman, dem dritten Kalif. Er, dann sind verschiedene Kopien versendet worden in verschiedene Provinzen der arabischen Halbinsel. Und die in Irak und die in Syrien hatten ganz verschiedene Koranversionen in den Händen. Und sie haben sich beschuldigt, gegenseitig den Koran zu verfälschen. Weil keiner mehr wusste, wer jetzt wahrhaftig den Koran hat. Und dann hat Usman, der Haft sah Bescheid, gesagt, dass sie alle Manuskripte einsammeln sollen, was in Irak und Syrien war. Und hat dann alle verbrennen lassen. Und hat dann seine eigene Version mit seinen eigenen vier Koranrezitatoren und diejenigen, die den Koran auswendig kannten, vier eigene gewählt, um den Koran nochmal komplett neu zu schreiben. Und heutzutage haben wir noch nichtmals mehr den Koran von Usman, den die Muslime in der Hand haben. Und das sagt uns eben Al-Jazari, ein großer Gelehrter des Islams. Er sagt, das, was wir in unserer Hand haben, ist nicht der Usmanische Koran. Und das wird bestätigt von Muslimen, die das sagen. Das werde ich auch demnächst raushauen. Wow, diese Argumente sind wirklich für mich beklagbar. Ehrlich. Wow. Ja, das ist heftig. Das ist sehr, sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Okay, vielen Dank. Dann hast du mir meine Frage beantwortet. Gottes Segen noch mal Nadeln. Dann bin ich raus. Hast du eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen? Ja, ich bin Christ geboren. Hast du deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus bereut? Ja. Okay, mein Lieber. Bist du also von neuem geboren, mein Lieber? Ich bin als Christ geboren. Nein, ich meine, bist du von neuem geboren, so wie der Herr Jesus Christus das sagt in Johannes 3, Vers 8. Ja, ich bin auch getauft. Nein, das meine ich auch nicht, oh Mann. Der Herr Jesus Christus verlangt von uns, ist, dass wir eines Tages in unserem Leben eine aufrichtige Entscheidung für ihn treffen müssen. Es bringt also nichts, in einer christlichen Familie geboren zu sein oder so ein bisschen hier und da mal von Jesus zu reden oder von Jesus irgendwie gehört zu haben oder was auch immer. Nein. Es ist an der Zeit, dass du dich in dein Kämmerlein einsperrst oder beziehungsweise einschließt und auf die Knie gehst und den Herrn Jesus Christus in deinem Herz aufgibst. Das heißt, du gehst ins Gebet und sprichst zu ihm und bereust deine gesamte Schuld vor ihm. Das mache ich mein Leben lang schon. Ja, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du wirklich ihn angenommen hast und hast deine Schuld vor ihm bereut und hast gesagt, Herr Jesus Christus, ich komme mit all meiner Schuld heute zu dir. Bei meiner Taufe, ja. Bei deiner Taufe? Ja, bei meiner Taufe. Ich habe vieles gespürt, direkt Gottes Segen, Gottes Hände habe ich gespürt. Wann hast du dich denn tauchen lassen? Das ist schon länger her. Das war ich noch sehr jung. Also ich war so 16 oder 17 Jahre alt. Okay, also hast du eine bewusste Entscheidung für Christus getroffen, ne? Ja, und ich habe ihn auch gespürt, den Heiligen Geist, alles. Das hat sie nicht spürt. Ja, für deinen Namen. Für deinen Namen. Jesus Christus. Mein Herz. Amen. Hier ist man bei mir. Amen. Okay, doch, Palaz, den Livestream. Viel Spaß noch. Okay, ciao. Mach's gut. Hallo, Dr. Amir. Hallo, mein lieber Gott. Segen mich und deine Familie. Ich auch und deine Familie auch. Ich freue mich für dich, dass du so Gottes Wort verkündigst und wirklich davor, wo dieser eine, der gesagt hat, ich bin Kurde, da wo du kurz Pause gegangen bist, der hat gesagt, Jesus ist nicht Gott und was weiß ich. Wir können für solche beten, dass die Ohren und Auge geöffnet werden. Ja. Weil die sind wirklich in Finsternis. Ja, das ist traurig. Traurig, aber richtig traurig. Die glauben nicht, dass die ewige Verdammnis gibt. Wenn die wirklich glauben, dass die ewige Verdammnis gibt, die werden alles zu Jesus bekehren. Wenn Gott ihnen das so zeigen würde, natürlich würden sie alle zu Jesus rennen. Aber wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Deswegen lässt der Herr Jesus bis zu jedem die Wahl. Ob er an ihn glauben möchte oder nicht. Der Herr Jesus zwingt niemanden. Herr Gentleman, er lässt Menschen großzügig, also frei. Jeder soll frei entscheiden, an ihm glauben. Aber trotzdem muss man für alle Muslime oder andere Leute glauben, dass die wahre Glaube begegnen, wahre Jesus begegnen und dass die nicht in Verdammnis gehen. Das ist unser christlicher Wunsch. Amen, Amen. Ich sage Gott segne dich, deine Familie, Bruder. Gott segne dich auch, deine Familie. Ich bin ein Christ aus der Türkei, aber seit mehreren Jahren bin ich neu geboren und ich hoffe, dass der Vater keine Macht über uns hat und über Christen, die wahre Glaube angenommen haben, dass Satan keine Macht hat über uns. Amen, Amen. In Gottes Segen, Bruder Amir und dein Bruder Rezan, Gottes Segen und die ganze Familie. Dankeschön bei dir auch. Möge der Herr Jesus und deine Familie segnen. Ja, dich auch. Schönen Tag. Ja, ja. Ja, siehst du, der Geist, was für ein liebevoller Geist und dann auch der andere Geist der Muslime. Dieser Vergleich ist heftig, ne? Man sieht der Geist, wie er die Menschen leidet, lenkt und dann, oh, Dankeschön. Und dann siehst du auf einmal den anderen Geist, der nur die Zerstörung möchte, ne? Also nur Zerstörung will. Ja. Ja. Möge der Herr Jesus Christus uns alle segnen, müden und beschützen und uns bewahren vor den Listen des Teufels, ne? Wie gesagt, der, äh, der, der, der Satan läuft umher wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen, wen er kann, ne? Das finden wir in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 8, ne? Wo es heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Versteht ihr? Das ist nicht nur ein Satz, der in der Bibel steht, nein. Der Herr meint das ja auch ernst, dass der Satan wie ein brüllender Löwe umherläuft, um zu verschlingen, wen er kann. Und durch so Religionen und weltliche Menschen und sowas, die überhaupt ja gar kein Problem haben, anderen zu schaden. Und da der Teufel sich ihnen bemächtigt, weil der Teufel kann sich euch nicht bemächtigen, weil ihr den Heiligen Geist in euch habt. Das ist das. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Teufel kann euch nichts anhaben. Aber so weltliche Menschen und so religiöse Menschen und so, natürlich, der Satan kann sich sofort, ähm, sofort bekommen. Sofort. Ja, das sollte jeder von uns sich im Hintergedanken haben. 1. Petrus 5, 8. Dass wir nüchtern sein sollen. Wir sollen immer nüchtern uns alles betrachten und schauen, wer im Geiste Gottes wandelt und wer den Geist Gottes nicht hat. Die Bibel ruft uns auch immer dazu auf, die Geister zu prüfen. Das sind solche wichtigen Sätze, die wir immer in unserem, in der Tafel unseres Herzens aufgeschrieben haben sollten. Damit wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir, wenn wir dem Herrn folgen, auch die Geister prüfen sollten. Amen. Ja, genau. Wir sind unter dem Schirm des Allerhöchsten. Das ist ein Jesus. Deswegen passt immer auf. Guckt immer, prüft immer, ob die Geister aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Christus ausgegangen. Ein eglischer Geist, der bekennt, dass Christus ins Fleisch gekommen ist. Der ist aus Gott geboren. Und das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Ja. Wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ja. Bist du Freikirch? Weder noch. Wir haben keinen Namen für unsere Bezeichnung. Wir sind wiedergeborene Kinder Gottes. Das ist das, was die Bibel uns nennt. Wiedergeborene Kinder Gottes. Jeder Mensch ist hier auf der Erde, um eine Entscheidung für Christus zu treffen und wieder zurück ins Paradies zu kommen, von wo wir kommen, von wo wir kamen. Das ist das. Wir müssen eine Entscheidung für Christus treffen. Keiner ist so herrlich wie der Herr Jesus. Niemand. Hey Bruder, Gott segne dich und deine ganze Familie. Hallo mein lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch mein Bruder. Dich auch. Hörst du mich? Ja, ich höre. Okay. Bruder, hast du das gelesen mit dem IS-Anhänger, der bei der Ordner sein wollte, bei der EM, der sich reinschleichen wollte? Ehrlich? Ja, hast du nicht gelesen, Bruder? Nein. Hast du das auf deinem... Bruder, kannst du gucken, bei Bild oder so, kannst du gucken, kannst du alles gucken. Hast du das gescreenshackt? Hast du das gescreenshackt? Hast du das gescreenshackt? Wie? Leider nicht, Bruder, leider nicht. Aber du kannst, wenn du sobald du in Internet reingehst und einfach eingibst IS-Anhänger, Ordner EM, findest du es sofort. Steht überall. Der wollte sich reinschleichen und ist polizeilich schon bekannt gewesen und wollte als Ordner bei der EM arbeiten. Hast du das? Der wollte da richtig was starten, Bruder. Ich dachte, du wusstest das schon, Bruder. Ich dachte, du wusstest das schon. Ah, hier, mutmaßlicher Islamist wollte Sicherheitskraft bei Fußball-EM werden. Ja, ja, heftig. Heftig, oder? Warte. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist ja krass. Ich guck mal, ob es dazu ein Video gibt, dass wir das laufen lassen kann. Ja. Oh, jetzt ist da so Wärmung. Einen Moment. Hallo? Hallo? Ja. Gottes Segen dir, Amir. Gott segne dich von deiner Familie, mein Lieber. Ehre, Mann, dass du das machst, dass du den Mut hast, gegen das zu sprechen, was sich viele nicht trauen. Alle Ehre, meine Ehre. Amir, ich habe eine Frage. Gelobtheit, Amir. Was glaubst du ist göttlich? Vergeben oder bestrafen? Vergeben. Was passiert, wenn man aus dem Islam austritt? Äh, die machen Barbecue. Also wird einem nicht so vergeben, oder? Ne, da wird einem nicht so vergeben. Der Muslim, wenn er Hunger hat, kann er aus ihm Barbecue machen. Ja. Also das ist schon mal nicht göttlich, ne? Ne, also so Cannibalism ist nicht göttlich, ne? Auf jeden Fall, ich habe eine Idee, Amir. Wenn man den Muslimen irgendwie sagen könnte, ey, wenn ihr aus eurem Glauben austrittet, ihr müsst keine Angst haben, ne? Dann wäre der Islam morgen... Ich schwör's dir, Amir. Natürlich Yusuf Al Qardawi sagte, der Islam besteht heute nur, weil die Menschen Angst haben, den Islam zu verlassen. Hätte man die Strafe für Apostasie abgeschafft, gäbe es den Islam morgen nicht mehr. Das sagt denn ein Ritter von Millionen, von Leuten. Boah. Amir, auf jeden Fall, das ist ja nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, oder? Also ich habe noch keinen Paragrafen gesehen, beziehungsweise kein Punkt im Grundgesetz, das vereinbar ist, aus jemandem Barbecue zu machen. Dann müsste man doch eigentlich diesen Koran auf den Index packen, oder? Eigentlich schon, ja. Und warum macht denn das die Regierung oder Deutschland nicht? Weil sie den Islam brauchen für ihre Macht schaffen. Scheiße, wir sind gefangen. Ja, die Muslime lassen sich ja leicht lenken, die sind ja sehr emotional und manipulativ. Man kann sie sehr schnell manipulieren, das ist heftig. Und die Elite weiß das und macht das genauso. Ja, da ist bestimmt was Wahres dran, Amir. Ja, sie müssten raustreten aus dieser Matrix und zum wahrhaftigen Gott Jesus Christus kommen und ihre Seele in Sicherheit bringen. Ja, aber erstmal wäre es schon mal gut, wenn die einen Abstand von den Bösen kommen, oder nicht? Ja, natürlich, das wäre schon mal der erste Schritt, aber sie brauchen auch eine Alternative. Ja, das stimmt. Die Alternative für Deutschland wäre Jesus Christus, genau. Ja. Eigentlich steht AfD für Amir für Deutschland. Amir, ich habe AfD gewählt, ich bin doch für dich. Ihr habt alle mich gewählt, Amir für Deutschland. Amir für Deutschland habt ihr mich gewählt, ja. Alle habt ihr euch Kreuzchen für mich gewählt. Ihr habt nicht AfD gewählt, das ist eine Alternative für Deutschland. Als A habt ihr gesehen, ich nehme den Amir, Amir für Deutschland. Ja, natürlich. Mit Herz. Auf jeden Fall, Amir, krass, dass du das machst. Respekt, Hut ab, mach weiter. Ja, immer wenn ich kann, bin ich da und tippe und supporte, weil das, was du machst, ist einfach richtig. Gott segne dich und deine Familie, möge der Herr dich segnen. Gelob sei den Namen aus. Dankeschön, das wünsche ich dir auch und deiner Familie und den Leuten, die hier drin sind und das Gute, die diese Menschen haben wollen. Wunderbar. Danke euch. Gott segne euch. Tschüss. Gott segne euch. Tschüss. Gott segne euch. Hast du ein Video gefunden, Amir? Hast du den gefunden? Ja, warte, ich will den auch noch reinholen und danach beheuern wir uns das an. Hallo, hallo. Ich wollte gerade, der hat so Bescheid den Ball geben, deswegen wollte ich gerade so schreien. So oft kratzt, okay, jetzt hören wir uns das an. Komm. Westfalen einen mutmaßlichen IS-Unterstützer festnehmen lassen. Der Verdächtige ist demnach bereits am Freitag am Flughafen Köln-Bonn gefasst worden. Die Ermittler werfen dem Mann mit deutsch-marokkanisch-polnischer Staatsangehörigkeit vor, im September 23 über eine Kryptowährungsbörse insgesamt fast 1.700 US-Dollar auf ein Konto der Terrorgruppe islamischer Staat Provinz Khorasan über Mitte zu haben. Wahnsinn. Ach so, warte, das wirst du ganz sagen, aber krass. Warte, eh. Digitales Geld. Boah, schon wieder eine Werbung. Warte einen Moment. Gesundheitskarte scannen. Klick, fertig. Meine Medikamente werden morgen schon geimpft. Mega. DocMops, jetzt App downloaden. Flughafen Köln-Bonn. Als am Freitagabend ein mutmaßlicher Terrorunterstützer nach Istanbul fliegen will, schlagen die Sicherheitskräfte zu und nehmen den Mann fest. Offenbar hatte er die Europameisterschaft... Dem wie... Mit deinem Tisch. Was hat das denn? Oh Mann ey, was ist das? Was ist das? Mhhh. Ok, mhhh. Wie viel Werbung macht! Alles Geldmacherei, Bruder! Alles Geldmacherei! Bruder, Armin, du bist im Tunnel? Krass! Alles gut, du warst gerade so abgehakt. Ich dachte, du bist im Tunnel. Äh, hier ist schlecht die Verbindung. Ihr Rezept? Jetzt in die DocMorris-App einlösen und direkt 10 Euro sparen. DocMorris. Jetzt App downloaden und sparen. Flughafen Köln-Bonn. Als am Freitagabend ein mutmaßlicher Terrorunterstützer nach Istanbul fliegen will, schlagen die Sicherheitskräfte zu und nehmen den Mann fest. Offenbar hatte er die Europameisterschaft im Visier und wollte sich als Ordner Zugang zu einer Fanlage verschaffen. Die Akkreditierung hat er vom Landskriminalamt und von der Polizei noch nicht bekommen. Er hatte Vergleichbares auch gestellt in Rheinland-Pfalz für andere Ereignisse, für Hockarmring und für Norröchring. Hat er sie auch nicht bekommen. Der Mann ist 23 Jahre alt, besitzt die deutsche, marokkanische und polnische Staatsangehörigkeit. Seit September 2023 haben ihn die Behörden im Blick. Damals soll er 1.700 US-Dollar an den IS überwiesen haben. Seit Februar 2024 laufen die Ermittlungen des Generalbundesanwalts. Konkrete Anschlagspläne hatte er wohl noch nicht. Doch Experten warnen bei der EM vor Einzeltäter. Es ist immer das Risiko da, dass einer von denen tatsächlich auf eigene Faust was macht. Was allerdings auch stimmt, ist, dass diese Einzeltäter meistens nicht in der Lage sind, ganz große Anschläge durchzuführen. Dazu braucht es ein Netzwerk. Aber die können natürlich trotzdem viel Schaden anrichten. Denn bundesweit werden 12 Millionen Zuschauer auf den Fanmeilen erwartet. Eine konkrete Anschlagsgefahr gibt es nicht. Doch die Festnahme zeigt, die Sicherheitslage für die EM bleibt angespannt. Das ist ja krank. Einfach nur krank. Und das ist nur einer, der erwischt wurde, Bruder. Du weißt ja nicht, wie viele jetzt noch so geheimlich sind. Ja, ja, natürlich. Deswegen haben die gesagt, es könnte einer nur so austicken und so einzeln auf die eigene Faust dann das Ganze machen. Das ist Wahnsinn. Ja, 100 Prozent, Bruder. Also wenn da nicht was passiert, dann weiß ich auch nicht. Ich bin dir ehrlich. Ja, bete mal lieber, dass da wirklich nichts passiert. Natürlich. 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 Jeden Tag, Bruder. Natürlich. Bei mir in Berlin ist es ja auch so, da ist ja am Brandenburger Tor immer so eine Fanmeite. Da sind immer über 100.000 Leute, die sich das Fußballspiel angucken. Und lass dann nur einen durchdrehen, Bruder. Dann ist es auf jeden Fall vorbei. Wir müssen beten, dass da nichts passiert wirklich. Lass dich mal. Ja. Einfach beten. Ja. Okay, mein Gott. Na gut, okay, Bruder. Mehr wollte ich auch nicht. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir die Familie. Ich wünsche dir die Familie. Mach's gut. Ciao. Bitteschön, Bruder. Ciao. Ja, heftig, ne? Die versuchen mit allen Mitteln jetzt Deutschland in Angst und Schrecken zu versetzen. Wie es Allah sagt in Zura 68, ne? Weil sie ja Deutschland als ein potenzielles Land sehen, was erobert werden muss, ne? Das ist ja Dar al Harp. Dar al Harp. Das Haus des Krieges. Und die Menschen, die hier leben, dürfen sich nicht in Sicherheit fühlen, ne? Das ist das Kranke. Ja, es ist so heftig, ey. Die Muslime hören auch niemals damit auf, weil Allah ihnen das befohlen hat, ne? Es suche 8 fest drin 39, ne? Ja, möge der Herr Jesus Christus uns bewahren vor den listigen Angriffen des Teufels, ne? Und seine Schergen, die ihm helfen, ne? An sein Ziel zu kommen. Ja, passt auch auf euch auf, ihr Lieben. Ich stehe zwar vielleicht im Mittelpunkt oder beziehungsweise ich bin mehr oder weniger eine Person des öffentlichen Lebens, aber das kann jeden von euch treffen, ne? Jeden einzelnen von euch, der gerade hier drin ist, selbst ob es ein Muslim ist oder was auch immer. Er braucht nur am falschen Zeitpunkt, am falschen Ort zu sein, dann war es das. Ja. Dann war es das. Dann war es das. Oh, Breaking News. Hallo. Hallo, was los? Ja. Hier gibt's die Waren-News, was TikTok nicht zeigt. Hier gibt's die Waren-News, hier ist gearbeitet. Ja, schön Maloche, wa? Ja, natürlich. Ja. Wo ist denn der Moderator zu teuer, also der Nachrichter? Du hörst dich so an, als wärst du die Wiedergeburt von Karin Ritter. Ein bisschen mit ganz dichter, was? Was? Zuck, zuck, Junge. Nein, aber das hat mir so ein bisschen angehört, so ne? Als würdest du sagen jetzt raus mit die Viecher. Raus mit die Viechers. Genau das ist mein Motto. Raus mit die Viechers. Ja, siehst du? Siehst du? Hallo, aber ich hab' eine Zähne. Schöne weiße Zähne. Ja, die alle wissen was. Ja, was? Schöne weiße Zähne hast du? Okay. Ja, sehr schön. Alles gut gebläckte Zähne. Weißt du, wer dich am meisten liebt von allen Menschen, die du jemals in deinem Leben getroffen hast? Meine Tochter. Deine Tochter? Nee. Da gibt es jemanden, der dich noch mehr liebt als deine Tochter und dein Mann und alle zusammen. Ja, Gott. Das ist der Herr Jesus Christus. Hab ich doch gesagt? Ja, Gott. Ich bin gläubig. Keine Panik. Ah, sehr schön. Weißt du also, was zu tun ist, um seine Seele zu retten, ne? Natürlich. Aber nur zu verstehen, ich glaube nicht an die Kirche. Was? Ich glaube nicht an die Kirche. Ich glaube an Gott. Ja, ich hab' ja nicht gesagt, dass du an ein Gebäude glauben sollst. Ich hab' ja gesagt, was musst du tun, um gerettet zu werden. Hm. Das denken ja viele. Viele denken an die Kirche, wenn du, oh Gott, glaub ich bin zugleich Katonik oder hab ich zugleich... Wenn das Handy so weit weg ist, dann versteh' ich dich nicht so gut. Hör' mal, ich bin doch aber laut. Hör' mal. Hör' mal, Junge. Eigentlich bin ich ja nicht. Wie lange hast du die Bibel nicht mehr gelesen? Sei mal herrlich. Äh, nicht erst vorgestern in der Hand. Ich hab' drei Bibeln. Aber wie lange ist es her, als du die Bibel gelesen hast? Hä? Wie lange ist es her, als du das letzte Mal die Bibel gelesen hast? Vorgestern. Wann? Vorgestern. Ja, was hast du denn gelesen? Ich war bei Matthäus unterwegs. Bei Matthäus' Evangelium? Ja. Hammer. Welche Kapitel? Ich wollte heute ne Predige oder so. Was sagst du? Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Der Herr ist mein Hürde. Du wird nichts mangeln. Er weidet sich in einer kleinen Aue. Der Rettpick ist meine Seele. Das kann sie. Keine Panik. Na ja, okay, ich wünsch dir auf jeden Fall Gottes Segen, meine Liebe. Möge der Herr Jesus Christus dich als wiedergeborene Christin akzeptieren. Was? Mach's gut, meine Liebe. Ciao. Keine Panik auf der Titanic. Na, 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 na. Emil Herz... Emil Herzegowina. Hallo. Hallo, Emil. Ich habe eine Seite. Was Dir ist? Der der responsibility es den Begrüßt unter ihnen los. Was? Was der Unterschied! Der Unterschied! Die Begrüßt unter ihnen los. Was? Der Unterschied. der Zelfaltigkeit, der Hinduch und euch geklischt. Hallo. Ja, hallo. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied weiter? Genau. Ja, die Hindus, die haben eine Million Götter. Nein, nein. Die Hindus sind Politeisten. Aber wir Christen sind Monotheisten. Wir glauben an einen Gott. Nein, die Hindus sind der Zelfaltigkeit. Hörst du mir zu, Emil? Emil. Ja. Ja. Die Hindus haben eine Million Götter. Aber wir sind Politeisten. Aber wir Christen sind Monotheisten. Absolut Monotheisten. Wir glauben an einen Gott. Aber dieser Gott hat drei verschiedene Personen. Drei Hypostasen. Tut mir leid, Emil. Ich kann mit dir nicht reden, mein Lieber. Aber man versteht dich nicht. Es tut mir leid. Möge der Herr dir seine Augen öffnen, mein Lieber. Ja, ja. Ja, ja. Es tut mir leid, Leute, aber ich verstehe kein Wort, Mann. Ja, genau. Stell die Frage im Chat oder was, genau. Emil, wenn du hier drinnen bist, schreib deine Frage hier im Chat oder was. Weil wenn du krankheitsbedingt nicht sprechen kannst, dann kannst du ja deine Frage einfach hier schreiben. Gott segne dich, Emil. Und dann würde der Herr sein Angesicht über dich leuchten lassen. Aber nochmal auf das Thema zurückzukommen mit den Sicherheitsvorkehrungen, ne. Dass Deutschland akute Terrorgefahr, hier in Deutschland akute Terrorgefahr besteht, ne. Gerade wegen dem Thema hier mit Palästina und Israel und dann auch noch der islamische Staat, der am liebsten hier alles in Schutt und Asche legen möchte, ne. Wahnsinn. Ja, du hast von allen Seiten, kriegst du dir die ganze, den Wahnsinn ab, ne. Und die Elite weiß das und dann gehen, die Leute schreien dann nach Sicherheit und dann wird es auch Sicherheit geben. Chip unter die Hand. Ich habe nämlich ein Video für euch gespeichert, das wollte ich mit euch mal durchgehen, das ist heftig. Jetzt ist es offiziell soweit, das erste Land führt ein Verfallsdatum auf das Geld ein und damit kann... Unser Geld hat ein offizielles Verfallsdatum, ihr Lieben. Offenbarung 1316 wird sich bald vor unseren Augen erfüllen. Das ist es. Jeder hat die Chance, seine Seele in Sicherheit zu bringen. Die Elite macht keinen Spaß. Der Teufel ist da und der Teufel will uns alle, beziehungsweise die Menschen, die sich nicht für Jesus entschieden haben, mit in den Abgrund reißen. Und das ist es, was der Apostel Johannes in Offenbarung 1316 gesagt hat. Hört euch das bitte an. Das Land seinen Bürgern einfach das Geld wegnehmen, weil Geld sparen oder sogar Geld verstecken funktioniert nicht mehr. Und damit sind wir jetzt in der allerletzten und höchsten Stufe der Kontrolle der Bürger angekommen. Alle Details in diesem Video. Herzlich willkommen meine lieben Zuschauer im Endspiel unseres Finanzsystems. Im Endspiel um die Kontrolle aller Menschen und damit auch um die Kontrolle der ganzen Welt. Und sicherlich werdet ihr sagen, oh das ist jetzt ziemlich hochtrabend, aber genau das ist es auch. Weil jetzt wurde eine neue und für mich extrem kranke Information zu unserem neuen Geldsystem bekannt, welches demnächst eingeführt wird. Ihr alle habt es ja sicherlich schon gehört, dass demnächst bei uns der digitale Euro eingeführt werden soll, genauso wie der digitale Dollar in Amerika. Ja, der digitale Euro wird als erstes kommen, Bargeld wird verschwinden und es wird alles digitalisiert werden. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Nein, das ist doch ein Gewinn. Das hat doch nichts mit AfD zu tun, Mann. Die Elite möchte das Bargeld ja verschwinden lassen. Das ist doch schon im ZDF gelandet. Schon damals haben die die Leute schon aufmerksam gemacht. Hier, guck mal, Klaus Kleber. ZDF. Klaus Kleber. Bargeld. Hier, guck mal. Es ist bald vorbei. Warte, ich zeig euch das. Haben die es rausgetan aus ZDF. Wahnsinn. Reden wir über Bargeld. Doch zuerst, woher kommt es eigentlich? Wenn man Geburtsrat von Oma, klar, aber ich meine geschichtlich. Das erste... 3G braucht der Mensch. Smartphone, Schlüssel, Bargeld. Was? Wo ist dieses Video nochmal? Wie heißt denn dieses Video nochmal von Dings? Scheiß auf das Geld. Ja. Du solltest dir Gedanken machen. Es geht ja nicht darum, auf das Geld zu kacken oder was. Es geht ja darum, dass der Herr in der Bibel darüber gesprochen hat, dass das Bargeld verschwinden wird. Und den Menschen ein Mahlzeichen gegeben wird, was sie an der rechten Hand bekommen oder an ihre Stirn. Und den Menschen ein Haft. Und den Menschen ein hoすごい. Also der Herr in der Duer, die den Duer-Mercie gingen. Da sind die ist immer noch ein Pfeil. Das ist nicht mehr bei YouTube Wahnsinn. Oder übersehe ich das Ganze gerade? Ist das krass? Es ist nicht mehr aufzufinden. Ah doch hier, ja. Herr Schäuble wollte neulich eine Obergrenze für Bargeschäfte einführen. Was über 5.000 Euro rausgeht, soll gefälligst per Überweisung gezahlt werden. Transparent und für das Finanzamt nachvollziehbar. Manche Experten sehen ganz generell das Ende des Bargelds gekommen. Es ist ja auch ziemlich viel Unpraktisches daran. Es kann verbrennen, es kann verloren gehen oder geraubt werden. Da gibt es inzwischen ganz andere Zahlungsmittel. Die Schweden zum Beispiel sind bei der Einführung weit vorne, so berichtet Hermann. Die Schweden haben schon etwas in ihrer Hand, pass mal auf, als Zahlungsmittel. Anbärmt. Die bargeldlose Zukunft ist nur knapp einen Zentimeter groß, ein kleiner Chip, der unter der Haut der Hand steckt. Der implantierte Chip ist ein Modellversuch im schwedischen Maimöl. Die Software funktioniert bereits. Ein Lesegerät verbindet den Chip mit dem System. Softwareentwickler Patrick Landhied ist von der Idee überzeugt. Wenn man mit einigen Leuten darüber redet, hört man zwar immer wieder, die Regierung könnte ja sehen, wo man sich befindet und so weiter. Dass man seine persönliche Unabhängigkeit verliert. Aber das ist nicht der Fall, denn diese Chips senden keine Signale aus. Man braucht ein Lesegerät, damit sie funktionieren. Sie sind passiv. Patrick Landhied und seine Kollegin Lotte sind überzeugt davon, dass digitale Systeme das Bezahlen sicherer für alle machen. Und komfortabel ist es auch. In vielen Cafés wie hier wird längst mit einem Smartphone gezahlt. Eine App verbindet das Gerät mit der Bank. Schon gibt's den Cappuccino. Heftig, ne? Zur Zeit mache ich alles mit dem Smartphone der nächste Schritt. Ich verzichte auf die Kreditkarte, nehme nur das Smartphone. Der Chip ist Zukunftsmusik, aber es ist interessant, wie viele Möglichkeiten sich eröffnen. Wie die das so schmackhaft machen, ne? Habt ihr so gemerkt? Die wollen dem Zuschauer, der ZDF ist ja so heftig drauf, dass sie dein Gehirn so dermaßen manipulieren und weich kochen, dass du am Ende denkst, das hat ja Vorteile. Da brauche ich ja gar nicht mehr mein Portemonnaie mitzunehmen, kein Bargeld. Ich kann einfach so rausgehen. Ich habe immer mein Bargeld, mein Pass, mein Pass, alles hier in meiner rechten Hand. Dabei bemerkt ihr nicht, dass sowas in der Bibel steht, dass wer dieses Mahlzeichen annimmt, dass das in die Hölle geworfen werden. Das ist so krass. Das ist so heftig, ne? Wie perfide dieses Spiel ist, ne? Du musst bei YouTube eingeben, unglaublich, ZDF will uns den RFID-Chip schmackhaft machen. Heftig, ne? Und jetzt siehst du auf einmal, wie nach und nach das jetzt alles auch Sinn ergibt. Das ist ja vor Jahren rausgekommen, haben die schon darüber geredet. Und guck mal hier. Und der digitale Hubel und der digitale Yuan, die existieren bereits. 86% aller Zentralbanken weltweit arbeiten an der Einführung einer neuen digitalen Währung, kurz vorm CBDC. Und diese digitale Währung soll dann unser Bargeld abschaffen und uns alle in eine moderne Sklaverei treiben. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, hey, was juckt mich das überhaupt, ja? Ich bezahle ja schon seit Jahren nicht mehr mit Bargeld, sondern nur auf meiner Girokarte. Und digitale Währung mit dem Bitcoin, den gibt es doch auch schon ewig. Also, warum der ganze Aufriss und warum die ganze Panikmache? Es gibt einfach zwei extrem wichtige Unterschiede, die du auf jeden Fall wissen musst. Erstens, andere Kryptowährungen, wie zum Beispiel den Bitcoin, den es jetzt schon lange gibt, die sind einfach dezentral. Das heißt, die gehören niemandem und demzufolge kann die auch niemand kontrollieren. Die gehören einfach uns allen. Aber die digitalen Währungen, die von den Regierungen, von den Zentralbanken eingeführt werden, die gehören niemandem. Die sind, wie gesagt, zentral. Das heißt, die gehören dann den jeweiligen Regierungen oder den Hintermännern, die das Ganze organisieren. Und damit könnt ihr es euch auch ganze gucken. Ja, das ist heftig, ne? Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wie kann man sich denn überhaupt dann davor schützen? Gar nicht. Du musst eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Der Herr wird, bevor das alles passiert, wird der Herr kommen, um uns mitzunehmen. Das ist das, die Entrückung. Das ist echt unglaublich. Das ist Wahnsinn. Das ist heftig. Das Mal des Biestes kommt uns immer näher. Immer näher. Siehst du, der Satan versucht immer mehr Druck auszuübeln. Und die Kinder Gottes warten auf die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Heftig, ne? Die Braut Christi. Das ist so surreal. Also das Ding ist, ich habe das immer mal wieder mit aufgeschnappt, dass der Euro oder allgemein das Bargeld abgeschafft werden soll. Das hat man hier und da mal wieder aufgeschnappt über TikTok und sowas alles. Das wurden dann Fake News genannt. Ja, natürlich, die versuchen das als Fake News abzustempeln. Aber wir wissen ganz genau, dass das alles wahr ist. Das ist das. Da kommen dann diese Faktenchecker und wollen nicht als Lügner abstempeln, ne? Diese bezahlten Faktenchecker. Das erinnert mich genau an dasselbe wie mit den Impfungen, wo die gesagt haben, nein, wir wollen keine Impfpflicht, wir wollen keine Impfpflicht. Und dann auf einmal irgendwann gesagt wurde, ja, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dürft ihr da nicht mehr rein oder ihr dürft allgemein kein richtiges Leben mehr führen quasi. Also eine indirekte Impfpflicht und später auch gesagt haben, ja, wir wollen eine Impfpflicht. Wir haben noch nie gesagt, wir wollten gar keine Impfpflicht. Das ist genau dasselbe. Und die Frage ist dann echt, also da frage ich mich so. Genau, du kannst ja nicht mal im öffentlichen Leben teilnehmen. Also die zwingen dich nicht, den Chip einzunehmen, aber du kannst ja nirgendwo bezahlen. Wie soll man sich dann auch dagegen noch schützen? Nein, das ist nur die Entscheidung für Jesus Christus, das war's. Dann ist man ja irgendwann dazu gezwungen, dieses Mahl des Bösen anzunehmen. Ja, natürlich, sonst wirst du ja verhungern. Ja, richtig. Das ist, das ist einfach nur, also... Das war ja nur ein Test mit Corona. Wie bereit sind die Leute zu gehen, um ihre Freiheit zurückzubekommen. Die Leute haben das gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Ja, das ist echt so. Die Menschen waren bereit für eine Bratwurst ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Das musst du dir mal geben. Wegen einer Bratwurst, Mann. Bratwurst. Das ist echt der Hammer. Oder wegen einem Konzert oder wegen einem Restaurantbesuch oder was. Da hast du deinen gelben Pass gezeigt und du warst geimpft. Jetzt darfst du rein. Das ist nichts anderes wie jetzt, hast du den Chip in deiner Hand, du darfst rein. Bitteschön. Das ist nichts anderes. Die bereiten alles vor. Das ist eine einfache Spaltung der Masse. Das war ein Riesentest. Die wollten sehen, wer ist aufgewacht und wer macht mit. Das war ein Riesentest. Die Leute, die anhand von Corona haben die gesehen, aha, es sind also schon sehr, sehr viele wach und die haben genau verstanden, worum es hier geht. Aber die breite Masse macht mit. Also die breite Masse haben wir auf jeden Fall. Ja, ich fand das auch unglaublich interessant, diese ganzen Videos, die man so unterschwellig mitbekommen hat, wo Leute zum Beispiel dafür bezahlt wurden, im Krankenhaus zu liegen und so zu tun, als wären die krank. Ja, das haben wir alles gesehen. 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 Absoluter Wahnsinn. Wie die Menschen, die anderen, die den Supermarkt besucht, verweigert haben wegen einer Maske. Ja, oder was allgemein auch im Supermarkt für ein Chaos ausgebrochen ist, dass sie sich um Klopapier gestritten haben. Die haben sich da geprügelt und was, das sehe ich alles. Was das für ein Wahnsinn in den Menschen hervorgerufen hat. Die Menschen waren wie Tiere. Da gab es so ein Video von so einem Typen, der auf dem Parkplatz im Auto saß und den Eingang von Aldi gefilmt hat. Und dann hat er die Musik laufen lassen. Ich weiß nicht, ich glaube das war von Wolfgang Pilze. Da kam ein Mann und eine Frau mit ganzen Einkaufswagen voller Toilettenpapier. Was ist das für ein Investment oder was? Unglaublich, ey. Das ist so schlimm, so schlimm, so schlimm, so schlimm. Aber ich finde das dann auch einfach unvorstellbar und unglaublich, dass das alles in der Bibel schon prophezeit ist. Ja, heftig. Wie ist das möglich? Wie kann ein Wesen sowas schon im Vorhinein alles schon wissen, ohne dass es passiert ist? Und das tausende Jahre vorher. Ich finde allgemein die ganzen Verknüpfungen in der Bibel, wenn man sich mal anschaut, wie viele Verbindungen die Bibel an sich hat, sind das ja irgendwie über 63.000 Verbindungen zueinander, die sich einander ergänzen. Also das ist so unglaublich. Das kann kein normales Buch einfach sein. So sieht das aus. So ist das mein Bestand. Liest du täglich die Bibel? Ja, natürlich. Täglich muss man wenigstens ein paar Sätze lesen. Auf jeden Fall. Auch wenn nicht sogar Seiten. Wie hast du dir das so angeeignet? Einfach drauf los. Einfach lesen. So, ich muss mal ein paar Sachen hinterlegen. Ich hole die später wieder rein, ja? Jo. Tschau. Tschau. Ja, haltet an der unvergänglichen Liebe des Vaters, Rehaufnahme. Amen. Hi Amir, da bin ich wieder. Hallo mein Lieber, was ist denn mit meiner Familie? Was ist passiert? Ich muss gerade erst mal TikTok schließen und dann hat mir TikTok gesagt, dass ich einen Live-Verstoß bekommen habe. Interessant. Ja, über anscheinend das, was sie gerade geredet haben. Das ist echt Hammer, unglaublich. Du weißt, wie TikTok ganz schnell reagiert. Da war nicht mehr Kritik oder allgemein Dinge, über alle Dinge sich äußern darf, die geschehen. Dass man ja anscheinend doch keine Meinungsfreiheit hat. Das ist schon echt unglaublich. Amir, was ist so, würdest du sagen, der beste Weg, um dem Vater einfach noch... Bist du noch da? Ja, ich bin da. Ah, okay. Ich hatte gerade gefragt, wie kann ich dem Vater noch näher kommen? Einerseits den Sohn. Andererseits den Sohn. Indem du den Sohn die Ehre gibst. Warte mal ganz kurz. Amen. So sieht's aus. Der Vater hat ja, also Gott hat ja gesagt, dass so wie er die Welt geschaffen hat, die Welt ja gut ist. Dann hat Gott eigentlich auch das Schlechte geschaffen. Das ist das, was ich mich manchmal frage, so an den Chat. Hat er das so mit Absicht geschaffen, um vielleicht auch uns zu testen in einer Art und Weise? Und um unseren Dauben zu testen? Ja, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Hallo. Und dann ist das ja eigentlich auch gut. Oder nicht? Was denn? Ich habe gerade den Chat gefragt. Gott hat ja alles geschaffen und er sagt, er ist es gut. Ja. Das heißt, entweder existiert kein Böses oder das Böse... Das Böse existiert nur wegen fehlender Liebe. Was ist das? Das Böse kann nur existieren, weil es fehlende Liebe gibt. Aber wenn die Menschen nur lieben würden, dann gibt es ja das Böse nicht. Richtig? Ja, richtig. Es existiert ja keine Dunkelheit, das ist nur Abwesenheit von Licht. Ja, genau. Verstehst du? Und so ist das. Nimmst du die Liebe weg, entsteht Böses, Hass, Feindschaft. Ja. Es ist die Liebe, die uns antreiben sollte. Das meint der Herr. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit es sowas nicht gibt, dass wir uns gegenseitig umlegen und was weiß ich miteinander machen. Das heißt, wenn die ganze Menschheit zur Bibel oder zu Jesus Christus finden würde, wäre die Welt ja an sich gut. Natürlich die Welt wäre. Dann hätten wir das Paradies auf Erden. Was ich manchmal frage, ist so dieses, dass wir so ins Paradies kommen. Ist das so hypothetisch gemeint? Vielleicht auch, dass wir uns das Paradies selber erschaffen müssen auf Erden? Dass wir das vielleicht zum Paradies schaffen können? Dass wir uns das Paradies schaffen können? Nein, wir sind ja aus dem Paradies. Ja klar, wenn wir auf die Worte des Herrn Jesus Christus hören würden, hätten wir natürlich das Paradies auf Erden. Aber wir müssen wieder zum wahren Paradies finden. Nämlich da, wo wir einst waren, mit Gott im Einklang gelegt haben. Dahin müssen wir wieder zurück. Wir wurden ja aus dem Garten Eden verbannt wegen Adam und Eva. Ja, genau. Ich muss noch sagen, es ist auch echt interessant, dass ja zum Beispiel auch die, also wir haben ja auch auf allem, was das betrifft, aufbaut zunächst nicht. Aber hingegen die Grundlage der Bibel oder von Jesus Christus einfach uns beibehält. Ich habe mich damit auch beschäftigt und ich finde der Islam, ich hatte ja mal den Gedanken, ich wollte mich mal konvertieren lassen durch äußere Einflüsse und alles Mögliche. Oh mein Gott. Dadurch habe ich aber irgendwann gemerkt, das war eigentlich für mich ein Segen, dadurch habe ich einfach gemerkt, dass der Islam voller Hass steckt. Für mich, für mich war das dann nur so, ich habe da gemerkt, die Menschen akzeptieren mich nur, wenn ich den Islam anerkenne. Und dass die Menschen mich sonst nicht akzeptieren würden. Und das habe ich auch gemerkt, ich habe sofort diesen Hass gespürt, wo ich dann gesagt habe, ey, ich stehe halt gar nicht hinter dem Islam. Ich finde den Islam ziemlich so widersprüchlich teilweise und auch einfach die Dinge, die erlaubt sind im Islam, unterstütze ich nicht. Deswegen habe ich einfach für mich auch selber gesagt, für mich, ich habe auch in der Zeit, wo ich mich für den Islam interessiert habe, immer zu Herrn gebeten und auch weiter zu Jesus Christus gebetet. Und ich habe auch einfach gemerkt, das ist so in mir drin, dass ich das gar nicht ändern möchte. Und ich liebe den, ich liebe Jesus Christus. Ja, Amen. Ja, den Herrn Jesus Christus kann man nur lieben, ne? Die Worte, die er geredet hat, sein ganzer Wandel, sein Leben, ne? Hier ist deshalb die absolute Liebe, ne, der Herr Jesus. Er kannte ja keine Sünde, er kannte ja noch nicht mal das Böse, der Herr. Kennst du die App mit Chosen? Chosen auf Netflix? Es gibt so eine App davon, da gibt es halt so ganz viele Serien von Jesus Christus und sowas. Ich finde das echt schön, das ist eine schöne App. Und da lernt man auch echt einiges über das Leben von dem Herrn. Aber der Herr Jesus Christus ist Gott, ne? Ja, auf alle Fälle. Das steht ja auch so in der Bibel. Ja, lass dich niemals verführen von irgendwelchen Leuten, die sagen, Jesus wäre nicht Gott. Ne, für mich steht das so fest. Also, der kann kommen, wer will. Also, für mich ist das so. Für mich ist das so. Ja. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Wolltest du dir was fragen oder willst du noch was wissen oder willst du noch was sagen? Ja, ich wollte dich was fragen und zwar, wie war das für dich damals, als du kommentiert bist? Da hast du dich ja auch dafür entschieden, darüber mehr herauszufinden. Und wie fing das damals an? Also, hast du dann täglich die Liebe gelesen oder was hast du genau getan? Ja, genau. Ich habe dann angefangen täglich darin zu lesen, so wie ich es heute immer noch mache. Und deswegen sollte jeder von uns täglich in der Heiligen Schrift lesen und sich Gedanken machen um seine Ewigkeit und Jesus Christus immer näher kommen, ne? Das geht nur, wenn du die Heilige Schrift liest und das auch verinnerlichst, den Heiligen Geist in dir stärkst, ne? Danke. Vielen Dank. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Ciao, ciao. Ja, Gott segne ihn, Gott segne ihn und seine Familie. Okay, lass uns mal gucken, was der Klaus gemacht hat hier bei Achsokaner. Klaus. 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 Achsokaner. Oh, sehr undeutlich, ne? Sehr, sehr undeutlich. Komisch, dass es mit Schwert abgebildet wird. Die Dschihad-Flagge, die beherrscht, die wird, äh, wie soll man sagen, die beherbergt, ne, wie sagt man, die stellt dar. Einmal, die Dschihadah und das Schwert. Gehört Dschihadah und Schwert wirklich zusammen? Dschihadah, das ist meine Theorie, die ich heute beweisen werde, ist der gefährlichste Satz der Welt. Und der Satz ist, wenn man auf Arabisch sagt, niemand hat das Recht angebetet zu werden, oder es gibt keinen Gott außer Allah, und dass ich, also Mohammed, der Gesandte Allahs ist. Das ist die Schihadah. Und jetzt heißt es aber hier schon oben, mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen. Also das ist erstmal der Satz. Wir haben diesen Satz, diese Schihadah, die haben wir nicht aus dem Koran, die haben wir aus den Hadith. Da aber ziemlich oft. Islam.de schreibt, ein Glaubensbekenntnis ist im Islam ein öffentlicher Ausdruck des persönlichen Glaubens, zu dem sich der Sprecher bekennt. Ein Glaubensbekenntnis dient der Anerkennung durch die islamische Weltgemeinschaft und fasst die wesentlichen Inhalte der Glaubensgrundlage zusammen. Das Glaubensbekenntnis des Schihadah eines Muslim ist, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, das eben auf Arabisch. Das ist der gefährlichste Satz, den man jemals aussprechen kann. Falls hier jemand ist, der sich eventuell für diese Religion entscheidet, du musst dir bewusst sein, dass wenn du diesen Satz aussprichst und es Zeugen gibt und du dann auf einmal rausgehst aus dieser Religion, du dann aufgrund deiner, ja, Austritts, aufgrund deines Austrittes des Islams in die Ewigkeit geschickt wirst. Gefährlichster Satz der Welt. Öffentliche Aussprechen des Glaubensbekenntnisses in aufrichtiger Absicht, das wollen wir uns gleich nochmal angucken, ob diese aufrichtige Absicht wirklich wichtig ist, ist hinreichend, um als Muslim anerkannt zu werden, für die innere Aufrichtigkeit ist der Glauben an den Stamm der Religion bedeutungsvoll. Das ist die Schahada. Und die Leute haben dem nicht so ganz getraut. Und die haben dann zu Mohammed gesagt, töte ihn. Dann hat Mohammed gesagt, bezeugt er, also eben die Schahada, er sagte ja, aber er sagt es nur, um sich zu schützen. Also, er glaubt es gar nicht wirklich. Er sagt nur, damit er eben, ne, damit er nicht einen Kopfkürze gemacht wird. Der Gesandt Allah sagt, tötet ihn nicht. Denn mir wurde befohlen, die Leute zu bekämpfen, bis sie die Schahada sagen. Das steht nicht, bis sie es glauben. Das steht, bis sie die Schahada sagen, tötet ihn nicht. Au, hier steht nicht, ja, der muss es aber wirklich auch glauben. Nein, kontrolliert mal, ob der es ganz ernst meint. Nö, wenn der das sagt, ist das ein Ordner. Punkt. Also, die wirkliche ernsthafte Glaubenseinstellung, wie hier gesagt wird, in aufrichtiger Absicht, ist nicht gefordert, sondern es reicht, wenn das macht, um sich zu schützen. Weil hier heißt es ja, sind ihr Blut und ihr Vermögen vor mir sicher. Also, wenn einer will, oh, ich will nicht, dass Mohammed und die Muslime mich töten und mir alles rauben, was ich habe, dann ist der einzige Weg damals gewesen, wenn man zum Beispiel in Arabien gewohnt hat, das zu sprechen. Und das haben manche, viele gesprochen. Viele sind deshalb dann auch, nachdem Mohammed gestorben ist, vom Islam abgefallen, weil die eigentlich gar nicht Muslim sein wollten, sondern die wollten nur nicht getötet werden. Die wollten einfach nur nicht ihren Kopf verlieren, ne? Das ist heftig, ne? Der Mohammed wurde von Allah befohlen, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie die Schahade ausspricht. Das müsst ihr mal geben. Und dann fragen wir uns, warum die Muslime in den islamischen Ländern alle bekämpfen, bis sie hier normal, also Muslime werden. Ich komme jetzt wieder. So, ich bin wieder da. Für was kam er? Für keinen Zwang? Was ist passiert? Kamel, du bist für alle. Kamel, du bist für alle. ihr beleidigt eine arme er beleidigt den hier sofort in den kübel beleidigend wird man immer nur dann wenn man weiß dass man im unrecht ist so der klaus hat einen sehr sehr guten kanal so wie zum thema glaubens überzeugung und das waren die ersten muslime also das sind die die mohammed noch miterlebt haben und gehört haben was für tolle offenbarungen er sagt die waren wenig begeistert die haben nur gute mit gute miene zum bösen spiel gemacht weil sie wussten ja genau der abu wacker musste dann losziehen als der mohammed gestorben gestorben ist fanden dann die großen rinderkriege statt die leute sind dann abgefallen vom glauben weil die keine lust mehr hatten auf den islam und der abu wacker ist losgezogen hat alle muslime dort bekämpft also diese abgefallenen muslime hat sie ein nach dem anderen nacken therapiert wahnsinn sonst sind sie im kopf kürzer weiter bei eslam.de das glaubensbekenntnis ist auch das erste was ein neugeborenen nach der geburt in der form des gebietes wo es ins volk und ist und der letzte kurs den ein sterbender an sich gibt also das erste was den babys eingesprochen wird und das letzte was ein sterbender sagen soll ist das islamisch glaubensbekenntnis das islamische glaubensbekenntnis hat eine besonderheit gegenüber allen anderen bekenntnissen während die anderen bekenntnisse mit ich glaube an beginnen ich meine das ist ja ein glaubensbekenntnis oder beginnt das islamische bekenntnis mit einer deutlichen ablehnung was insbesondere im arabischen wort lang deutlich wird es beginnt mit la also nein oder es gibt nicht das was eine verneinung und lossagung ist denn erst wenn man sich und das ist tatsächlich ein bisschen ein bisschen also ich meine die haben das jetzt was die versuchen das jetzt hier guck die versuchen das so zu sagen was eine verneinung und lossagung ist denn erst wenn man sich von allem falschen trennt kann man die wahrheit annehmen erst wenn das schmutzige glas von allem schmutzigen gereinigt ist kann es sauberes reinigen das wasser aufnehmen so die versuchen das jetzt positiv auszudrücken ist ja klar aber was man muss es sich mal andersherum überlegen der islam existiert nur im gegenüber also der islam der hat gar keine eigene berechtigung der existiert nur im gegenüber zu anderen religionen der existiert nur in der ablehnung islam hat keine eigene die islam ist das islamische glauben zu gehen sagt kein eigen ist nicht eigenständig es existiert nur in der ablehnung eine variante des glaubens bekenntnisses muss auch bei der bekenntnis verlesung im ritual rezitiert werden da heißt dann ich bezeuge es gibt kein gott außer allah er ist einzig und nichts ist ihm gleich und ich bezeuge dass muhammad sein dir und sind das also noch mit diesem einschub und da gibt es also verschiedene formen noch von diesem glaubensbekenntnis was da gibt und jeweils angebracht werden soll das ist so ein bisschen überblicks wissen sehr extrem das ist auch heftig stellung der freu wie es lacht das vorbild fundieren darf man könnte sein der islam soll die frau befreit und geehrt haben und ihr noch nicht da gewesene rechte gegeben aus diesem grund sei es nicht nötig ihn zu reformieren der prophet sei ein führer der feministischen bewegung und das schon lange vor klarer zittke der muhammad war ein führer der feministischen bewegung er wollte dass die frauen alle so emanzipiert sind rosa luxemburg und simon de verbois und andere großartigen persönlichkeiten was für eine seltsame logik er soll die frau befreit haben aber er versklavte und vergewaltigte sie während seiner feldzüge seine praktiken werden somit gerechtfertigt dass der prophet von allah aufgefordert wurde dies zu tun und wir sollen alles so akzeptieren wie es ist wenn die menschen muhammad als ein normaler mensch ansehen und sich gedanken über seine beziehung zu den frauen machen würden so müssten sie zum ergebnis gelangen dass er für die menschheit nicht als gutes vorbild fungieren darf man könnte seine taten im geschichtlichen kontext zu verstehen werden ja es gibt frauen die den muhammad ja noch verteidigen das ist ja das kranke deswegen sagen wir haben ihr habt ihr stockholm syndrom oder was diese religion ruft dazu auf euch dementsprechend zu behandeln und ihr verteidigt das auch noch wie geht denn sowas ihr seht doch wie der muhammad mit frauen umgegangen ist ihr seht doch wie die sahaba mit frauen umgegangen ist der omar ibn al-qaddaab hat einfach eine frau auf den kopf geschlagen weil sie sich ein hijab angezogen hat und keine richtige sklavin sein wollte und einen den sklavenstatus haben wollte sie wollte sich wie eine muslima bewegen nein das hijab darf nur eine muslima tragen und die hat das kopf tuch auszuziehen hatte die frau einfach wegen einem kopf tuch weggeboxt unglaublich hier ich zeig euch das mal warte mal falls ihr mir nicht glaubt look at this look at this my beloved ist gut dass ich immer auf meinem whatsapp kanal alles mit bildern verziert habe damit ich es leichter finde wie gefällt euch dieser whatsapp kanal eigentlich meine ganzen sachen die ich da immer so rein poste ist schon eine gute sache dass ihr es immer auf dem handy habt diese ganzen sachen das ist schon hammer wenn ihr auf einmal unterwegs seid und auf einmal mit muslimen im gespräch seid dann könnt ihr sofort darauf zugreifen und sagen warte guck dir diesen müllhaufen an was erzählst du da mal das ist schon super ne das ist eine super sache warte 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 Hallo. Hallo. Was hältst du von einem Mann, der eine Frau geschlagen hat aufgrund wegen einem Kopftuch? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Solche Leute sollte man sofort abschieben. Ja, aber wir reden hier gerade von dem zweiten Kalif, dem Nachfolger von Mohammed. Ja, Leute, ich will über Religion hier gar nicht reden. Ich lese euch das mal vor. Überliefert von Anas bin Malik. Oma sah eine Sklavin, die einen Schleier trug, also schlug er sie. Er sagte, eifert nicht den Frauen, den freien Frauen nach. Wo finden wir das? Im Musandah von Ibn Abisheiba, Hadis Nummer 6382. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, echt Wahnsinn. Toller Typ. Guck mal, kam zu Omar bin Al-Khattab, erkannte sie durch einige der Auswanderer oder die Ansar. Ja, nimm mal Handlung. Sie trug einen Jill. Nein, wir reden so, ohne hier Match zu machen, die Kauner hier. Nimm mal Handlung. Wollt ihr schön Geld machen, ihr kleinen Lüppel hier, ja, dann fülle ich dir mal jetzt deinen Wunsch. Guck mal. Raus bitte, du Teufel. Raus, du Teufel, du. Weiter heißt es, sie trug einen Jill-Barb-Umhang, der sie verhüllte. Er fragte sie, bist du eine, bist du befreit worden? Bist du eine Muslima? Sie sagte nein. Er sagte, was ist mit dem Jill-Barb? Zieh ihn dir vom Kopf. Der Jill-Barb ist nur für die freien Frauen aus dem Kreis der gläubigen Frauen. Sie zögerte, da ging er mit einer Peitsche auf sie los und schlug ihr auf den Kopf, bis sie diese Peitsche vom Kopf warf. Wo finden wir das? Im Musandah von Ibn Abisheiba, Hadith 6383, von Al-Albani und Said Al-Satri als Sahih aus eingestuft. Wahnsinn, ne? Und dann kommen diese Leute hier hin und sagen, der Islam hat den Frauen Rechte gewährt. Wie kaputt klingt das denn bitte? Wie kaputt ist das denn? Wie kaputt. Wie kaputt und fertig, wie kaputt und fertig. Wie kaputt und fertig, wie kaputt und fertig. Unfassbar. Text zu verstehen versuchen. Jedoch der zeitgenössische Muslim darf ihn bezüglich der Beziehung zu der Ehefrau oder des Umgangs mit nicht muslimischen Frauen niemals als Vorbild nehmen. Was verleiht Muhammad diese besondere Autorität? Es ist vor allem der Glaube, dass er die der letztgesandte Prophet ist, zu dem Allah sprach. Dieser Glaube führt dazu, dass die Wahrheit um seine Person vertuscht wird. Man braucht aber nur einen Namen und mit ihnen Beischrift. Die Antwort wird bestimmt lauten, dass dieser Mensch ein böser Mensch sei. Angenommen wären diese Taten in der damaligen Zeit als normalen angesehen wollten. Obwohl es äußerst zweifelhaft ist, dass die Menschen damals ihre sechsjährigen Töchter verheiratet haben. Wenn es so gewesen wäre, wieso finden wir denn niemand außer Muhammad, der dies tat? Warum heirateten die Kalifen Abu Bakr und Umar keine sechsjährige Mädchen? Also versuchen wir denn nicht, die Taten des Propheten damit zu rechtfertigen, dass dies zur damaligen Zeit normal gewesen sein soll. Der Muslim versucht ja alles zu rechtfertigen. Ja, genau. Die Leute sagen ja, die Ehe mit Aisha und Mohammed war zu der damaligen Zeit in Ordnung. Aber selbst die eigenen Sahaba haben das nicht getan. Das ist das Heftige. Ja, wundervoll. Weder Abu Bakr noch Umar. Und da haben wir auch noch die Reaktion von Abu Bakr, als der Mohammed, damit der Aisha heiraten wollte. Aber ich bin dein Bruder. Ja, du bist mein Bruder in der Religion. Aber Aisha ist mir erlaubt. Ja, damit. Give it to me. Give it to me. Oh, give it to me. Give me your daughter. Oh, Dankeschön. Dankeschön, ihr Lieben. Dankeschön für alles. Gott segne euch und eure Familie, ihr Bruder. Danke fürs Neike, Teile, für die ganzen Geschenke. Gott, für die ganzen Geschenke. Gott segne euch. Gibt euch das zehn Millionenfache zurück. Möge der Herr euch segne und beschützen. Und euch das doppelt so zehn Tausendfache zurück. Amen. Ja, alles zu rechtfertigen. Der Koran sagt, dass die Frau geschlagen werden soll. Der Moslem da hingegen behauptet, dass der Prophet sie mit dem Suwak geschlagen haben soll. Er wollte nie die Frauen wehtunen. Wenn es so wäre, wieso? Um Gottes Willen schreibt Allah diesen Vers im Koran und nimmt in Kauf, dass viele... ein Moment? Ach, das gibt ein Moment. Es gibt ganze Vampire. Oh, 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 oh. wirst du mich? Oh, 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 wir flowen wir Dem. Ja, wir fluchen? Oh, er ist ja. Aber es verändert sie? Oh ja, wo ist das? Hey! 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 Das ist nur nichts für dich. Alle! Melorien, Melorien, aus reinem Mund, mit dem Singelgold. Ja, das wäre Singelgold. Von uns auf Frieden, Mohammed. Zusammen. Das ist der Sommer in 2024. Das hat man selber zusammengeschnitten. Aus all deinen Lives. Weißt du was? Kräftig. Alle zusammengeschnitten. Sehr gut. Alles zusammen. Alles zusammen. Ja, Mohammed, wollte ich fragen, wer kann sich überhaupt eine Frau zum Islam bekennt? Das ist ja so, wenn sich ein Chicken zur KFC bekennt. Weißt du? Ja, genau. Die Frau muss ja geistig nicht mehr intakt sein wenn sich eine Frau zum Islam bekennt. Ja, die haben sich nicht damit beschäftigt. Sie ist eine von fünf Frauen oder vier Frauen war das. Das Problem ist, die haben sich mit diesen ganzen Bestandteilen nicht auseinandergesetzt. Aber es gibt welche Frauen, die wissen das alles, bleiben trotzdem da. Ja, das ist natürlich die Oberhärte. Von diesen Frauen, ich rede nicht von denen. Die breite Massehärte war gar keine Ahnung, was der Islam ist. Einfach nur geisteskrank. Ja. Und wo du vorhin nochmal angesprochen hast mit Mohammed, dass er die Eiche von Abu Bakr genommen hat und die Tochter von ihm. Weißt du, was so witzig ist? Ja genau, die Reaktion von Abu Bakr ist Katastrophe, ne? Aber du kennst doch die Reaktion von Mohammed, wo andere Sahaba die Tochter von ihm haben wollten. Weißt du doch, ne? Ja, natürlich. Was hat er denn gesagt? Nein, die ist doch 50. Junge. Nein. Das geht doch nicht. Das geht nicht. Erstmal brauchst du einen Traum, dann kannst du die haben. Genau, immer einen Traum. Ein Traum muss her. Okay, Jovan, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich, Armin. Ciao. Hallo. 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 Hallo? Ja. Gott segne dich. Das war gerade aus Versehen, ich bin die ganze Zeit in deinem Leib drin, irgendwie bin ich aus Versehen auf Anfrage gekommen. Ach so, okay, alles klar. So, weiter im Text. Der Vers ist im Koran und nimmt in Kauf, dass viele Menschen es falsch verstehen und Millionen von Frauen geschlagen und verstümmelt werden. Wieso schreibt er dies im Koran und lässt dann die Geistlichen alle Versuche unternehmen, um es als harmlos zu interpretieren? Wäre der Vers in einem nicht heiligen Buch niedergeschrieben, so hätte man dieses Buch schon längst im Mülltonnen entsorgt. Sorry für diesen Ausdruck. Man versucht mit allen Mitteln das Schlagen als harmlos darzustellen, nur weil Allah es gesagt hat. Derselbe Allah sagte auch, euer Frauen sind euch ein Acker. Das heißt, du kannst mit deiner Frau verkehren, wann und wo immer du willst, selbst während sie auf ein Kamel reitet. Die Engel würden sie verfluchen, wenn sie ihrem Mann den Geschlechtsverkehr verweigert. Der Mann, der sie zum Beischlaf zwingt, wird nicht verflucht, denn dies ist sein Recht. Die Engel verfluchen den Muslim nicht, wenn er eine Frau als Kriegsbeute nimmt und sie zum Geschlechtsverkehr zwingt, nachdem er ihren Mann sofort tötete. Der Prophet tat es mit Safiya und dennoch wird er Barmherzigkeit für die Welt genannt. Im Islam wird die Logik verdreht, so dass am Ende der Islam als Befreier der Frau erscheint. Wenn du nur für wenige Minuten vergisst, dass der Koran ein göttliches Buch ist und dass Mohammed der letztgesandte barmherzige Prophet ist und versuchst, der Islam mit all seinen Inhalten und Gesetzen bezüglich Stellung der Frau, des Kriegs und des Dschihads, der Moral, der Beziehung zu den Nichtmuslimen, der weiblichen Kriegsbeuten und der Menschenversklavung zu betrachten, wirst du erkennen, dass der Islam im Vergleich zu den alten Kulturen wie der griechischen, der ägyptischen, der assyrischen und der amazigischen äußerst durchständig ist. Sieh dir mal die Folgen des islamischen Glaubens auf die Stellung der Frau in der islamischen Welt heute an. Die Frau dort steht an der Spitze der unterdruckten Frauen weltweit. Sie steht an der Spitze der Frauen, die häuslicher Gewalt... Ja, die Selbstmordrate für Frauen in den islamischen Ländern ist doppelt und dreifach so groß wie bei allen anderen Ländern, ne? Wahnsinn, ne? Weil die Frauen so sehr leiden, ne? Das ist so krank. Ja. Und die Leute, die hier... Frauen, die hier sind und in Freiheit leben und die den Hijab anziehen, die verstehen das noch gar nicht. Das ist das. Sie verstehen noch gar nicht diese Unterdrückung. Sie denken, mein Hijab ist so, ich grenze mich von euch ab. Ich bin was ganz anderes. Ich werde von meinem Gott geehrt. Dabei ist es einfach nur ein Symbol der Unterdrückung. Mehr ist das gar nicht. Das ist Wahnsinn, ne? Wie man das so umdrehen kann, ne? Damit man den Begriff so pervertieren kann. Das ist so krank. Und in dem Deckmantel so Gottesbefehle, ne? Sie belegt den letzten Platz, wenn es um Bildung, um Rechte und gesellschaftliche und politische Stellung geht. Die Frau bei uns zählt zu den meist sexuell belästigten Frauen der Welt. In den negativen Schlagzeilen stehen wir ganz oben. In den positiven ganz unten. Ist das Zufall? Wo bleibt die Ehrung der Frau? Nur leere Worte. Das alles erinnert mich an eine sehr bekannte Muslime in den USA. Sie heißt Linda Sarsour. Diese Dame will die islamische Scharia überall praktizieren und sieht in Saudi-Arabien ein Vorbild, wie die Frauen behandelt werden sollen. Schwangere Frauen haben dort Anspruch auf Mutterschaftsurlaub und zusätzliches Geld. Somit ehre Saudi-Arabien die Frauen. Schaut bitte, wie diese Linda Sarsour auf die Islamkritik von Ayaan Hirsi Ali reagierte. Frau Hirsi Ali schrieb mal ein Buch über die Beschneidung der Mädchen, die sie als Kind auch erleben musste und dadurch verstümmelt wurde, was bei ihr bis heute Spuren hinterließ und sie psychisch belastete. Linda Sarsour reagiert auf das Buch mit der Aussage, hätte ich die Möglichkeit dazu, so hätte ich ihre Genitalien mit der eigenen Hand rausgerissen. So sieht das aus. Der Muslim, auch so der liberal denkende Muslim. Irgendwann mal zeigt er sein wahres Gesicht. Und wenn es darum geht, dann seinen Propheten irgendwie zu verteidigen oder was auch immer, dann muss er Gewalt anwenden. Beziehungsweise so die übelsten Sätze von sich lassen. Wo man sich denkt, hä, du stehst doch eigentlich so für liberale Auslegung und so. Aber doch bist du doch so voll der hasserfüllte Mensch. Also versteckst du das wahre Gesicht des Islams, hä? Lemme du! Schlimmer ist, die linke Strömung in den USA sieht in Frau Sarsour eine Feministin. Eine freie Frau, die für die Reste der Frau kämpft. Und warum? Nur weil sie gegen Trump ist. Dies lässt alle ihre Äußerungen über Herzegessenheit geraten. Und ignoriert dabei, dass diese Frau für die islamische Scharia wie in Saudi-Arabien steht. Die Reform des Islam bedeutet nicht, dass ich versuche das Verhalten des Propheten schon zu interpretieren, um ihn zu rechtfertigen und ihn weiterhin als Vorbild zu nehmen. Reform bedeutet, ich gehe aus diesem engen, von ihm bestimmten Feld raus und bestimme selbst über mein Leben und trage Verantwortung dafür. Reform bedeutet, raus aus der Knechtschaft. Dies gilt sowohl für die muslimische Frau als auch für den muslimischen Mann. Auf Wiedersehen. So sieht es aus. Raus aus dieser Knechtschaft. Und, äh, Ja zum Leben, Ja zu Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja zu Jesus, Nein zu Religionen. Wir preisen und ehren deinen wundervollen Namen, Herr Jesus Christus. Du, der du gekommen bist, um das Gegenteil von Religion zu tun. Halleluja. Danke dir, Herr. Preis sei dir, Herr Sohn Gottes. Ehre, Preis, Lob und Anbetung sei dir, Herr Sohn Gottes. Allmächtiger. Lob und Dank sei ihm, ja. 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 Ja, aber wir hier in Deutschland hören jetzt alle Frau Hansen zu. Reden tut sie gut. Ja, natürlich, die ist ja auch wieder eingesetzt, damit die kleinen Muslimas da oder beziehungsweise die, äh, anderen Blondinen, deutschen blonden Frauen zum Islam konvertieren. Genau so, für sowas, ey. Mann, ey, ich muss mir, ich muss Zeit finden. Ich muss ein YouTube-Video gegen sie machen. Ich hab ihr geschrieben auf Instagram. Ich hab sie, ich hab sie schon mal drauf aufmerksam gemacht, dass ich ein Video gegen sie machen werde. Ich hab sie schon mal so ein bisschen vorgewandt. Bitte schon mal drauf achten, dass Sie demnächst von Dr. Cheikh Abu Amir ein leckeres Reaktionsvideo zu erwarten haben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Cheikh Abu Amir, dem Arzt, den die Muslims vertrauen. Ich komm jetzt gleich wieder. Hey, wie geht's dir Habibi? Wo ist das? Gut, Habibi? Ex-Muslim. Kennst du nicht diese Ex-Muslim? Kennst du nicht diese Ex-Muslim, der heftigste Cheikh? Kennst du dich, Brata? Kennst du nicht diese Ex-Muslim? Hey, 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 hey. Kennst du nicht diese Ex-Muslim? Hey, 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 hey. Diese, was Shisha-Lokal geht, Bratan, und dann er geht... Bratan, kennst du nicht diesen Ex-Muslim? Er ist der beste Cheikh von ganz Deutschland. Hey, Melik, hallo. Hey, hey, hey. Ex-Muslim. Kannst du rausgehen, Bruder? Nein, ich werde euch das Evangelium hier verkünden, denn so sehr hat Gott mir erzählt, dass es einen angeborenen Sohn gab, damit jeder da nicht glaubt. Jesus Christus kam auf diese Welt, um genau wie dich zu strafen, mein Lieber. Willst du den Herrn Jesus Christus als ein Herr und Heiland annehmen und dein Ehlen sich anbringen? Bruder, geh mal raus, mein Lieber ist ein falsches Weg gerade. Das hört sich so an wie der Kali-Gott von den Hindus, verstehst du? Deswegen sollte man auf jeden Fall zu dem wahrhaftigen Gott und zum ewigen Leben Jesus Christus kommen und deine Schuld vor ihm bereuen und ihn auch vor den ganzen Menschen hier in Deutschland auch kennen. All diejenigen, die Jesus Christus annehmen, gerettet werden sollen. Ist das nicht wunderschön? Denn in Allah haben wir überhaupt nichts rausgekriegt. Ja, Jesus Christus kann dein Retter, aber auch dein Richter sein. Die Menschen suchen nicht aus, wie die den Herrn Jesus Christus haben wollen. Und ich suche mir bestimmt nicht den Schöpfer des Universums als Richter aus. Ich suche ihn mir lieber als Retter aus. Wie oft willst du denn noch Apostelgeschichte 2,17 schreiben? Boah, was ist denn da? Was ist denn da, Mann? Apostelgeschichte 2,17. Mann, 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 ey. Achttausendmal schreibt er das. Okay, dann gucken wir uns das mal an, ja. Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weiß sagen. Ja. Bis nicht ins Herz geht's. Sehr schön. Wundervoller Vers, Amen. Wundervoller Vers, die ganze Bibel ist wundervoll. Mami, darf man Igel essen? Ja, wenn das ein Igel ist, der 82 so Borsten hat, dann ja. Wenn er 3.775 Borsten hat, dann nein. Weil es könnte sein, dass diese mehrere Borsten dann eventuell die Haramstufe Rot einläuten. Verstehst du? Also ich würde es dir nicht empfehlen, aber Allah und allem. Und Allah weiß es am besten. Ja, genau. Jedes Knie wird sich beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Jedes Knie wird sich beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Und wir kennen das ja, der Herr Gottes des Vaters. Ah, wie du willst, mach Sau da Maut auf. Ex-Muslim, wir erkennen dich. Ex-Muslim, we know you. We saw you. So, was haben wir denn hier im Angebot? Razzia, heftig. Wie, Razzia? Razzien bei prominenten Salafisten, Moscheeverbot. Hammer! Endlich! Haha! Reisebote haben im Gesamthelf von 24 Minuten... Jawohl! So will ich das hier sehen. Das Niedersackische Innenministerium hat den Verein Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft in Braunschweig verboten und hat die Platzbehörige Moschee geschlossen. Halleluja! In der Stadt Braunschweig gegen eine bekannte salafistische Moschee vor. Auch in Berlin gibt es Durchsuchungen. Eine Zielperson ist ein prominenter Prediger, der bereits häufiger im Visier der Ermittler war. Auf ihrem Instagram-Account kündigte die Braunschweiger Moschee die gleich mehrere prominente, vermeintlich salafistische Rene an. Heftig! Jawohl! Jawohl! So muss das sein. So will ich meine Kollegen von der Polizei sehen. Wann 26, eh? So will ich meine Kollegen von der Polizei sehen. Endlich! Jetzt geht es richtig hier los. Verbieten diese ganze Bande. Siehst du, die hören auf Dr. Scherer, Wollme. Was habe ich zu denen gesagt? An den Staatsschutz, Verfassungsschutz. Wenn ihr mir zuhört. Geht und verbietet diese Sekten. Die hören auf Dr. Sheikh Abu Amir. Habe ich das nicht vor ein paar Tagen gesagt? Helft dich! Ja, natürlich, der Pia Vogel ist mit dabei. In diese hier deutschsprachige Muslime. Da hat er auch schon sehr viele Vorträge abgehalten. Halleluja! Deswegen hat der Abu Bala so rumgeheult. Und so auf einmal getan, ja, das ist nicht vom Islam, dass der Suleiman A so eine Tat begangen hat. Und wir leben hier und wir sind friedlich und so. Ich dachte, hä, was ist der denn jetzt auf einmal? Ist der jetzt ein Kevin oder was ist denn los mit dem Typen, Mann? Der Abu Abu Amir, der lügt wie gedruckt, der Typ. Der wollte seinen Hintern retten, ey. Hammer! Das ist ja der absolute Wonsen. Ja, das Ding wurde verboten. Warte, ich muss mir das nochmal anhören. Warte, das war so schön. In aller Regel nicht. Und das Heizungsgesetz ist auch kaum eine Lösung für Sie. Ey, was für Heizungsgesetz? Ich will das Richtige sehen. Warte, ich muss nochmal. Das war wie, das ging wie Honig war das. Macht mit beim Check24 EM Tippspiel. Jetzt tippen und Reisebote haben im Gesamtheld von 24 Minuten. Siehst du, wie die Kollegen auf mich hören? Das niedersäkische Innenministerium hat den Verein Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft in Braunschweig verboten und hat die dazugehörige Moschee geschlossen. Außerdem gingen Polizisten in der Stadt Braunschweig gegen eine bekannte salafistische Moschee vor. Auch in Berlin gibt es Durchsuchungen. Eine Zielperson ist ein prominenter Prediger, der bereits häufiger im Visier der Ermittler war. Auf ihrem Instagram-Account kündigte die Braunschweiger Moschee gleich mehrere prominente, vermeintlich salafistische Räder an. Halleluja! So, was sagt denn hier? Warte mal ganz kurz, was ist da los? Gucken wir mal. Razzia bei muslimischem Verein in Braunschweig und Berlin. Berlin-Braunschweig. Razzia am frühen Mittwochmorgen. Einsatzkräfte der Polizei haben Räume der deutschsprachigen muslimischen Gemeinschaft in... So will ich das sehen! Siehst du, wie die Polizei auf mich hört, auf Dr. Sherabu Hamil? Das ist ja genial, ne? Ich erwähne das sogar noch vor ein paar Tagen, ihr, die ihr mir zuhört. Ihr müsst da hingehen und diese ganze Sekte verbieten. Sie dürfen nicht mehr das Internet benutzen. Das ist eine Riesenkatastrophe, dass diese Demagogen das Internet benutzen. Alle Leute dürfen das Internet nicht mehr benutzen. Alle, die mit diesem islamischen Geist vergiftet sind. Sobald Werbung gemacht wird für den Islam, siehst du, dass auf einmal die Leute anfangen, sich noch tiefer mit dem Islam zu beschäftigen und auf einmal Wahnsinnige werden, Mann. Sauder, wir kennen dich! Boah, heftig, sehr gut. So muss das sein. Braunschweig und weitere Objekte in Berlin durchsucht. Insgesamt wurden acht Objekte durchsucht. Wie ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums. Glaub mir, jetzt kommen sogar einige Muslime auf den Gedanken zu sagen, siehst du, der Armin, der sagt sowas, der ist bestimmt von Staatsschutz. Die hören alle auf den, auf Staatsschutz. So bekloppt. Glaub mir, sobald ich hier sitze, die sagen, das ist die Schuld von Armin. Glaub mir, sobald ich hier sitze, ist die Muslime, die sagen, siehst du, das ist alles die Schuld von Ex-Muslims, seitdem er da ist, ihm passiert diese ganzen Sachen. Wir werden alle verboten. Seitdem dieser Ex-Muslim am Auftreten ist, das kann ja nicht normal sein. Razzien hier, da, da ist alles eingeschlagen. Genial, hören wir weiter. In Berlin ging es nach dpa-Informationen zunächst um zwei private Wohnungen. Es handele sich um Maßnahmen zur Umsetzung eines Vereinsverbots. Dieses Verbot untersagt jede Fortführung der Vereinsaktivität durch die bisherigen Mitglieder und jede Aktivität Dritter zugunsten des verbotenen Vereins, teilte der Sprecher mit. Das niedersächsische Innenministerium hatte in der Vergangenheit mitgeteilt, dass der Verein aus Braunschweig ein Anlaufpunkt für salafistische Prediger sei. Weitere Angaben zur Razzia wollte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Durchsuchungen nicht machen. Über die Maßnahme hatten zunächst der Norddeutsche Rundfunk und der Spiegel berichtet. Demnach soll die DMG schon länger im Visier der Ermittler sein. Zielgruppe des Vereins sollen vor allem junge Menschen sein, die auch durch Videos auf YouTube und TikTok erreicht werden. Und darum geht es. Diese Leute haben durch TikTok und YouTube Riesenreichweiten aufgebaut. Da können sie ihre komischen Sachen da den ganzen Jugendlichen in die Köpfe reinjagen. Das ist doch Wahnsinn sowas, Mann. Sofort verbieten. KI erstellen. Die dürfen diese Plattform nicht mehr benutzen. Fertig, aus. Da haben wir schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung gewählt. Oder sind wir in die richtige Richtung gegangen. Einen Schritt in die Vernunft. Solche Leute dürfen doch nicht Internet benutzen. Sie versuchen zu missionieren. Und da geht es nicht gut aus, weil diese Leute nicht dem Grundgesetz bzw. dieser Verfassung hier in Deutschland konform sind. Sie sind nur so lange konform, wie sie die Oberhand haben werden. Und das durch Glaubensanhänger. Der Schutz von 2022 ist die DMG dem globalen Netzwerk der Muslimbruderschaft zuzurechnen. Wahnsinn. Wesentliche Aktivitäten seien die Missionierungs-, Jugend- und Bildungsarbeit. So werden unter anderem sogenannte Koran-Camps ausgerichtet, schreiben die Behörden. Seit Mittwoch ist der Verein offiziell verboten. Im Laufe des Tages soll es weitere Informationen zur Razzia und zum Vereinsverbot geben. Anlaufstelle für Salafisten. Hammer, sehr schön. Rat. Noch immer ist ein 34-jähriger türkischer Staatsangehöriger in Hagen in Nordrhein-Westfalen flüchtig. Die Polizei sucht mit einem Großaufgaben. Razzia bei der SPD, 1000 Polizisten und... Groß Razzia im Norden von Deutschland. Syrische Schleuserbande in U-Haft. Bei einer Razzia in 5 Bundesländern hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen mehrere mutmaßlich eingeschleuste Syrer entdeckt. Es seien fünf Haftbefehle gegen mutmaßliche Schleuser vollstreckt. Wahnsinn, ne? So muss das sein. Das sind doch mal schöne Nachrichten, oder? Good News. Breaking News. Das sind wirkliche Breaking News. Dr. Schecher, wo haben wir der Nachrichtensprecher? Hammer. Sehr, sehr schön. Wundervoll. Wundervoll, das ist ja wundervoll, Pavlito hier. Da musste ich direkt mal das Ganze mit den Geschwistern hier teilen. Hast du gut gemacht. Ach ja. Ach ja. Komm, wir preisen den Herrn Jesus Christus für seine wundervolle Taten. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. um seines Namens willen. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stamm, wo stark dröst du dich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Höhen und schenk es mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein lieben Land. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Immer da. Amen. So sieht es aus. Wir sagen Ja zu Jesus Christus und Nein zur Welt. Wo genau hört man sowas schönes? Einfach auf YouTube eingehen. Psalm 23. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, ihr Lieben. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er in dem Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Amen. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht. Und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Amen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israel, sein Tor. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Amen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarnt, so erbarnt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Städte kenne sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Mund halten. Gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Amen. Lobet den Herrn, meine Seele. Genau, Psalm 103. Sehr gut. Welch ein wundervoller und heiliger Gott, der Jesus Christus ist. Voll Gnade und Gerechtigkeit. Amen. Und nicht wie so ein fliegendes Schienenbein, das mir hier verkauft wird von irgendwelchen Wüstenarabern. Ich habe auch keinen Ton. Habt ihr auch keinen Ton? Ich habe euch doch gesagt, wenn ihr nichts hört, müsst ihr oben da, wo mein Profilbild ist, schauen, ob dieses Zeichen da ist. Guckt mal jetzt. Achtet da drauf. Jetzt steht da Mikrofon durchgestrichen. Guckt. Sehst du? Und jetzt ist es wieder aus. An, aus, an, aus, 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 an, aus. Versteht ihr? Für die, die es noch nicht kennen. Aber du hast das Zeichen gesehen, ne? Nein, das stand nicht wie. Hier, guckt doch nochmal, Leute. Guckt mal. Da oben links, wo mein Profilbild ist, da wo Ex-Muslim steht, da wo die 203.000 auch sind. Da taucht jetzt ein Zeichen auf. Guckt euch das bitte an. Da kommt jetzt ein durchgestrichenes Mikrofon. Das ist so unglaublich. Ich komme jetzt auf jeden Fall gleich wieder. Einen Moment, bitte. Lasst uns die Likes wieder zurückziehen. Hey, hey, hey. Was soll das? Lasst die Likes mal jetzt da. Außerdem kann man die nicht mehr drücken. Das ist unmöglich. Unmöglich. Gott segne euch alle, wundervoll. Reis sei dem Herrn Jesus Christus. Amen. Psalm 51 Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte. Und telge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Telge sie. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Ja. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Dem Ganzen tust du mir Weisheit kund. Ich gehe hier so ab, dass ich rein bin. Hallo, Batman. Hallo, grüß dich, Bruder. Alles klar? Ja, und bei dir? Wo ist der Robin? Mein Robin ist unterwegs. Der kommt später, heute Abend. Das ist für die Rechtlichkeit. Ja, genau. Aber die wahre Gerechtigkeit empfangen wir durch den Herrn Jesus Christus. Er ist der Gerechte. König der König. Die wahre Gerechtigkeit fühlst du wahr. Bei einem Gott. Es gibt doch nur einen Gott, oder? Oder glaubst du an mehrere Götter? Ne, es gibt nur einen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sonst sind alles Götzen. Ja, die anderen... Guck mal, ich glaube nur an einem Gott. Ich glaube nicht an irgendwelche Heuchler oder so, weißt du? Ja, sie heißt denn dein Gott? Weil gerade im Moment sind zu viele Lügner, Lügenbarone unterwegs und Heuchler. Und denen höre ich nicht zu, so weißt du? Ich lebe mein Leben, mache meine Arbeit, mache mein Geld und das fahrs. Ja, ich glaube, diese Leute haben auch einen sehr langen Bart, ne, immer wieder? Ja, du hast auch einen Bart. Ja, aber nicht in dieser Länge wie diese Leute. Ja, okay, das ist jetzt... Aber Rocker haben auch Bein. Ich kenne ganz viele Rocker, die sitzen auf Motoren und tragen meine Werke. Meinst du, sie sind das auch nicht? Ich rede von Gott und nicht von Rockern, die einfach ihr Leben leben und außerhalb von Gott einfach das machen, was sie wollen. Wir reden hier von Demagogen, die andersgläubige versuchen zu missionieren, und zwar ihren Gott, das Ding, das Schienbein anzubeten. Hat dein Gott ein Schienbein? Weil ich, ne, weil ich lasse jeden seine Religion ausleben, ne? Ich bin kein Mensch, der andere sagt, du musst an etwas glauben. Niemand glaubt an das, was er will. Ja, auch mir Anfragen zu schicken, Mann. Soll ich mal eine runde ringen? Nein, wir können hier keine runde Menschen. Soll ich mal ringen? Nein. Aber guck mal, aber die Menschen, warum sind so viele Lügner auf dieser Welt? Warum lügen andere Menschen? Weil der Mensch, weil der Mensch von Haus aus ein Lügner ist, ein Betrüger, ein bösartiges Wesen, der Mensch. Verstehst du? Aber viele Menschen sind so krank, halt. Das ist eine Krankheit, oder? Alle Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt, sagt die Bibel in Römer 3, 23. Weil, guck mal, ich, ne, ich glaube, ich glaube an einen Gott. Und was andere so erzählen, so, ne, ich glaube nur an die hundertprozentige Überlieferung von Gott. Anders interessiert mich das nicht. Was ist das denn? Was ist der Fall? Ich habe eine Frage an dich, ne? Ich habe eine Frage. An welches Buch glaubst du denn, Mann? Ich glaube an einen Gott, ne? Boah, ey, hier hat kein Nervsatz. Ich bin nicht gegen Muslime. Ich bin nicht gegen Muslime. Das hat doch niemand gesagt, aber welches Buch hast du? Was für ein Buch gehörst du? Was ist denn dein Buch? Mein Buch ist Al-Kitab. Ahlul-Kitab. Ja, also die Bibel. Und ich habe dir eine Sache, mein Kollege. Warum gibt es so viele Regenbogenfragen? Hast du was gewundert, ne? Kann es sein, dass du was genommen hast, oder so? Ja, ich konsumiere nicht, mein Kollege. Also, mir kommt das doch vor, ich bin ein Sportler. Aber ich habe eine Frage, ne? Ja. Warum gibt es so viele Regenbogenflaggen auf so Großgebäuden? Ich stelle mich diese Frage, das hat doch nichts mit Gott zu tun, oder? Ne, absolut nicht. Denn der Satan macht sich hier breit und versucht, so gut es geht, die Menschen... Da habe ich alles, oder willst du mich reden lassen, oder willst du mir in mein Wort? Du hast mir doch gerade die Fahne gestellt und du gehst direkt in mein Wort rein. Das heißt, der Satan versucht sich hier in dieser Gesellschaft breit zu machen. Er versucht sich durch diese Fahne, diese LGBTQ und alles mögliche, seine Ideologie auch in der breiten Masse hier Fuß zu fassen. Ich sage dir eine Sache, mein Lieber. Aber bei den Muslimen hängen solche Fahnen nicht. Ich sehe das nur hier bei Großgebäuden. Bei Muslimen sind solche Fahnen nicht. Was siehst du? Warum hängen solche Fahnen nicht bei Muslimen? Ja, die Muslime praktizieren das Ganze ja. Zum Beispiel der Mohammed hat ja den kleinen PINIS von einem Jungen geküsst. Weißt du was? Du, nein? Du weißt, hast gar keinen Verstand, du weißt gar nichts. Du bist... Aber warte, du hast mich doch gerade was gefragt. Good man. Hallo, good man. Du musst erst mal an deine eigene Nase packen. Auf gut Deutsch gesagt. Du musst an deine eigene Nase packen. Ja, aber du hast mich doch gerade was gefragt, oder? Du hast mich doch gerade was gefragt, warum das bei den Moscheen und bei Muslimen und so nicht ist. Komm, du Quatsch. Du bist eine Quatschstante. Mit dir willst du nicht quatschen, du Quatschstante. Komm, mach voran hier, Quatschstante, du. Oh mein Gott. Du bist eine TikTok-Quatschstante. Du bist eine TikTok-Quatschstante. Siehst du, auf einmal habt ihr gesehen? Selbst der letzte Liberale so Euro-Shisha-Muslim, der solche Aussagen tätig, sobald er hört, dass der Mohamed so was getan hat. Ah, du bist doch eine Quatschnase. Du bist doch bekloppt, bist du doch. So, heftig, ne? Habt ihr es gesehen? Und ich sage das heute sogar noch. Das ist so kaputt. Nix mit seiner Religion zu tun. Gar nix. Auch diese Aussagen, die er getätigt hat. Ja, ich glaube nur an Ahlul Kitab. Also an Leute der Schrift. Der war hundertprozentig auf irgendwas, hundertprozentig. Er hat auf jeden Fall was zu sich genommen. Er hat viel zu sich genommen. Er hat viel davon gehabt. Amir, salamu alaikum, wie geht's dir? Alaikum salam, Gott segne dich für deine Familie. Gott segne dich auch, aber dass du so teuflische Sachen von dir gibst, finde ich scheiße, ne? Das war, was war ich denn? Ja, dass du Jesus, ein Männchen für Gott erklärst und so. Das ist richtiger Schirk, was du machst. Also wenn ihr selber sagt, dass er Gott ist, was du gemacht hast. Möge Allah, der Allmächtige, dich recht leiten. Und dass du nicht so viele Christen mit dir in die Hölle ziehst. Wie kann das sein, dass Allah einfach nur ein Bein ist? Wie kann ein Bein irgendjemand rechts bleiben? Wie kommst du auf so einen Quatsch? Ja, weil Allah das selber sagt. Weil du nur Mist erzählst, ne? Und so viele Christen in den Dreck mitziehst, ne? Du wirst dafür in der Hölle schmoren. Was ist denn bloß los mit euch? Habt ihr alle Crack zu euch genommen, oder wie? Nein, dein Vater nimmt Crack, du Hund. Geh mal in Rewe weiterarbeiten, du Bastard. Gott segne dich von deiner Familie, Firat, ne? Dich nicht, du Bastard, du ungläubiger Hund. Ihr habt es gesehen, ihr Lieben? Habt ihr es gehört? Selbst der letzte Euro-Shisha-Brainwash-Muslim ist so. Heftig, ne? Gott segne ihn und seine Familie. Höke der Herr, seine Seele gnädig sein. Ja, das ist das, siehst du? Hallo. Jetzt hätte ich seinen Kopf zertrümmert, aber egal. Hallo, mein lieber Gott segne dich von deiner Familie. Ja, du sagst immer, Gott segne dich, Liebe, Liebe, Liebe. Aber du lügst über den Islam immer wieder. Warum machst du das? Okay, aber habe ich gelogen. Du hast gelogen, dass Allah ein Bein ist. Warum lügst du über den Hadith? Ja, was ist der denn dann? Der hat ein Bein. Ist der jetzt das Bein oder ist er außerhalb seines Beines? Oder ist er in seinem Bein? Was ist das denn? Warum lügst du? Warum lügst du? Sag mal. Ja, erklär uns das doch. Ja, erklär uns das doch. Du bist doch ein Scheif, sagst du. Du hast doch so viel Wissen. Und du verstehst nicht bei diesem eigenen Hadith? Ja, du bist doch der Muslim. Erklär es uns doch. Warum lügst du über einen Hadith? Warum? Macht es dir Spaß? Wenn er spielt und dass er ein Schienbein hat, ist er in seinem Schienbein oder außerhalb deines Schienbeins? Allah zeigt, dass ein Schienbein steht, aber ist nicht ein Schienbein. Also zeigt er sein Schienbein. Also ist sein Schienbein halt irgendwas nur gewunden oder ist das einfach nur sein Schienbein? Nein, du hast gelogen, dass er ein Schienbein ist. Das ist eine Lüge. Ist doch ein Schienbein. Als Gotteslästerung. Als Gotteslästerung. Wenn er zwei Richter enthalten, ist es Gotteslästerung. Ist das bei euch erlaubt, andere Glauben, andere Götter zu beleidigen und zu provozieren und lügen? Das macht ja dein Gott. Das macht ja dein Gott schon. Und das Beste ist, deine Community, die glauben alles, was du sagst. Die sind alle auf jeden Fall vom Gehirn, von der Gehirnmasse viel, viel weiter und viel, viel höher. Wenn du ein Gehirn hättest, würdest du nicht lügen. Wenn du ein Gehirn hättest, hättest du Mohammed dich als Vorbild genommen. Sagen wir es mal so. Okay, ich frage dich. Du hast ja auch ein Schienbein. Bist du ein Schienbein? Bist du ein Schienbein? Ich bin aber nicht Gott, der sowas behauptet. Ich bin ein menschliches Wesen. Aber du lügst über den Hadith. Du sollst nicht lügen. Aber Gott zeigt die Marion Monroe und sein Schienbein. Was ist das denn? Gute mal. Es ist okay, wenn du über Hadith redest, aber lüge nicht über die Hadith. Nur weil... Dann schlag drauf und lies vor für uns. Ich weiß den Hadith. Du weißt es auch. Allah SWT. Also, was ist das denn? Ich kann dir meinen Zeigen und nicht Allah ist ein Schienbein. Ist das an Allah's Schienbein, hallo, Abdul Wahid, ist an Allah's Schienbein irgendwas gebunden oder ist das nur ein Schienbein? Allah SWT hat ein Schienbein, aber Allah SWT ist nicht ein Schienbein. Okay, wenn er ein Schienbein hat, dann muss das doch an irgendwas gebunden sein, dieses Schienbein. Nein, das interpretieren wir nicht, wir nehmen das so an, wie das ist, wie das so steht. Also muss man das so stehen lassen, dass Allah ein Schienbein ist. Aber ich verstehe, warum du sowas sagst. Es macht dir keinen Spaß. Ah, du weißt, dass wir sehen, wie du das so ganz komisch... Wenn ich dir eine Gegenfrage stelle, hat dein Gott Fuß, Füße, Beine, Hände, Augen, was würdest du antworten? Der Herr Jesus Christus ist Mensch geworden und mit seinem verheirrlichen Körper ist er aufgefahren zu ihm. Antworten meine Frage. Aber ihr sagt, ich antworte dir doch. Aber ihr sagt, ich bin nicht mit jemandem zu vergleichen. Ja, mein Schienbein ist auch mit einer Ameise nicht zu vergleichen. Hat dein Gott Körperteile? Hat dein Gott Körperteile? Habe ich doch gerade gesagt, der Herr Jesus Christus wurde Mensch und mit seinem verheirrlichen Körper ist er aufgefahren. Gott ist im Grunde genommen Geist. Und die ihn anbeten, er muss ihm den Geist und Wahrheit anbeten, er lebt in einem hohen Zugänglichsten. Er ist auch kein Körperwohnungsumma. Weißt du, was der Unterschied ist? Dein Gott hat Körperteile, obwohl er selber ein Geschöpf ist. Bei uns... Nein, der Herr Jesus Christus war schon Ewigkeit Gott und hat sich eine menschliche Natur genommen dazu. Verstehst du? Ja, wie gesagt... Aber was sagst du denn auf einmal zu Allah? Hat er sich auch eine menschliche Natur genommen? Nein. Ja, wie erklärst du dir das denn dann? Allah SWT hat Hände, Füße, aber nicht so wie seine Geschöpfe. Ja, okay. Meine Hand ist auch nicht die Hand einer Ameise. Allah SWT hat gesagt, es ist nicht zu denken. Du kannst nicht darüber denken, wie das aussieht. Du kannst, wie die Sahaba, die Sahaba, zum Beispiel der Prophet Muhammad SAW hat gesagt, dass Allah SWT mit seinem Rechten, und der hat mit seiner Hand so gezeigt, mit seinem Rechten, die Universum am jüngsten Tag rollen wird. Und das nimmt man so an. Das nimmt man so an. Man interpretiert nicht, ja, der hat doch bestimmt, wenn der eine rechte Hand hat, hat der ja bestimmt auch einen Körper. Ja, aber würdest du nicht auf die Gedanken kommen, Abdul Wahid, wenn der Allah seinen Fuß in die Hölle steckt, ja, ist sein Fuß an irgendwas gebunden, oder ist das einfach nur ein Fuß? Wir sind gebunden. Interpretieren wir das nicht, weil du das so machst. Keiner macht sowas. Also willst du mich verändern? Also ist dein Gott wirklich ein Lego-Bausteinsatz, oder was? Das Jenseits kannst du niemals vorstellen. Über Allah SWT kannst du nicht vorstellen. Kannst du nicht. Dein Gehirn. Okay, aber da bleibt trotzdem ein Fuß. Ein Lego-Bausteinsatz. Also er hat einen Fuß, zwei rechte Hände, ein Schienbein, ein grünen Anzug, ein wolliges Haar, wahnlos. Was ist das bitte, Mann? Du kannst das nicht vorstellen. Es ist egal, was du da versuchst, Bilder zu machen, das ist unvorstellbar. Das kannst du nicht vorstellen. Das Jenseits kannst du nicht vorstellen. Und dann, was ist denn der Unterschied, die kleiner Gott zu deinem Hindu-Gott? Alles, was im Jenseits ist, alles, was im Jenseits ist, wird dir niemand vorstellen. Hallo, Abdul Wahid. Hast du die Aussage gefunden, hast du ja krass gehört, als er gesagt hat, wenn ich das meinem Vater gezeigt hätte, der hätte gesagt, was ist der Unterschied zwischen eurem Gott und einem Hindu-Gott, Mann? Ja, es gibt viele Gruppierungen im Islam, auch im Christentum, auch im Judentum. Ja, das siehst du, der macht ja krass, gehört zu einer Gruppierung. Wir nehmen den nicht an. Ja, aber er liest doch aus den Büchern vor, Sahib Bukhari und die ganze Zeit. Ja, weil er nicht über den Islam schämt. Also er hat erkannt, dass der Islam lächerlich ist. Sahaba haben das, nur die Hadis einfach so genommen, wie der Prophet, M.a.w. erzählt hat. Man denkt nicht darüber weiter nach. Man nimmt das einfach so an. Warum liegt denn Allah auf einem Bett oder sitzt auf einem Stuhl? Aber ich habe bewiesen, dass du gelogen hast. Also mach das nicht. Nein, dass ich das nicht gelogen habe. Das ist unverstehen, was wir da machen. Alle haben das gesehen. Allah ist ein Schienbein. Alle haben gesehen, dass du gesagt hast, dass Allah ein Schienbein ist, obwohl er ein Schienbein hat. Wir denken nicht darüber nach. Allah ist einfach ein Schienbein. Richtig? Ja, du solltest es umgedreffen. Hast du Abdel gehört? Ja. Du solltest es umgedreffen. Abdelwein, Abdelwein. Allah ist ein Schienbein, ja. Man bestätigt das noch. Ich bin sicher. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich. Wie crazy, wie crazy. Ja, okay. Wir können uns zwar nicht vorstellen, er hat zwar Körperteile, aber wir können uns nicht vorstellen. Nein. Allah hat einen Fuß, ja. Aber sein Fuß ist nicht wie der Fuß von den Menschen. Ja, okay. Mein Fuß ist auch nicht der Fuß von einem Elefanten. Okay, kein Problem. Aber es bleibt trotzdem ein Fuß. Ja, ist das Fuß an irgendwas gebunden oder ist Allah selber das Fuß? Ja, darüber denken wir nicht weiter. Na ja, dann ist das doch berechtigt von mir zu sagen, dass Allah ein Fuß ist. Unglaublich. Stellt euch mal vor, die Leute erzählen den Muslimen, was für eine Beschreibung sie von Gott haben. Zwei rechte Hände, ein Fuß, ein Schienbein, ein Hintern, ein Stuhl, ein Bett, wo er drauf liegt. Das ist Wahnsinn, Mann. Wer willst du denn sowas erklären? Wer willst du sowas denn näher bringen, Mann? Das ist doch Wahnsinn, Mann. Und dann sagt er, wir nehmen von Masek krass nicht an. Ja, es ist mir doch egal, ob du von Masek krass nicht annimmst oder nicht. Er ernährt sich aber von diesen Büchern, wo halbe muslimische sunnitische Welt sich von ernährt. Unglaublich, ey. Der Allah sitzt oder liegt auf einem Stuhl oder liegt auf einem Bett. Hier, schaut euch das bitte an. Das ist Wahnsinn. Richtiger Stuhlman. Mr. Chair. Ja. So kam ich zur Tür des Paradieses und sie wurde für mich geöffnet. Und so kam ich zu meinem Herrn. Gesegnet und gesegnet sei er. Und er saß auf einem Stuhl oder seinem Bett. Also verneigte ich mich vor ihm. Der Erzähler ist Anas bin Malik. Aktualisiert von Ad-Dahabi. Quelle der goldene Thron. Die Seite oder die Nummer ist 42. Zusammenfassung des aktualisierten Hadithurteils. Die Befehlskette ist korrekt. Sahih, korrekt. Herausgegeben von Abu Ahmad Al-Assal. Heftig, ne? Allah liegt auf dem Bett. Allah liegt auf dem Bett. Das ist so krass. Aber nicht nur das. Während er auf seinem Stuhl sitzt, schießt er auch so Samen raus. Schaut euch das bitte an. Das ist nochmal die Oberhärte. Nicht nur, dass Allah sitzt. Sondern aus seinem Thron kommen sogar Spermien raus. Guckt mal hier. Allah sendet Sperms auf die Erde. Und das von seinem Thron geschossen kommt. Hier auf islamweb.net. Schaut euch das bitte an. Das ist heftig. So, wo finden wir das? In? Pono Momentos. Por favoris. Muchas gracias. Das Buch Al-Mustadraq von Imam Hakim Al-Hafiz. Die Sahih-Bücher. Band 5, Seite 697. Das Buch Al-Mustadraq von Imam Al-Hakim Al-Hafiz. Band 5, Seite 697. Allah sendet Sperms auf die Erde. Er schießt einfach richtige Samen raus. Amir. Ja. Wie geht's? Habt ihr, Jesus? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Alhamdulillah. Schau mal. Du redest hier so groß. War Jesus Mensch? Ist Jesus Gott? Der Jesus Christus in Ewigkeit Gott. Wurde deinem Gott mit einem Stock auf den Kopf geschlagen, du Käfer? Ja, Allah wurde von einer Ziege fertig gemacht. Nein, nein, nein. Warte mal kurz. Wurde deinem angeblichen Gott mit einem Stock auf den Kopf geschlagen, du Käfer? Ja, genau. Dieses Buch. Die Welt runter und die haben Allah fertig gemacht. Eine Ziege hat seine Koran fertig gemacht. Schau mal, was für einen schwachen Gott du hast. Der wurde auf den Kopf geschlagen, der wurde gehandelt, der wurde abgeschabt, der wurde angeschubt. Der ist noch nicht mal in der Lage, eine Ziege aufzuhalten, mein Lieber. Dreckiger Käfer, Mann. Siehst du, was für ein dreckiger Käfer du bist? Du bist der dreckige Käfer. Kleiner Käfer, Mann. Schau mal. Raus hier, du Elender. Raus. 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 Geh ein bisschen schön. Die ist haben in den Gefahren. Die ausgeschossen unter seinem Thron. Raus. Die ist haben in den Gefahren. Die ist 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 in den Gefahren. Wie kann Gott sein? Wie kann Gott, wie kann denn Allah Propheten sein? Wie kann Gott? Siehst du, wie blöd? Erklär mir mal, wie Gott unwissen sein kann und allwissen zu sein kann. Ja, sag mal, warum war denn Allah unwissen an, wenn du den Mut geschickt war? Okay, ich sag mal, bitte, Sura 5, Sura 8, Vers 65 auf. Nein, nein, das hat nichts mit dem zu tun. Erklär mir mal, wie Gott unwissen und allwissen sein kann. Raus, raus, du Wahnsinniger. Wie kann Gott, das ist der beste Satz, IQ über 10 ist Haram. Wirklich, das merken wir immer und immer wieder. IQ über 10 ist Haram. Wie kann Gott, wie kann Gott Mensch werden? Habt ihr das gehört? Ja, anscheinend ist es Allah nicht möglich. Deswegen fragt der Allah ja auch, wie sollte ich einen Sohn haben? Wie? Wie sollte ich einen Sohn haben? Das ist der Wahnsinn. Allah fragt die Leute ja, wie sollte ich einen Sohn haben, wo ich doch keine Gefährtin habe. Genauso ein IQ haben die Leute ja auch. IQ. Vielleicht habe ich ein IQ unter 10, sagt der Abunbarra. Aber wenigstens eine erfreuliche Nachricht. Diese DMG wurde verboten. Bitte verschumt mich mit deinem Kamelo in Issa Pondas. Auf dann. Ja, 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 ja. Okay, du willst dich hören, dann muss ich blockieren. Weil auf so einem Niveau habe ich keine Lust. Wir können ein bisschen Spaß machen, scherzen, ein bisschen lachen, aber auf dieses Niveau die ganze Zeit weiterreden, das ist ja Bärmann. Da spare ich ja lieber meine Nerven. Geh mal weg. Ja, genau, das ist so ein Lego-Anbieter, genau, Lego-Baustein, äh, Bausatz-Anbieter. Da sagen die zu uns Baby-Anbieter, aber dass Allah ein Hijab trägt und auch die Gebärmutter an dem Gewand von Allah zieht. Ja, das ist den Muslimen egal. Eine Gebärmutter zieht an dem Gewand von Allah. Wundervoll. Und debattiert mit Allah die Gebärmutter. Amir, wie war dein Tag bisher? Ja, sehr, 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 sehr freudig. Ein freudiger Tag war das bisher. Wie hältst du das aus, ohe? Sehr, sehr gut hält dich das aus. Der Allah, was du über ihn redest, geredet, was? Der Allah, was du über ihn geredest, ist auch euer Allah. Der hat Isa gemacht. Ne, dein Allah ist nicht unser Allah. Dein Allah ist höchstens der Widersacher, aber nicht Vater, Sonn, Heiliger Geist. Das muss dir bewusst sein. Oh, mein Gott. Ja, der Gott der arabischen Bibel hat einen Sohn namens Dessua al-Masih. Und der Gott des Korans verflucht all diejenigen, die sagen, dass er einen Sohn hätte oder gar der Vater wäre. Ja, Jesus spricht Gott immer mit Vater an. Wenn wir die Muslime fragen, war Jesus ein Muslim, sagen die ja. Dann sagen wir ja, wieso sagt er dann zu Gott Vater? Kannst du auch zu Allah Vater sagen? Da kommt auf einmal die Stille. Allah ist nicht der Vater. Allah ist einfach ein Mondgott aus Saudi-Arabien. Nein, nichts mehr, nicht mehr, nicht weniger. Oh Gott, sein wir sind weg, wie ich. Ja, wer das Wort studiert oder auf die arabischen Lexikon draufgeht, ne, Al-Hilal, der Halbmond, Al-Hilal, wird er merken, dass auch Allah, das Wort Allah, eigentlich die mächtige Schlange bedeutet. Der Scheich Johannes hat das damals sehr gut erklärt, das ist so krass. Allah, die mächtige Schlange. Heute werde ich mal ein Thema mit euch absprechen. Und zwar der Halbmond und Mondgott in der arabischen, islamischen Welt. Was bedeutet eigentlich auf Arabisch das Wort Halbmond? Das würden wir ja mal gerne wissen. Ja, was bedeutet das Wort Halbmond im Arabischen? Das müssen die Muslime herausfinden, Halbmond. Das, was die ganzen islamischen Länder als Flagge haben, Halbmond und Stern, Al-Hilal. Man kann jetzt einfach googeln, mit dem googeln Übersetzer. Und dann stellt man fest, dass das Wort Halbmond Al-Hilal bedeutet. Man kann das ja auch anhören, das Wort Al-Hilal. Hier ist das Wort Al-Hilal. So, welche Bedeutung hat eigentlich dieser Halbmond Al-Hilal in der arabischen Sprache? Und zwar in den arabischen Duden. Also in den Wörterbücher der arabischen Sprache. Arabisch, Arabisch, Wörterbuch. Ich habe ja fünf arabische Wörterbücher untersucht, um nach dem Wort Halbmond Al-Hilal zu suchen. Also, erstmal habe ich das erste, und zwar Al-Kamuz Al-Muhid. Al-Kamuz Al-Muhid. Das habe ich ja untersucht, um zu sehen, was das bedeutet, das Wort Halbmond Al-Hilal. Ich habe drin folgendermaßen festgestellt. So, und zwar, das Wort Al-Hilal, das hier, bedeutet, hier steht das Al-Hayya, Al-Hayya au-Zakar-Minha. Das bedeutet, die Schlange oder die männliche Schlange. Das zweite Duden auf der arabischen Sprache nennt sich Al-Muhid, Al-Muhid. Das ist ein Buch, was ich mir runtergeladen habe. Und dann stelle ich auch das gleiche fest. Hier steht Al-Hilal Al-Hayya al-Zakar. Auf Deutsch heißt das Al-Hilal, die männliche Schlange. Heftig, ne? Die männliche Schlange. Das dritte Buch, wo ich das untersucht habe, war Lisan al-Arab. Lisan al-Arab bedeutet die Sprache der Gezunge der Araber. Ja, Lisan, die Zunge der Araber. Drin habe ich eben nach dem Wort Al-Hilal gesucht. Und stelle ich fest, hier steht es ganz genau, Al-Hilal Al-Hayya Makan. Warte mal, ich mache mal ein Kreuzchen dran. Oder ein, also hier steht es, Al-Hilal, Al-Hilal bedeutet Schlange. Hilal bedeutet Schlange. Noch besser, hier steht, Das heißt, die männliche Schlange. Das vierte Buch, Arabische Duden, Wörterbuch, Arabisch, Arabisch, nennt sich Maqayis al-Loha. Die ganzen arabischen Wörterbücher. Hier steht nach dem Wort Al-Hilal. Al-Hilal, die mächtige Schlange. Al-Hilal haben wir besucht, befunden Folgendes. Das gleiche, Hilal bedeutet Schlange. Auf Arabisch nennt sich das Al-Hilal Al-Hilal, die mächtige Schlange. Also die Schlange. Auf meinem Kanal Ex-Muslime klären auf TV, einfach in YouTube eingeben, Allah, die mächtige Schlange. Arabische Duden, Wörterbuch, Arabisch, Arabisch, nennt sich As-Sah-Fil-Loha. As-Sah-Fil-Loha. Und er spricht auch von Hilal und bedeutet die Schlange. Hier ist das Wort die Schlange. So, das ist eine Feststellung, dass alle arabischen Duden immer die gleiche Sprache sprechen und die besagen, dass Hilal Halmond die Schlange ist. So, was hat das eigentlich mit dem Wort Allah oder mit dem Namen Allah zu tun auf Arabisch? Ja, was hat das damit zu tun? Also wir müssen jetzt mal untersuchen, was Allah bedeutet. Während ich weg bin, lasse ich das einfach ab, weiterspielen. Dann könnt ihr euch das anhören. Das ist sehr, sehr wichtig ist das. Am Anfang habe ich das Wort Allah untersucht. Das war das Wort Allah untersucht und und zwar in Makayis, in Makayis-Loha und hier steht Allah ist der Name der Name von Allah. So hieß Allah der Name von Allah. Aber wir suchen das Wort Allah selbst und zwar in Lisan Al Arab. In der Zunge der Araber so stellen wir fest, dass der Name Allah ursprünglich heißt er, heißt es erstmal Allah und dann von dem Allah kam eben das Wort Al-Ida, das ist das hier und danach haben die das geändert auf Allah und dann wurde das geändert auf das Wort Allah das ist diese Gelbete am. Der Ursprung war Allah und dann hier heißt es Ilah und davon kam es Al-Ida dann Allah und da kam das Wort Allah. Ja und was bedeutet das hier weiter? Interessant, wenn man weiter geht, steht sehr wichtige Sache dabei und zwar hier steht es Wal-Ilah Al-Hiyya Al-Azima Wa-Hiyya Al-Hilal und die Ilaha die mächtige Schlange Al-Hilal also das Wort Allah ursprünglich kommt von die Schlange die mächtige Schlange So haben wir jetzt mal den Namen Allah eigentlich schon mal herausgefunden woher das kommt und was das eben mit dem Halbauen zu tun hat So, Funde in der arabischen Halbinsel von Allah machen wir mal das Bild wieder ein bisschen größer So hier ist es der Halbmond mit dem Stern oder die beiden Hörner als Name von dem Mond Gott von Allah Ein anderes Bild ist das hier die beten hier den Halbmond mit dem Stern also hier ist der Halbmond hier ist der Halbmond und da ist dann eben dieser Stern zusammen ist das Allah zusammen Ein drittes Bild ist das gleiche da haben wir wieder mal tatsächlich dieser Halbmond und tatsächlich auch diesen Stern So was hat das Ganze eben mit Allah zu tun benutzen die Araber irgendwie dieser Halbmond mit dem Stern schauen wir mal die Flaggen in der islamischen Welt Asabidjan Halbmond mit Schlange Malaysia Halbmond mit Stern Moritanien Halbmond mit Stern Pakistan Halbmond mit Stern Schlage der Sahara Halbmond mit Stern Türkei Halbmond mit Stern Tunesien das Rote Halbmond mit Stern Also so stehen wir fest dass die islamische Welt glaubt an einem Allah und dieser Name Allah ist Al-Hilal der Halbmond und wir haben festgestellt dass Al-Hilal die Schlange bedeutet und dass der Name Allah die Urschlange ist So vielen Dank für das zuhören bis zum nächsten Mal Gott segne Amir. In Gottes Segen. Deine Familie. Danke, deine auch mein Bruder. Amir, ich habe nur eine kurze Frage. Ja. Wegen dem fünften Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Wie sieht das eigentlich aus bei Soldaten? Ja, es ist eine Sache, die wir sehr oft hier besprochen haben. Ein wiedergeborener Christ wird nicht zum Soldat oder zur Obrigkeit. Weil es kann sein, dass deine Waffe auch gegen deine eigenen Geschwister gerichtet wird. Das ist heftig. Willst du dann auf deine eigenen Geschwister schießen oder wie? Nein, natürlich nicht amir. Siehst du, also musst du selber abwägen. Das Soldat sein. Wir haben viele Ex-Soldaten, die sich dann einen anderen Job gesucht haben. Weil sie wiedergeborene Christen wurden. Das geht ja, aber nicht beim Bund so leicht. Das glaubst du, ich weiss du auch selber. Ich weiss. Deswegen musst du überlegen, was du da machst. Ja, also die Bibelstaktik um klar. Dass wir nicht zur Obrigkeit werden sollen, sondern wirklich uns der Obrigkeit unterordnen. Okay, hab ich so verstanden, Amir. Dankeschön. Ja, Gott segne dich und deine Familie, ne? Meinen auch, Amir. Amir, wann ziehst du überhaupt mal wieder so einen Tauchanzug an und ABK wieder so Videos? Ja, wenn ABK irgendwann mal ein Islam-Video macht oder sowas, dann reagier ich mal da drauf. Dann zie ich wieder den besten Tauchanzug an der gesamten Stadt. Gott segne dich Amir, mach's gut. Gott segne auch dich, mein lieber Gott segne dich. Habt ihr das Video noch gehört, ihr Lieben? Heftigen Schlange, Alter, ne? Heftig, ne? Absolut krank, absolut krank. Aber wie gut der Startapparat hier funktioniert, ne? So, die haben schon sehr viele Leute im Blickfeld. Das ist krass. Mit welcher Technologie die da arbeiten, die geben das nicht preis. Das ist Wahnsinn. Wie einige Behörden auch miteinander gut vernetzt sind und miteinander gut arbeiten können. Hammer, wundervoll. Einfach nur genial. Das macht der Herr mit seiner Obrigkeit. Wundervoll. Wundervoll. Mein Song hat ihm nicht gefallen, ne? Ist ja direkt weggegangen. Was war das? Leute, besorgt euch alle Deutschland-Trikot, zieht es an, ich hole mir auch ein Deutschland-Trikot Ausländer für Deutsche, für Deutschland, AfD Ausländer haben wir für Deutschland Besorgt euch alle Deutschland-Trikot und macht Bilder damit Wir sind Germany, we are Germany We are living here in Germany, we are for Germany And for Christ, for Christ first Jesus first, then everything else Amir, für Asylanträge, was? Hallo? Amir, kannst du, wenn du nicht da bist, wirst jemand Psymone laufen lassen, damit es nicht leise ist, ja Ich werde gucken, dass ich demnächst vielleicht Psymone laufen lasse Schaust du dir die EM an? Allah ist der größte, ja, der größte Listenschmied, genau Allah ist der größte, größte Listenschmied Suche 3, Vers 54 Und sie schmieden deine Liste und Allah schmiedet deine Liste Und Allah ist der beste Listenschmied Sehr gut erkannt, Nail Karaman Die Albaner wissen ganz genau, was Kar bedeutet Kar Der bringt den Kar am Mann Ich gehe kaputt Kar am Mann Der bringt den Kar am Mann War mal, sehr gut Nail Die Albaner wissen genau, was Kar bedeutet Ja, Kar, ihr wisst schon ganz genau, was das ist Jetzt sehe ich schon die ersten mit Deutschland-Fahnen hier rumfahren Wahnsinn Germany Warum hat denn die Polizei vor mir keine Fahnen da? Die sind doch Deutsche Ah ne, Entschuldigung, sie müssen ja LGBTQ-Fahnen haben Das ist so heftig Sie müssen neutral bleiben Sie dürfen sich nicht zu irgendeiner politischen Bewegung bekennen Und dann sehen wir auf einmal, dass sie doch diese Regenbogenfarben haben Welche dann zu LGBTQ gehören Ja, super Aber zum eigenen Land darf man überhaupt nicht stehen Schwarz, Rot, Gold ist natürlich Ja Wird nicht gern gesehen Ich glaube, ich besorge mir auch Fahnen Der Abu Bizeps Der ist ja der Überdeutsche Der Abu Bizeps Der Daniel Der ist der heftigste Adel auf die Brust tätowiert Der ist mehr Deutscher als ein Deutscher Der ist einfach zu sagen Hallo, mein lieber Gott, es ist schon deine Familie Oha, wo bin ich jetzt hier, in der Kirche? Nein, du bist hier bei Nein, du bist hier bei Ex-Muslim, dem wahren Schech der Schiuchst Kannst du Deutsch sprechen, bitte? Und dann noch diese blöden nachher noch reinmachen Warum bist du blöd? Hör doch auf Schämt der sich kein bisschen, dieser alte Sack, ey Gott segne ihn Hängt der hier auf TikTok, dieser alte Sack Und macht den ganzen Tag nur Unsinn, ey Ja, genau, ehrlich, richtiger Alter Nein, nein, Kadermann, nein Hör auf mit dieser Anspielung Der hat dir richtig gegeben Das geht in die Hose Nein, Kadermann Mach bloß nicht diese Zweideutigkeit Mit deinem Namen Car Sonst hole ich Abo-Bizeps, der macht dich platt, Kadermann Hör heftig Da holen sich diese Psychiatrie-Leute Machen sich einen Account und kommen auf TikTok Und weiß ich nicht Die labern dann den ganzen Tag so einen Unsinn Und geben so einen Schrott von sich Das ist unfassbar Null Geistlichkeit Keine wichtigen Themen Einfach so, wie so Wie nennt man sowas Einfach tot in sich, oder wie Einfach so, ja komm, wir leben unser Leben Sollen die anderen sich drum kümmern, ne Heftig, das ist so traurig, ey Und so geht es dann weiter Wie so ein Lauffeuer Ja, soll der andere sich drum kümmern Soll der andere sich drum kümmern Immer der andere, immer der andere Wie damals mein Vorarbeiter Wo ich mit dem über die ganzen Bestandteile geredet habe Ja, komm Armin, du Weltverpasserer Soll sich ein anderer drum kümmern Alles klar Ich bin heute mal wieder bei meiner Wie nennt sich das da bei denen in der Kneipe Bei meiner Runde Stammtisch, genau, Stammtisch Stammtisch, Hauptsache Freitag zum Stammtisch Und dann erstmal 850 Pilz trinken Und dann mit Pipi in der Hier, sag mal schnell Mit Pipi in der Hose dann nach Hause laufen Sehr schön Wundervoll Das ist natürlich das Leben Das ist natürlich das Leben That's life Na 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 Life is a life Alala Einfach 1000 Bier trinken Freitags zum Stammtisch Sollen die anderen sich drum kümmern So traurig So traurig Stellt euch mal vor Alle würden Aufklären Alle wären so wach Alle würden so ihr Mund aufmachen Was meinst du, was hier los wäre in Deutschland? Dann wäre natürlich Ein ganz anderer Wind würde hier wehen Du meinst Mohammed oder was? Der hat ja, den ganzen Tag hat er getrunken Heftig, ne? Der hat fermentierten Also richtigen starken Wein Hier gegärt Das ist heftig Der Mohammed hat richtig starken Wein gegärt, mein Lieber Und da gibt es einen Scherr in YouTube, der das thematisiert in einem Interview Die Fragen, den hat der Mohammed Wein gesoffen Hat der gesagt, ja, ja Die waren immer betrunken Der Koran zeugt sogar davon In Zure 4, 43 Kommt nicht besoffen zur Moschee Also die Sahaba und Mohammed, glaube ich Die kamen dann immer besoffen zur Moschee an Heftig, ne? Ja, Eben Sinna kannst du den nennen, den du in den Spiegel siehst, mein Lieber Eben Sinna, da machst du nichts verkehrtes Wenn du das in den Spiegel guckst und das mal sagst Ja Das sind dann solche Wörter, die dann eventuell zu dir passen, ne? Weil du wirst ja, ne? Durch Mutter-Ehe bist du dann ja gezeugt worden Schade, schade, schade Nabi Asli zeigt das auch mit Alkohol Ja, sehr gut, siehst du da Hier, auf den Kanal könnt ihr auch gehen Nabi Asli und dann Alkohol, ne? Zeigt ihr das auch? Danke So much love Burak Airlines Burak Airlines Schneiden Sie sich an Wir landen in Kürze in Allahs Himmelreich Wenn Sie da noch etwas debattieren möchten Dann nehmen Sie sich noch ein bisschen Proviant mit Ansonsten schneiden Sie sich jetzt an Und genießen Sie die Fahrt Burak Airlines wünsche Ihnen einen Angenehmen Aufenthalt bei unserer Airline Danke, dass Sie dabei sind Burak Airlines hat gesprochen Der Kapitän von Burak Airlines Wurdest du als Kind gut behandelt? Ja, natürlich Aber ich glaube, Mr. Wer ist das? Abu Uzzel Der wurde natürlich als Kind sehr, sehr hart misshandelt Aber ist ja nicht schlimm Wir werden demnächst eine Seelsorge für dich einrichten Da kannst du dann gerne deine Probleme dann äußern Ist kein Thema Wir nehmen dich auf Ist überhaupt nicht schlimm Stell dich deinen Problemen Wir sind nicht da, um dich zu verurteilen Also wenn du schon als Kind dann diese Sachen erlebt hast Wir werden dich auffangen als Community Es ist überhaupt kein Problem Du kannst dich mir öffnen Wir nehmen dich mit Herz auf, mein lieber Abu Uzzel Du kannst gerne zu uns kommen Und deine Probleme äußern, schildern Und wir werden da eine gute Problemlösung finden Dr. Scheer Abu Amir und sein Team werden sich deine annehmen Das ist gar kein Thema Du musst einfach nur Ja sagen Und wir werden den Rest dann erledigen für dich Gar kein Problem Wir leiten dann die anderen Maßnahmen ein für dich Gar kein Thema Und wenn es zu bunt wird, dann werden wir einfach diese Jacke benutzen Die dich da so ein bisschen Wo du dich drin fühlst und hin und her wälzt Oh, Ex-Muslim Oh, Hallo mein lieber Gott, wie geht's in deine Familie Ja Was ist das? Was machst du da? Wie, was mach ich hier? Keine Alternative für Deutschland, aha Ja Was machst du da? Bitte? Und was machst du so? Nix Ich bin ein ganz normaler Typ, der arbeiten geht Der bisschen Livestream macht Okay, und was thematisierst du so? Ich finde es nicht okay, dass die AfD gewählt wird Und was sind deine Gegenargumente dafür? Es gibt genug andere Alternativen, aber man braucht jetzt nicht sich auf die Seite von Nazis stellen Wer sagt denn das? Warum Nazis sind? Es sind Nazis Woher weißt du das denn? Äh, kennst du den rechten Flügel? Ja, aber woher weißt du das? Hast du mit diesem... Ich frage dich ja, ich hab dich doch gefragt Hast du dich mit diesem Politiker unterhalten? Weißt du, was der rechte Flügel ist? Also bei der AfD sind sehr viele Ausländer auch Mitglied Das ist nur, das ist nur um Sympathie zu bekommen von den Leuten Wie Sympathie zu bekommen? Ja Die wollen einfach die Sympathie der Menschen Die wollen einfach sagen, ey, guck mal Hier sitzt jetzt auch ein Afrikaner Der ist jetzt auch hier in der AfD Ja, okay, aber warum macht das denn nicht NPD, um da so Stimmen zu bekommen? Wäre doch genau diese Logik, die du an den Tag liegst, oder? Wenn das so eine richtige Nazi-Partei wäre Warum macht das dann nicht zum Beispiel die NPD? Was meinst du? Die NPD Ja genau, nach deiner Logik nach hätten sie Stimmen bekommen können, durch einen Afrikaner dann rein zu tun Guck mal, die AfD ist einfach nur, die wollen einfach nur das Bild so rüberbringen, dass sie nicht schlimm sind, dass sie keine Nazis sind Ja, das wollen sie so rüberbringen, das wollen sie so rüberbringen, aber die sind halt Nazis Wie soll ich nicht sagen? Ja, aber das sind ja Vermutungen oder Anschuldigungen, die du da sagst Ja, okay, dann erklär mir mal, warum wollen sie denn uns alle hier raushaben? Ich bin doch gar nicht, ich bin weder für AfD oder sonst für eine Politik Aber wenn du hier hinkommst und solche Anschuldigungen stellst Und solche Behauptungen aufstellst Dann solltest du ja auch dementsprechend damit auseinandergesetzt haben Oder bist du einfach nur so ein Mainstream-Vorzeigemuslem, der einfach so... Ich bin kein Muslim Ich bin kein Muslim Warum bezeichnest du das nicht? Warum bezeichnest du das nicht? Stimmt, du bist ja kurdisch, Julian Ist ja noch schlimmer für dich, wenn der Islam hier Fuß fasst Aber was hat das mit dem Islam zu tun? Ja, weil der Islam mag überhaupt nicht solche Leute wie dich Also, es gibt gut und schlecht von jeder Art und Weise, ne? Das weißt du nicht Hä? Was hat das denn damit zu tun, wenn also die Schriften voll sind von diesem Wahnsinn Und wenn sich ein Muslim darauf dann beruft... Der politische, der politische Islam, meinst du? Der politische Islam, ist der Koran politische Islam, oder was? Ist das Leben von Mohammed der politische Islam? Das ist doch nur ein Name, der so gegeben wird, damit die Leute hier nicht auf die Gedanken kommen Okay, okay, dann darf ich dich mal fragen Dann darf ich dich mal fragen Gibt es denn überhaupt... Warte, dann frage ich dich jetzt mal ganz genau Weil du sagst ja, alle Muslime sind so, ne? Ich habe nicht gesagt, alle Muslime sind so Ich habe gesagt, wenn der Islam hier Fuß fasst und die Anhänger wissen ganz genau... Warum sollte der Islam in diesem Land, in einem deutschen Land Fuß fassen? Erzähl mal Weil die Muslime die Minderheit sind, die lautstarkste Minderheit Die auch bereit ist Gewalt anzuwenden, um ihre Ziele durchzusetzen Was hältst du denn davon? Das sind nur so Leute wie Pia Vogel und so, ja Also ich habe gesehen, ich habe in Hamburg etwas ganz anderes beobachtet Nicht nur Pia Vogel Nicht nur das, nicht nur das Also es brennst dich für dich, wenn der Islam sich hier breit macht Sowohl für dich als auch für alle anderen hier Warum erkennst du nicht da die Gefahr? Aber bei AfD erkennst du auf einmal die Gefahr Ja, aber muss ich dann die AfD dafür wählen? Das hat nichts damit zu tun Ich will dir doch sagen, dass es eine andere Ideologie gibt, die bereit ist, dich in die Ewigkeit zu schicken, weil du nicht Muslim bist Okay, und dann, okay, gut Okay, gut Dann nehmen wir mal an 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 Du hast recht, okay Wir nehmen einfach mal nur jetzt kurz Du hast recht, okay Nehmen wir mal an Aber du willst doch selber von deinem Glauben überzeugen Ja, aber ich komme nicht mit einem Schwert an ihr Hals und sage entweder du glaubst an das was ich glaube Oder du gehst jetzt in die Ewigkeit Okay, vielleicht fühle ich mich auch genervt von dir, dass du sagst Christi Ja, dann kannst du ja auch abschalten Dann kannst du ja auch abschalten Ich gehe halt nicht auf die Straße und sage Ja, wir fordern einen Gottesstaat Einen christlichen Gottesstaat und sowas Verstehst du, was für Vergleich du da ziehst? Vergleiche, also echt Was ist ein Vergleich? Du vergleicht also Äpfel mit Törne Du gehst von Politik auf Religion über Was hat das mit Religion zu tun? Ich will damit nur sagen, mein Lieber Dass man den Islam mit Vorsicht zu genießen hat Und du weißt, was der Islam seit 1400 Jahren getan hat Und du siehst, was die Muslime weltweit Wenn sie die Aber es lebt doch nicht mehr Es leben doch nicht mehr alle so Mehr nach Es leben nicht mehr alle so Was meinst du, was in den Köpfen der Muslime abgeht Wenn sie die Möglichkeit hätten, dieses Land zu übernehmen Sofort, wenn sie es machen Okay, dann Für welche Partei bist du denn jetzt deiner Meinung Ich bin überhaupt für keinem Ich bin für Jesus Christus Und dass die Menschen eine Entscheidung für ihn treffen sollen Ich bin weder politisch engagiert noch gar nichts Ich kläre nur auf Und wenn ich lese, dass zum Beispiel Imam At-Tabari in seinem 9. Band auf der Seite 69 schreibt Dass die Araber die edelsten Menschen in der Abstammung sind Und dass die alle Menschen bekämpfen werden, die nicht an Allah glauben Und was denjenigen betrifft, der nicht an Allah glauben möchte Werden wir ihn für immer bekämpfen und ihn zu Nacken therapieren Ist eine Kleinigkeit für diese Leute Weißt du was das heißt Dich nacken zu therapieren Ist eine Kleinigkeit für diese Menschen Tolle Ideologie Dann darf ich mal fragen ganz kurz Zum Beispiel Diese ISIS Anhänger und so ne Warum gibt es dann Warum gibt es dann Das sind wahre Muslime Natürlich Wahre Muslime Die letzte Etappe in Mohammeds Leben Aber warum sagen dann viele Muslime Dass das keine Muslime sind Weil die sich im Grund und Boden schämen Deswegen Sie wünschten sich Sie könnten die ganzen Hardcore Verse aus Koran, Hadith und Sunna löschen Damit sie nicht von der Welt kritisiert werden Das ist das Problem was wir haben Muslime schämen sich im Grund und Boden Und wissen dass ihre Religion so gewalttätig und brutal ist Aber versuchen mit allen Mitteln Den Islam und den Koran zu missinterpretieren Aber die Tafside sind da Klar und deutlich Allahs Befehle sind klar und deutlich Und die Aussagen der Gelehrten sind klar und deutlich Es liegt also an dem ein oder anderen Muslim Der nicht heutzutage mehr Heutzutage so ein Land erobern möchte Und so Der lebt einfach hier in Europa Sein Leben Geht seiner Arbeit nach und so Die meine ich gar nicht Ich meine diese Leute Die mit Koran und Sunna vergiftet sind Das sind das ist das Böse Nicht der Muslim der in der Shisha-Bar hängt Was hat der denn mit seiner Religion zu tun? Na Alex Von dem geht doch keine Gefahr aus Der würde sich nicht Einem Anschlag oder jemanden Sich in die Luft jagen oder was auch immer Oder an einer Operation beteiligen Nein es geht um diese Leute Die sich auskennen mit Koran und Sunna Und die Aussagen der Gelehrten In ihren Köpfen reingebrettert haben Darum geht es doch Aber bist du nicht der Meinung Es gibt einige die ihre Religion verstehen Und einige nicht? Genau Es gibt diese eure Shisha Muslime Die den Islam nicht verstehen Und darunter gibt es Muslime Die sich von morgens bis abends Mit dem Thema beschäftigen Und zu wahnsinnigen werden Und zwar zu wahrhaben Aber warte mal ganz kurz Ich habe Ich habe mehr Also ich habe Ich habe Manchmal habe ich welche kennengelernt Die sich gar nicht mit ihrem eigenen Glauben Äh 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 Also beschäftigt haben Ja Die haben sich aber Radikalisiert Und nicht die die sich damit beschäftigt haben Nein es geht darum Das ein Muslim Natürlich Es geht darum Das ein Muslim der noch nicht mit dem islamischen Geist befallen ist Er erstmal ganz locker ist Er hat ja gar nichts mit seiner Religion zu tun Sobald er sich mit seinen Schriften auseinandersetzt Die ganzen Tafside verinnerlicht Das ganze auf sich einwirken lässt Und dieser islamische Geist in die Wohnung nimmt Platz nimmt Dann wird er auf jeden Fall Ein richtig wahnsinniger Mensch werden Davon kannst du hundertprozentig ausgehen Da siehst du auch eine Lease-Aktion Als die Deutschen daran teilgenommen haben Ja das ist sowieso Ich bin komplett gegen diese Lease Siehst du Mohammed selber sagte Ich wünschte ich hätte mehrere Leben Dass ich an jedem Äh Jede Kampfeinheit teilnehmen würde Okay gut Darf ich kurz was sagen Wir nehmen mal an Okay Du beschäftigst dich ja schon länger Damit Und ich hab deine Videos ja auch damals schon gesehen Wo du dich mit Abunaji an seinen Stand gegangen bist Und Auf jeden Fall Gut Okay Aber ich hab jetzt Wir brauchen ja eine Lösung Wir brauchen eine Lösung Gibt es denn nicht Dass man Den Koran dann sozusagen Ein bisschen umändert So Nein die Muslime Die Muslime die würden nicht umbringen Wenn du versuchst den Koran zu ändern Ja Das ist ja Das kommt auch noch dazu Aber warte mal ganz kurz Ist das denn Ist denn der Koran nicht geschrieben von Deren Propheten Bitte was Von wem ist das denn geschrieben Der Koran Das waren die Sahaba Die das niedergeschrieben haben Das ist das Das waren irgendwelche Menschen Ja genau Irgendwelche Menschen die das niedergeschrieben haben und ohne Ende Fehler da reingepackt haben Ja Sag mal man könnte es auch irgendwelche Gelehrte auch Dings machen Ja die Heutzutage die Gelehrte versuchen den Koran ja irgendwie auch zu missinterpretieren Aber dann gibt es Gelehrte zu der damaligen Zeit die näher an Mohammed waren und uns die brutale Wahrheit über den Islam und den Koran sagen und wie man die Verse zu verstehen hat Denn man muss schauen wie man die Verse wie Mohammed sie ausgelegt hat Wer ist denn der Beste der sie auslegt Mohammed und die Sahaba oder nicht Wie will denn ein Muslim in der heutigen Zeit überhaupt noch verstehen was der ein oder andere Koranvers bedeutet Nein er muss also zurück gehen um zu gucken wie hat denn Mohammed diesen Vers verstanden Wie haben die Sahaba diesen Vers verstanden Wie sind sie denn vorgegangen mit den Kuffar und dann siehst du das Grauen Allein wenn du dich mit dem Leben von Mohammed beschäftigst du wirst zu keinem anderen Entschluss kommen als dass er der König des islamischen Staates ist Nicht mehr nicht weniger Einmal nur die Biografie von ihm lesen da wirst du sagen was ist der Unterschied zwischen Mohammed und dem IS in Irak und Syrien So einfach ist das Und da brauchst du 0,1 Gramm Gehirn um das herauszufinden Ja Leute das Ding ist guck mal ich bin Ich bin jesidischer Kurde und ganz ehrlich Und noch schlimmer Ach ich Ich Die werden dich Ja aber guck mal weißt du das Ding ist Weißt du das Ding ist Das Ding ist einfach guck mal wir leben hier in Deutschland Und ich habe auch muslimische Freunde verstehst du Und dann weißt du Es ist halt keine Ahnung man es ist halt Du sitzt halt zwischen zwei Spielen Ich verstehe dich schon ich verstehe dich schon du Auf der einen Seite siehst du auf einmal Muslime die friedlich dir gegenüber sind Aber auf der anderen Seite gibt es auch Muslime die dir feindlich gegenüberstehen So was ist denn jetzt die Wahrheit Die die friedlich sind oder die die feindlich dir gegenüberstehen Und dann siehst du dass es zum Beispiel in Mohammeds Leben drei Etappen gab Wie er vorgegangen ist als er in einem machtlosen Zustand war Es kann auch sein dass diese Leute die dir schmeicheln Die auch innerlich so dich verfluchen Weil sie nicht die Möglichkeit haben dich vor die Wahl zu stellen Das ist ja deinem Volk ja passiert in Irak und Syrien Sie wurden vor der Wahl gestellt So wie Mohammed das befohlen hat Ihr müsst sie unter drei Alternativen stellen Islam annehmen Jizia bezahlen Oder Bis safe Tschüss In die Ewigkeit schicken Verstehst du Das ist das Problem was wir haben Und das wird gedeckt durch Surah 9 Vers 29 Einen Moment Was soll ich dazu sagen Ja was soll ich dazu sagen Das Ding ist ich habe ja nie Jetzt mich mit Religion befasst und so Ja das ist das Problem wenn du dich mit dem Islam befasst so wie ich Ich bin ja Ich beschäftige mich ja schon seit zehn Jahren mit meiner eigenen Religion Über zehn Jahre Und was ich dann da alles herausgefunden habe Kann ich nicht mit meinem Mit meiner Moralethik Kann ich mal fragen was ist dann der Unterschied zwischen Gibt es einen riesen Unterschied was das angeht zwischen Sunniten und Schiiten Nein beide haben ein Verlangen danach einen Gottesstaat zu errichten Du siehst das auch in meinem Land dem Iran Was die Schiiten dort angerichtet haben Es ist dasselbe Prinzip Sobald auch die Schiiten die Möglichkeit haben aus Deutschland einen Gottesstaat zu machen werden sie es tun Das ist das Problem Iran ist ja das ein mit das Also ich glaube das Land was ich weiß was die Scharia hat ne Ja genau Ja genau der Iran Afghanistan Saudi Arabien sind so die Länder wo Scharia herrscht ne Und das Gesetz Allahs so gut es geht umgesetzt wird ne Und der der gestorben ist der Dings das war nicht der Strippenzieher sozusagen Wem meinst du Der von Iran der durch Helikopter absturzt Das war ein ranghoher Offizier glaube ich war das auch und Präsident ne der war ja auch da drunter Aber der neben ihnen ist schlimmer gewesen Alle haben die selbe gesehen Ob das derjenige ist der jetzt gestorben ist oder ob die Leute die im Iran die Mullahs da an der Macht sind noch leben Warst du nicht in deiner Heimat? Wann warst du das letzte Mal in deiner Heimat? Also zu meinem 18. Lebensjahr vor 20 Jahren Und kannst du nicht mehr zurück verstehen? Naja die hängen mich am höchsten Mast auf wenn ich dort ankomme Was machen die ja zur Zeit? Die machen das ja jetzt seit den letzten Jahren Siehst du also ist das vereinbar mit Grundgesetz und deiner Moral, Ethik und Anstand und dieser Gesellschaft Stell dir mal vor du musstest den Leuten sagen hier hat sich eine Ideologie bereit gemacht Die das Grundgesetz nur so lange akzeptiert wie sie so die Oberhand haben werden Dann akzeptieren sie es auf einmal nicht mehr Stell dir mal vor die würden die Wahrheit hier über den Islam sagen was der Islam vor hat Was meinst du wie die Leute gegenüber dem Islam dann wären? Das Ding ist Leute die erhängen da wirklich die Jugendlichen und so Ja siehst du das ist das Problem was wir haben Also wir sehen ein Islam wo die Muslime dominant sind und wie sie auf einmal mit Andersgläubigen umgehen Aber viele Iraner und so wechseln ihre Religion auch Natürlich weil sie das auch am eigenen Leib gespürt haben Sie haben verstanden was Islam ist Sie haben das Leben ruiniert von den Menschen Die Iraner sind dem Islam total abgeneigt gegenüber Sehr abgeneigt Sehr sehr abgeneigt Weil das ihr Leben ruiniert hat Gibt es überhaupt irgendjemanden mit dem du eine richtige Debatte führen kannst du? Ich habe doch schon tausende hier geführt auf TikTok und diese ganzen Plattformen Einer schlimmer wie der andere Einer schlimmer wie Kamil organisiert wie der andere Glaub ich sie Da kommt nur der Wahnsinn raus Du weißt was ich mir einfach nur wünsche Es kommt der ein oder andere kommt hier durch und sagt die Wahrheit Und sagt ja das was Amir sagt entspricht der Wahrheit Und ihr wollt das nicht wahrhaben also diese ganzen Euro Muslime dass der Islam so ist Wir schämen uns unsere Religion Ich frage mich jetzt ne Ich stelle die Frage nochmal Was wollen wir jetzt Wie wollen wir denn jetzt da vorgehen Ich meine das ist ja ein internes Problem bei den Muslimen Du kannst da nicht vorgehen Es ist ein Problem Ich meine die müssen ja Veränderungen mit ihrer Religion schaffen Das werden die nicht machen Sie werden weder sich verändern noch ihre Religion Sie gehen ja lautstark schon auf die Straßen und so Sie zeigen schon Präsenz Kann man nicht sagen zum Beispiel Also gibt es da jetzt einen Unterschied zwischen Also ich kenne mich nicht aus Koran und Sunna Koran ist das Wort von Allah Und die Sunna ist das was Mohammed in seinem Leben getan hat Und was ist jetzt Steht beides geschrieben da oder Der Koran ist ein eigenes gebundenes Buch Und die Sunna besteht aus mehreren Büchern Aus Adis Büchern und sogar Im Koran steht das nicht drin oder was Was steht im Koran nicht Also das was du gesagt hast Doch im Koran steht das ja in Surah 9 Vers 5 Ist ja bekannt als der Schwertvers Dieser eine Vers hat die ganzen friedlichen Verse aus dem Koran abrogiert Das ist ja das Problem was die meisten nicht verstehen Dass der Koran die sogenannte Kunst der Abrogation hat In Surah 2 Vers 106 und Surah 16 Vers 101 Also ich Dass der Koran einige Verse durch andere Verse aufhebt und auflöst Ja und dann siehst du dass die Surah 9 At-Tauber auch bekannt bei den Gelehrten als Surah Al-Barah Die letzte Etappe in Mohammeds Leben ist Er wurde von Allah befohlen gegen alle Muschrikien zu kämpfen Bis sie die Schahade aussprechen Erst dann hat er aufgehört das Blut von den Menschen zu vergießen Ist das ein friedlicher Mensch gewesen? Und dann fragen wir uns woher der islamische Staat seine Ideologie hernimmt Unglaublich Ja das ist ein Problem der Bücher Das ist ein Problem der islamischen Bücher Der islamischen Literatur Stell dir mal vor ich gehe morgen zum Bürgeramt und gründe meine eigene Religion Religionsfreiheit Ich liebe Religionsfreiheit Lass uns Religionsfreiheit hier praktizieren Kein Problem Ich gehe morgen zum Bürgeramt und werde meine eigene Religion gründen Die Tchukochukureligion Ja und wir sind die Tchukochukas Da fragt diese Frau mich ja Wofür steht denn ihre Tchukochukureligion Dann sage ich ja wenn wir eines Tages die Mehrheit erlangt haben Dann werden wir unsere Religion vor den Nasen der Menschen implementieren Aber ich finde das auch Warte mal wenn ich parieren will der wird in die Ewigkeit geschickt Wer bleiben will der muss unter erniedrigendem Zustand uns Schutzgeld bezahlen Und wir werden einen Vertrag an euch praktizieren Der eure Demütigung die ganze Zeit weiter fordert Was meinst du wie diese Frau mich angucken würde? Oder diese Person Die würde sagen um Gottes Willen so eine Religion können sie hier nicht ausüben Und die muss verboten werden Warum macht man das nicht mit dem Islam? Verstehst du? Religionsfreiheit ist das eine Religion oder ist das ein politisches System? Ist doch keine Religion Was hat das noch mit einer Religion zu tun? Ist das eine Religion wie Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Judentum oder was? Nein! Der Islam hat eine eigene Gesetzgebung Ein ganzes System was dahinter steckt Diese Komponenten wie Beten, Fasten und so Das ist nur nebensächlich Der Hauptgrund ist Territorien zu erobern Das ist eine kriegerische Religion Aber steht das was im Internet zum Beispiel steht Steht das auch in einem richtigen Buch drinnen so eins zu eins oder wie? Natürlich, natürlich wenn ich rede spreche ich immer mit Aber auch so übersetzt auf Deutsch oder wie kann man das nicht zweideutig verstehen oder so? Was willst du da zweideutig verstehen? Der Allah ist doch klar in seinen Worten oder ist das ein Gott der Verwirrung oder was? Nein! Er ist klar in seinen Worten und die Ausleger wie Ibn Qasir al-Kurtubi al-Tabari al-Jalalayn Die legen den Islam dann aus für die Muslime Und dann kommt der Wahnsinn zum Vorschein Wundervoll! Die Tafsire haben auch nochmal eine riesen Schuld an der ganzen Sache Weil es könnte dann dazu führen Was sind das für Tafsire? Tafsire sind eine Erläuterung zu einem Vers Der Muslim muss ja schauen wie ein Vers zu verstehen ist Der darf den Koran ja nicht selber auslegen Er muss also zurückgehen zu den Vorfahren Das heißt die Salaf Und muss schauen wie die Salaf Salihin Also die die mit Mohammed gewandelt sind Und die nachfolgenden Generationen Die Sahaba und die Tabi Tabi'in Die nachfolgenden Generationen Und schauen wie sie den Koran verstanden haben Wie sie ihn ausgelegt haben und sie wollen ja genauso handeln Sonst was ist das dann für Muslime denn? Es gibt schon, ich habe einige gesehen hier auf TikTok Die sind richtig krank Der eine nennt sich der Endgesandte Der andere nennt sich, keine Ahnung Also was die da abziehen im Livestream schon Aber wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass ich Glaub mir, so wahr ich hier sitze Würdest du den Muslimen die Möglichkeit geben Die Wahrheit über den Islam zu sagen Ohne dabei Konsequenzen zu erleiden Wie Repressalien hier in Deutschland Oder gar verhaftet zu werden Und ins Gefängnis gestreckt zu werden Glaub mir, die würden dir Sachen sagen Wo du denkst, das kann nicht wahr sein Ist das noch eine Religion? Sind das die Anhänger einer Religion? Oder sind das Satans Diener? Das ist das Kranke! Die fürchten sich nur vor dem deutschen Staat Die Wahrheit über den Islam zu sagen Sie dürfen das wahre Gesicht des Islams auch verstellen In Sura 3 Vers 28 Das erlauben ihnen ihre Gelehrten und ihre Und Mohammed Also dürfen die Lügen oder das? Natürlich, das nennt sich Taqir Der Mohammed hat sogar das Lügen erlaubt, um einen Menschen auseinander zu nehmen Der hieß Kaab ibn Aschraf Und der Mohammed hat erlaubt, einen Anhänger von ihm, einen Sahabi namens Mohammed bin Maslama zu lügen, um sein Vertrauen zu gewinnen, um ihn dann hinterrücks zu Weichen Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Religion ist Ich habe eine Frage Guck mal, was gibt es? Sunniten, Schiiten, dann gibt es Wahhabiten? Nein, es gibt Muslime Es gibt einfach nur Muslime Wahhabiten sind einfach nur Muslime, die sich einfach von den Büchern von Mohammed bin Abdul Wahhab ernähren Verstehst du? Und Salafi ist ein großer Begriff, der eigentlich jeder Muslim müsste ein Salafi sein Der muss also zurückgehen zu den Vorfahren, wie die gelebt haben und wie sie den Koran verstanden haben Also zu denen, die näher an Mohammed dran waren, verstehst du? Das ist das Wann hat nochmal Mohammed gelebt? Zu welcher Zeit? Äh, ich... was war das? 600... 630 war so die Primetime von ihm oder was? Ne, 620, 630, ne, 500 Ne, 620 Aber weißt du, was ich nicht verstehe, was ich richtig traurig finde, dass Leute kommen und sagen, ja Äh, wenn jetzt Mohammed jetzt leben würde oder so, oder keine Ahnung, der könnte dann meine Schwester nehmen Und genau, suche es halt nicht Für eine Zeitehe Ja genau, da steht in Suche 424, ne, dass die sogenannte Zeitehe von Allah offenbart wurde Und die Muslime das auch praktiziert haben Die haben dann, äh, den Frauen, äh, anstatt Geld... Ehrlich, sind das richtige Muslime, die mit dir reden? Natürlich sind das richtige Muslime, die mit dir reden Einige davon sind richtige, aber andere, die schämen sich halt für die Bestandteile des Islams Das ist schon hart, Alter Ja, siehst du, wenn du diese ganzen Sachen herausfindest, was denkst du denn noch von Islam? Eigentlich müsste da jetzt stehen, äh, Leute, alle wild AfD Aber guck mal, aber guck mal, das Ding ist, ich hab mit Religion nichts zu tun, wirklich Ja, aber das wird doch Wahnsinn für dich als Jezide Nein, guck mal, ich hab wirklich mit Religion nichts zu tun Ich mag jeden Menschen, solange er friedlich ist, soll er seine Religion, so, keine Ahnung, Alter Ja, die Muslime sind ja friedlich, die sind so, so lange friedlich, wenn sie nicht die Oberhand haben So lange sind sie friedlich, Allah sagt Friedrich Ja, ich sag dir, wenn die Menschen Ja, dann, 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 wie gesagt, es gibt auch andere Parteien, die so etwas nicht unterstützen Und, äh, die dann, sollen die die rausschmeißen Aber dafür muss ich nicht die AfD wählen Guck mal, ich hab nichts zu tun mit AfD Und ich hab auch überhaupt mit diesen Parteien nichts, ich kenne niemanden von denen Aber würdest du nicht auf die Gedanken kommen, nach dem, was ich dir alles gesagt habe Dass es Menschen gibt, die Parteien gründen, so wie die AfD Die dem Islam Einheit gebieten wollen, weil sie genau verstanden haben, was der Islam vorhanden ist Alter, was ist das, Alter Was ist denn jetzt passiert? Einschränkungen Natürlich gibt es Parteien, die dann auf einmal aufstehen und sagen, wir müssen dem Islam Einheit gewinnen Ist doch klar Oder nicht? Also, wenn die Muslime hier Eroberungsfantasien haben Wenn sie die Kritiker, ähm, eliminieren wollen Wenn sie dies und das und jenes machen Natürlich stehen die Deutschen auf und sagen, wir müssen etwas dagegen tun Das ist doch krank, ey Ja, da gibt es einige, äh, danke dir, Cosinus Da gibt es einige, die sagen, bis hierhin und nicht weiter, wir müssen dagegen etwas nehmen Ja, ich hab neu gestartet, ey, warte mal, ich komm mal den Dings, ich warte Ey, ganz ehrlich, äh, Leute, hört mal auf zu melden, man Wir reden hier ganz normal in Sachen Ja, die wollen ja nicht, dass ich das Ja, wie gesagt, einige Sachen davon, davon, halt, hab ich ja auch, ich bekomme ja auch vieles mit Und, äh, es ist ja, es ist ja offensichtlich, es gibt auf jeden Fall schon radikale Leute hier in Deutschland, ne, und die muss man hier nicht haben, soll man hier auch nicht haben Ja, also wie kannst du dann, wie kannst du dann für sowas nicht sein, wenn die AfD AfD? Nein, bist du, auch wenn ich sterbe, ich bin nicht für AfD Ja, aber du bist doch selber AfD mit dem, was du da gerade sagst Was denn? So unterschwellig verstehst du nicht, dass du selbst für die AfD bist Warte, Olaf, Olaf Scholz, Olaf Scholz, ist von welcher Partei? SPD So Ja, was hat er, was hat er, was hat er, was hat er, warte, warte, was hat er Ich hab da gerade im Internet gesehen, da steht Deutsche den Deutschen, bist du damit einverstanden? Warte, was hat er nach dem Mannheim-Vorfall gesagt? Was hat er denn gesagt? Ja, dass die, dass die, dass die auf jeden Fall gegen so etwas angehen, die werden auf jeden Fall reagieren Was hat der Olaf Scholz gesagt, als bevor er zum Bundeskanzler gewählt wurde, bevor seine Partei Okay, gut, keiner hat sein Wort gehalten, keiner hat sein Wort gehalten, warum soll ich jetzt Warte, 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 aber denkst du, die werden auch ihr Wort halten? Ich denke, mir ist das egal, ich will dir nur sagen, ich will dir nur einen Spiegel vorhalten Ich hab nichts mit Politik zu tun, aber wenn du schon solche Sachen sagst, dann darfst du doch nicht das Wort eines Politikers ernst nehmen Heute sagt er so, morgen sagt er wieder was anderes, das ist ein Politiker Verstehst du? Ja, aber religiöse Leute sind auch Politiker, die reden auch viel Was hat der Olaf Scholz, bevor der Kanzler wurde, bevor seine Partei, Staatspartei und an die Macht gekommen ist Haben die gesagt, wir sind niemals für eine Impfpflicht Wir wollen dem Ganzen keine Impfpflicht einführen Auf einmal waren die voll dafür und die Leute sollen sich impfen lassen, damit die am öffentlichen Leben teilnehmen Was ist das denn bitte? Du hast doch noch vorher gesagt, wir sind nicht dafür Also diese Leute sagen A und machen B Und das ist das Okay, was werden deine Dings? Mein Dings ist Jesus Christus Wir sollten uns zu Jesus Christus beginnen Ja, aber Jesus Du weißt ja gar nicht, dass die Welt in Satans Händen ist Mit den Worten von, wie heißt der? Horst Seehofer, kennst du Horst Seehofer? Ja, kenn ich Er hat einen sehr, sehr prägnanten Satz gesagt Sehr, sehr bezeichnenden Satz, der mir niemals aus dem Kopf geht Guck mal, darf ich euch allen mal etwas fragen? Wirklich jetzt Spaß beiseite und so Stell mal vor, ich würde jeden Tag sagen, ja nur meine Religion ist die richtige Machen die doch Ich rede doch für die Allgemeinheit Es ist doch Wir reden auch für die Allgemeinheit Aber man kann doch nicht so fanatisch heutzutage nach Religion sein Lebt doch einfach euer Leben alle, ja? Jeder kann doch so leben, wie er möchte, aber die Muslime haben etwas ganz ganz heftiges in ihren Schriften verzeichnet Dass Allah von ihnen verlangt, in Sura 8, Vers 39, kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt Und die Religion gänzlich Allahs ist Und Allah fordert sie immer wieder auf zu kämpfen, Sura 2, 216 Vorgeschrieben ist euch der Kampf So wie vorgeschrieben ist zu beten, Fasten, Pilgern, alles, ist den Muslimen auch vorgeschrieben zu kämpfen Ja, und die meisten haben ihre Religion halt aufgegeben Ist auch besser so, ist auch Gott sei Dank Sonst hätten wir ja morgen eine Revolution hier Ich hab nur mal so eine Frage Meinst du, also ich sehe ja, du bezweckst ja auch einiges damit, was du hier machst und so, ne? Also du hast schon einige Anhänger und so Also Leute, die auch auf deiner Seite sind, deiner Meinung sind und so Aber meinst du, das bringt irgendetwas? Natürlich bringt es Was meinst du, wie viele Leute ich erreicht habe, die sich Gedanken gemacht haben Irgendwie tief in den Islam einzudringen und auf einmal Wahnsinniger zu werden Und dann haben sie sich nochmal meine Videos angeguckt und wurden eines Besseren belehrt Und haben gesagt, Gott sei Dank habe ich das gesehen und Bin weggegangen vom Islam Denn das ist ja das pure Böse, Mann Pure Böse Wenn du einmal drin bist, die holen dich ja da rein, das ist ja das Heftige Das sind ja so viele Demagogen, die haben die Kunst der Verführung drauf Die holen dich also in den Islam rein mit den schönsten Worten Und dann werden die schön dieses ganze Gift in deinen Kopf reinpressen Dass du am Ende sogar noch nach Syrien auswandernst, um dort dann Dings zu machen Ja, das ist das Schlimme Und deswegen hat die Politik oder beziehungsweise der Staatsschutz, Verfassungsschutz habe ich heute gelesen Dass sie heute endlich diese DMG in Braunschweig verboten haben Moschee geschlossen, raus Aber gibt es doch in Hildesheim, ne, glaube ich Ja genau, das war einer der Ableger in Hildesheim Der Typ hieß Abu Wallah Ja, ich wohne doch in der Nähe da Ich spreche des islamischen Staates hier in Deutschland Der hat 10 Jahre Haft bekommen Darüber gab es auch eine Dokumentation, das ist schon echt heftig, was da abläuft, ne Natürlich, die Muslime sind hier, was meinst du, wie viele Kämpfer des islamischen Staates hier sind? Ha! Aber es gibt doch verschiedene Moscheen, es gibt gute Moscheen und schlechte Es gibt einmal der Vertreter der DITIB Es ist eine Gruppe der Muslime, die sich dann eines Tages versammelt, die mit einer gleichen Akhida kommen Und alle anderen Moscheen dann sich unterordnen müssen Ansonsten werden sie in die Ewigkeit geschickt Ein Salafi würde auch niemals ein Sufi akzeptieren oder ein Wahhabi oder was, wie man die auch nennt, ne Wie die Muslime, also wie diese Mainstream-Medien den Namen ihnen verpassen Nein, es gibt also Muslime, die nicht dulden, dass neben ihnen irgendwelche andere Muslime leben Und ihre Glaubensrichtung hier verbreiten können Nein, die werden die in die Ewigkeit schicken So heftig ist das Ganze, wie er es ausartet, das haben wir in Irak und Syrien gesehen Selbst die Taliban, die so heftig ist, hast du ja gesehen, wie die Taliban reagieren auf einige Sachen Der Ableger in Afghanistan ist noch mal zehnmal härter und bringt sogar die Taliban um Das musst du dir mal vorstellen, das sind Kufar sind das in die Augen von den, von dieser Leute Taliban, Wahnsinn Wir sehen die dann hier, die Euro-Muslime, was sind dann die Euro-Muslime in den Augen von denen? Die letzten Kufar überhaupt Ich habe eine Frage, ne, hast du diese Sache mit, äh, kennst du Scharro 4-5? Ja, ich habe auch, äh, Scharro und, äh... Hast du die Sache mitbekommen mit diesem Schirr Ibrahim, wo, Dings... Er hat ja nur gesagt, dass er, er hat ja was richtiges gesagt Er meinte so, dieser Schirr Ibrahim ist ein ganz falscher Typ Warum, was ist denn falsch an ihm? Weil er sich nach Koran noch zuhört? Ja, ja, aber der ist halt voll extrem, der Typ Was ist, was ist denn an dem Extrem? An dem ist überhaupt nichts extrem Gar nichts, das ist so, Euro-Baby-Salafi ist das, gar nichts Der, 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 der erzählt nicht die Wahrheit über den Islam, der lebt einfach nach Koran und so, ein bisschen hier in Deutschland, das war's Ja, und möchte auch die Scharia, dann ist das schon extrem Jeder Muslim müsste eigentlich dann extrem sein in deinen Augen, der die Scharia fordert Ich dulde keine Scharia, tut mir leid Ja, siehst du, dann bist du gegen den Islam und ein Feind des Islams Und der Allah sagt, kämpft gegen meine Feinde in Sura 68 und terrorisiert sie Nein, nein, ich bin gegen gar keine Religion, ich respektiere jede Religion Ja, natürlich Das gibt mir meine, meine Religion sagt mir das, wir lernen das so Ja, würdest du eine Religion respektieren, wo du doch ganz genau weißt, dass diese Anhänger dieser Religion nicht in Ewigkeit schicken Würdest du noch Respekt haben vor so einer Religion? Ich werde nicht, diese Menschen werde ich nicht respektieren Warum redest du denn nicht mit deinen muslimischen Kollegen und sagen, hör mal zu Die sagen, das ist nicht so Jonas, du bist mit deinen Augen ein Muschig oder was? Die sagen, das ist nicht so Was soll ich die sagen? Die sagen, dann kannst du denen sagen, guck mal hier, ich bin in deinen Augen ein Götzendiener in Sura 9 Vers 5 Dass du mich auf jeden Platz der Erde dann eliminieren kannst oder was ist das? Ja Da muss man aus deiner Naivität rauskommen und dann die Leute mal darauf ansprechen und sagen, was ist das bitte, man? Und dann sagt dein Gott, ich wäre ein Müllhaufen oder was in Sura 9 Vers 28 Müll, Dreck, Nejiz? Ja, Allah sagt ja, innem el-Mushrikun an Nejizun Für wahr, die Götzendiener sind unrein, so Müll, Dreck Und du bist ein Götzendiener in den Augen von denen Ich, alle anderen hier auch Götzendiener sind sie Ja Tolle, tolle Religion, ne? Ich hab mal ne Frage, wie war so dieser Abu Naji so? Wie war das? Ja, der ist ja sehr radikal, wo ist der überhaupt, was macht der denn jetzt? Die sind alle nicht, was ist das für ein radikal? Es gibt, es gibt keine radikal, es gibt echte Muslime und es gibt unechte Muslime Ja, okay, okay, der war halt nur soft Ja, so ein Softie, genau, der nicht auswandert und verallert Wo der war, wo der jetzt ist, meine ich, was der macht jetzt, wo ist der? Der sollte eigentlich hier in Deutschland, glaube ich, eine Haftstrafe antreten, ne? Weil der wegen Betruges angeklagt wurde und so schuldig gesprochen wurde Der Typ hatte einfach diese richtig krasse Kreditkarte hat der, ne? Ja, aber wann hatte sie der gehabt? Der war ja ein Geschäftsmann, der Abu Naji Hat der doch erklärt, der Typ Achso, okay, gut Das war ja noch zu sagen, genau, weil er noch Geschäftsmann, der hatte ja mehrere Läden Und er hatte die Black American Express halt, ne, als Großunternehmer Sei mal ehrlich, du hast dich gut mit ihm verstanden Wir haben sehr oft miteinander gelacht, er hat sogar die Kamera ausgemacht und hat gesagt Woher kennst du das alles? Wann hast du schon mich damit auseinandergesetzt, Abu Naji? Wann hast du das alles gelernt, Mann? Sag ich so, ja, ich hab mich hingesetzt und meine Seele war etwas... Sehr ehrlich, hast du mit ihm eine Shisha geraucht? Ja, ich hab drei in seinem Mund geschickt, drei Schläuser und drei Schläuser in meinem Mund, genau Nein, er hat die Kamera ausgemacht und dann hat er gesagt, das dürfen wir den Muslimen nicht sagen Das war, diesen Satz werde ich niemals vergessen Du meinst du doch, die haben doch eine andere Richtung Du hast es nicht aufgenommen, Mann Jetzt kann ich nicht glauben, ey Das kann ich jetzt nicht glauben Ja, er hat das aber aufgenommen, aber die wichtigsten Sachen hat er alle rausgeschnitten Und da war noch ein Deutscher in diesem Video, wo du mit ihm gesprochen hast Ja, da waren einige Deutsche Ist der jetzt in Syrien oder? Ich weiß es nicht, was mit diesen Leuten ist Ich frag mich echt, wo die ganzen Leute sind, ja? Auf jeden Fall, äh, äh, will ich Süß Kleine Wupsi Kleine Wupsi Entschuldigung Ich frag mich echt, wo diese ganzen Leute sind Wirklich Wo diese ganzen Leute sind? Ja, sind die nach Syrien oder wann weiß ich mehr Ja, mit unter anderem sind viele ausgewandert, aber auch hier sind es Schläferzellen, was denkst du? Ja, ganz ehrlich, bei diesen Leuten, so muss man echt Dings, ja Ja, du als Jeside, du hast nochmal Brutale, die Christen, die dürfen ja Jizia bezahlen Und unter den schlimmsten Bedingungen neben den Muslimen halt leben Was heißt nochmal Strafe, ne? Jizia ist Strafe zahlen Jizia ist ein Strafmaß, das kannst du nachlesen in der islamischen Enzyklopädie im Band 15 auf der Seite von 143, da wird das erklärt, das Wort Das Wort kommt von dem Wort Jazar Und das bedeutet Jazar, ja Das bedeutet Strafmaß Das bedeutet, man gibt den Muslimen Geld, um sich vor dem Nackentherapie zu stellen Bei uns Jesiden geht das nicht? Hä? Bei uns Jesiden geht das nicht? Nein, ihr seid Muschikun Ihr dürft nur zwischen Islam und den, äh, in Ewigkeit Und Nackentherapie Ja genau, Nackentherapie Schöne Religion Und jetzt, wenn du das alles herausgefunden hast Würdest du dann noch sagen, äh, äh, keine Alternative Aber, aber das ist, ey, guck mal, das hat doch nichts damit zu tun Das hat doch nichts damit zu tun Ich will trotzdem nicht die AfD Ja, aber du verstehst, worauf ich hinaus will Ich verstehe, was du meinst Ich verstehe, was du meinst Ich verstehe, was du meinst Die genau nach Sunna und Koran gehen Ein richtiger Moslem ist derjenige, der Allahs Worte versteht und sie in die Tat Genau Das ist ein richtiger Moslem Und dann gibt es Muslime, die einfach, äh, ihr Leben leben So, und ich hoffe einfach, ja, die Muslime, die ihr Leben leben, so, weißt du Ja, der Mohammed, der Mohammed fordert die Muslime hier auf zu kämpfen Oder wenigstens den Gedanken gehabt haben zu kämpfen Siehst du, was er die Leute aufruft In Sahih Muslim 35, 33 Aber guck mal, es gab noch so viele Guck mal, er war ja der letzte, äh, Prophet, ne? Mohammed, oder? Position ungenau Der war überhaupt gar kein Prophet für uns Christen Der widerspricht allen Offenbarung Gottes in der Bibel Nein, nein, ich meine für die Muslime Ja, für die Muslime ist er der letzte Prophet, ja Und wer, wer war der erste? Der erste Prophet? Ja Musst du mal nachgucken, ich glaube Weil, weil, hört man nicht, aber warum hört man nur auf den letzten Wieso hört man auf den letzten Propheten, der jetzt zum Beispiel Fehler gemacht hat Wieso auf einen, der keine Fehler gemacht hat oder nicht Menschen umgebracht hat? Zum Beispiel jetzt Was ich meine? Waren alle Propheten so, oder? Position ungenau Weiß man das, Jo? Ich hab dich nicht verstanden, nochmal bitte Ich hab gefragt, ob alle Propheten so waren bei den Muslimen Äh, ja, meinst du gewalttätig oder was? Ja, so Ja, also der, äh, der Mose hat Befehle von Gott bekommen Auf verschiedene Völker, sein Urteil hat er gesprochen Und dann ist er losgezogen, hat den Bann vollstreckt Joshua genauso, David genauso Aber das ist ja keine Rechtfertigung für Mohammed Die gesamte Welt, äh, dem Islam unterzujochen Das ist ja Quatsch Das ist ja genauso, als würde ich es jemandem sagen Weil er vergewaltigt hat, ist das okay, dass ich jetzt auch vergewaltige Wie, wie klingt das denn? Verstehst du? Ist das also eine Argumentation, oder was? Nur weil der das getan hat, ist es okay, dass ich das auch tue? Da kann man ja alles legitimieren Überhaupt nicht, ja Ja Ja, aber was machen wir Wenn er ein Kind angefasst hat, kann ich jetzt auch ein Kind anfassen, aber wie? Ja, okay, dann machen wir, aber was machen wir jetzt? Ja, ich weiß, was ich zu tun habe Meine Aufklärungsarbeit weiter fortführen Und die Menschen über den Islam aufklären Sei ehrlich, willst du nicht ein bisschen Baller, Baller dadurch? Nein, ich habe den Heiligen Geist, der mich stärkt Und das Ganze weiter fortführen lässt Amen Also jeder, wie er möchte, so Ja, genau Ich respektiere jeden Menschen Ich respektiere jeden Menschen Bitte steht nicht irgendwann mal vor meine Tür und sagt entweder oder Ja, aber das wird eines Tages dazu kommen, wenn die Muslime hier die Oberhand haben Weil der Mohammed das gesagt hat Nein, denkst du wirklich, die werden das schaffen, oder was? Bitte? Denkst du, die werden das machen, oder was? Nein, der Islam ist hier nur aus einem Grund hier in Deutschland Damit sie der Elite verhelfen, die neue Weltordnung anzukurbeln Es ist vorbei Kein normal denkender Mensch würde einfach so eine Religion in einer solchen Gesellschaft hier hin holen Warum? Warum? In so einer offenen Gesellschaft, wo die größten Bibliotheken sind, wir alles nachschlagen können, das Internet haben Also hat das einen Plan, die Muslime hier hinzuholen Weil man mit den Muslimen etwas... Ja Die deutsche Bevölkerung nicht machen würde Das ist das Sie lassen sich sehr gut leiten und lenken Denkst du manchmal, also denkst du, wie sieht die Erde für dich aus? Hör auf jetzt mit diesem Unsinn Komm mir bloß jetzt nicht an mit flacher Erde und sowas echt Da kann ich schon direkt vor Allah gehen Allah sagt in Sura 79 Vers 30 und Sura 88 Vers 20, dass die Form der Erde eine Scheibe wäre Auch in Sura 36 Vers 38 sagt der Cheikh Salih al-Fawzan Hat er ein Interview geführt in arabischem Fernseher, hat er gesagt Ein Muslim kann nicht behaupten, dass die Erde rund ist, die ist flach Die Sonne ist kleiner Die Sonne ist kleiner als die Erde Was sagt Jesus? Der Herr sagt in der Bibel, in Jesaja 40, 22, dass die Erde eine Kugel ist Das Wort ist Ruk Kugel Aber weiß man überhaupt, wie die Erde aussieht richtig? Ich vertraue auf jeden Fall der Bibel Wenn die Bibel 3.268 nachweislich erfüllte Prophezeiung hat Dann kannst du davon ausgehen, dass dieses Wesen, das das Buch geoffenbart hat Über Raum und Zeit verfügt, verstehst du? Über Raum und Zeit existiert Das ist das Kannst du tausend Jahre vorher etwas sagen, was tausend Jahre präzise so eintrifft? Nein, kannst du nicht Und somit ist die Bibel das wahre Wort Gottes Aber meinst du nicht, mit der Zeit haben sich so einige Dinge so geändert? Nein, gar nichts geändert Wir haben Abschriften aus dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert Wir haben Abschriften 300 Jahre vor Christus Die mit unserem Bibel Aber gibst du zu, dass der Islam eine Abspaltung vom Judentum ist? Nee, der Islam ist einfach nur eine christliche Sekte Die sich in der damaligen Zeit in der arabischen Halbinsel breitgemacht hat Und mit gnostischen Lehren versehen wurde Das ist ja faktisch Ja, das ist eine gnostische Lehre Das ist von Gnostikern in die Welt gerufen worden Gnostiker? Ja, gnostische Lehre Das sind so Ehelehren, die damals in der arabischen Halbinsel sich rumgetummelt haben Alles mögliche hast du ja damals gefunden Und der Mohammed hat sich dann davon halt ernährt Und deswegen kamen auch diese ganzen komischen Dinge im Koran, die wir heute finden Beispielsweise auch die Dreieinigkeit wird falsch ausgelegt Oder beziehungsweise auch falsch wiedergegeben Denn in Suche 5 Vers 116 steht Dass Maria ein Teil der Dreieinigkeit wäre Und das hat kein Christ der Welt so was je geglaubt Alle glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist Es war also, ich weiß nicht mit was für einer Sekte er der damaligen Zeit zu tun hatte Mit so einer kleinen Abspaltung und sowas hat es ins Koran geschafft oder was? Das ist heftig Und äh, okay, gut Vater, Sohn, Heiliger Geist Ja, ich verstehe das ja Das ist, also ich verstehe das Ich äh Ich sag auch nicht, dass es irgendwie Dass es nicht funktioniert oder sonstiges Das ist bei euch, also ne An das, was du glaubst und was ihr glaubt Ist halt so, ich respektiere das Ich find's auch nicht so schön, wenn immer Menschen sagen Hey, das funktioniert nicht Wie kann das sein, dass Gott gleichzeitig der Sohn ist und äh, Heiliger Geist Ja, man sollte Gott nicht mit seinem Verstand einschränken Dann passiert diese ganze Sache auch nicht Das Ding ist ja Wobei du auf einmal anfängst, Gott mit deinem Verstand Versuchen zu erklären oder einzuschränken Ja, passiert das Dann muss man ja auch Dann muss man ja auch Äh, genau so sprechen Also kann Wenn die so zum Beispiel über dein Glauben, ne Glaubst, so sprechen Dann kannst du ja auch sagen Ja, aber warum sagt Gott bei euch so und so und so Genau, ich argumentiere Die macht doch genau dasselbe, versteht ihr, ich meine? Aber die sagen ja selber auch Man muss das Wort von Gott respektieren Also man darf das nicht Ja, man darf sich nicht wieder setzen Warum respektiert denn Allah zum Beispiel nicht die Andersgläubigen In Israel 98 Vers 6 Und beleidigt sie als die schlimmsten Schlimmer als Tiere Sind wir schlimmer als Tiere oder was? Bist du schlimmer als ein Tier? Nö Also Tiere sind eigentlich gute Ja, aber der Allah bezeichnet uns schlimmer als das Vieh Die gesamte Polizei, Staat, Schutz, alle Alle auf der Welt Die nicht Muslime sind Ja Ähm, noch eine Frage Gab's, äh, sind Iraner nicht eigentlich damals, äh, Sardeshti gewesen oder so? Ja, die weit verbreitete Religion im Iran war, ähm, jetzt war es ja Es ist eine altpersische Religion halt, ne Sind deine Eltern so, denkst du, oder sind die auch, äh, glauben sie an Jesus? Ja, über meine Eltern rede ich nicht, und, äh, das ist alles gut Ne, aber weil ich, ich, äh, hab, äh, einige, äh, Freunde, die, äh, Sardeshti sind Ja, das ist doch ihre Sache, sie können Sardeshti sein oder sie können Yazidi sein oder was auch immer Damit hat, hat man ja auch gar kein Problem Sie können auch von mir aus sagen, Armin, du bist auf dem falschen Weg, hab ich überhaupt auch kein Problem Ich hab ein Problem, wenn auf einmal jemand sagt, Armin, entweder du glaubst an das, was ich glaube Okay, dann darf ich sagen, du bist auf dem falschen Weg Darf ich sagen, du bist auf dem falschen Weg Kannst du sagen, ist doch kein Problem, ist doch kein gutes Recht in Deutschland Soll ich jetzt zu dir kommen, wie, wie Suleiman Atay und dir ein, äh, Ding in deinen Kopf rammen oder was? Was ist das denn bitte? Wer ist nochmal Suleiman? Wie wer immer muss man sein Wer ist dieser Suleiman? Der, der das Attentat vollzogen hat in, äh, Mannheim Ach so, ach so, ach so, ach so, oh mein Gott Ja, wir Christen, wir, wir anders, also wir Christen haben überhaupt kein Problem Wenn jemand zu uns sagt, dein Glaube ist falsch Oder was haben wir, wir lachen die Leute ja aus, das ist ja gar kein Problem Er kann das ja sagen Haben wir überhaupt gar kein Problem mit Wir haben kein Problem damit Wir haben ein Problem damit, dass wenn eines Tages diese Anhänger immer mehr werden Und uns vor die Wahl stellen und sagen, entweder du glaubst an das, was wir glauben Oder du gehst flöten Oder dein Kopf geht weg Das ist das Das ist der kleine, aber feine Unterschied Mir ist egal, ob der ein oder andere das sagt, dies sagt, jenes sagt In so einer offenen Gesellschaft muss jeder das akzeptieren und damit auch klarkommen Ich hab mal eine Frage an dich Meinst du, dein Land, Iran wird es schaffen aus dieser Krise? Das weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung Ich bin kein Prophet Ich bin schon traurig Ich bete, ich bete für mein Land, dass der Islam dort wegkommt und die Menschen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen und ein neues System entwickeln Aber im Iran ist eine große Erweckung und die Regierung sieht das auch gerade mit übelster, also mit großer Sorge, dass sehr viele Moscheen da geschlossen werden und viele Iraner aus dem Islam austreten und Christen werden oder halt Atheisten oder Satanisten Heftig Noch eine Frage Kannst du nicht einfach deine Religion, also das an was du glaubst, einfach ausleben und einfach lassen Mach ich doch, ich lebe doch meine Religion aus Weißt du, das ist doch Das ist doch Dings, du machst dich doch selber damit auch kaputt Mach, mach es einfach Mach es doch gar nicht Der Herr Jesus Christus hat uns einen Auftrag gegeben Steht das da, steht das bei euch Ja genau Deckt auf die Finsternis und habt keine Gemeinschaft mit ihnen Und ihr sollt diese Finsternis namens Islam und alle Religionen, die dazugehören, aufdecken und die Menschen davor warnen, nicht ohne mich in den Tod zu gehen Wenn du also schweigst, so wird das Blut, das an deinen Händen wird der Herr von dir fordern Wenn du den Leuten das nicht gesagt hast, dass der Herr für sie stellvertretend bezahlt hat und sie retten möchte Dann wird der Herr das von ihren Händen fordern Deswegen Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das dem Das war's, das ist ein Absolutheitsanspruch Somit hat er allen Religionen Guck mal an die Leute, die hier irgendeine Scheiße reinschreiben Haltet einfach euer Mund, Alter Ich bin weder gegen irgendetwas noch Meine Religion, wenn wir anfangen zu Wenn wir unser Gebet anfangen Sagen wir zuerst Bitte lieber Gott schütze alle 74 Völker dieser Welt und dann uns Und ich kann nicht hier sitzen und sagen Ja, ja und dies und das Es gibt radikale Menschen Ja, es gibt unter denen auch radikale Menschen Das Ding ist, aber ich möchte nicht So dieses Ich möchte das nicht Weißt du was der Unterschied ist? Weißt du was der Unterschied ist? Nein, das ist für mich nicht Wenn ein Christ Wenn ein Christ Wenn ein Christ radikaler wird So liebevoller wird er Wenn ein Aber ein Muslim Immer weiter tiefer in den Islam eintaucht Ich schwöre es gibt auch radikale Christen Amir Es gibt auch radikale Christen Habe ich doch gerade erklärt Je radikaler ein Christ Wirst du liebevoller Wenn er mehr auf die Worte Des Herrn Jesus Christus hört Wie liebevoller Er wird liebevoller Er wird also seinen Nächsten lieben Seinen Feind lieben Und für sie beten und alles mögliche Aber wenn ein Muslim auf einmal Immer tiefer gläubiger wird Und immer weiter sich beschäftigt Mit den islamischen Drift Er wird ein wahnsinniger Mann Das ist der Unterschied Aber wartet mal Habt ihr nicht dieselbe Die Bibel Die Bibel Die Bibel Das Wort Gottes Das was der Herr Jesus Christus gesagt hat Transformiert dich zu einem Wundervolleren Menschen Du wirst also das Die alte Der alte Mensch ist vergangen Und das neue wird geboren Und bei dem Muslim findet auch sowas statt Du wirst aus einem wundervollen Menschen Wirst auf einmal ein wahnsinniger Ich habe eine Frage an dich Hat jeder Mensch es verdient Ne Ne Also eine neue Chance Äh Und äh Zu Jesus zu finden Natürlich Jeder Mensch hat die Chance Hier auf Erden Bevor er Bevor er in die Ewigkeit geht Eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen Und seine Seine Erklär mir Erklär mir Wie willst du Wie willst du Einen Isis Anhänger Eine Chance geben Ja man muss für ihn beten Der Apostel Paulus war ja nichts anderes Als so ein Isis Anhänger Also Er hat die Gemeinde verfolgen Menschen lassen Wie willst du so ein Tyranne Eine Chance geben Der größte Der wundervolle Apostel Paulus War nichts anderes Als so ein Is-Typ Der angefangen hat Die Gemeinde Christi zu verfolgen So sieht's aus Und da war der der größte Evangelist aller Zeiten Der so viele Gemeinden gegründet hat Und das ganze Christentum entstehen hat Ich gebe keinen Terroristen Gebe ich eine Chance Niemandem Hm Ich gebe keinen Terroristen eine Chance Auch keinen Isis Anhänger Die haben es nicht verdient Siehst du Und das ist das Problem Zwischen dir und uns Das ist das Problem Wir beten für unsere Feinde Und äh Bitten den Herrn Weißt du Weißt du was das Problem Weißt du was das Problem bei euch auch ist? Dass ihr euch auch nur einfach vermehren wollt Ihr wollt nur eine Ihr wollt nur das Guck mal nein nein das ist wirklich so Ihr wollt einfach nur Dass die Menschen alle Zu Jesus finden Dass keiner mehr irgendetwas Dass keiner mehr irgendetwas An irgendetwas anderes glaubt Ja ne ist nicht Was meinst du wie die Gesellschaft hier aussehen würde Wenn sie einfach nur einen Satz von Jesus Christus praktizieren Liebe deinen Nächsten wie dich selbst Was meinst du wie die Deutschland aussehen würde Was meinst du? Als wäre das was Schlichtes Die Menschen zu Jesus zu rufen Das ist der Wahnsinn man Es ist nichts Es ist nichts Schlechtes Es ist nichts Schlechtes Aber warum willst du Das ist auch eine Art von Ja äh Du musst Sonst wirst du nicht ins Paradies kommen Oder zu Jesus finden Ja aber das ist doch die andere Sache Ich meine damit Wenn zum Beispiel du die Menschen zu Jesus rufst Und dass die Worte des Herrn Jesus Christus in deinem Herzen aufnimmst Und die Worte Nehmen wir mal an Nehmen wir mal an Gott bewahre ne Ein Isis Anhänger Ein Isis Anhänger kommt Und bringt deine Mutter und dein Vater um Gibst du ihm die Chance Gibst du ihm die Chance Du kommst auf ihn aufzuhalten Hätte ich es gemacht Nein nein du kommst und dann Er bereut es und er sagt Ich will zu Jesus dies das hin und her Ja wenn Gott ihm alles vergeben kann Dann muss ich ihm auch alles vergeben So ist das Also vergibst du ihn Ja wissen wir Das ist ja das Problem Also vergibst du auch den Attentat Wir müssen vergeben Ja Vergibst du auch diesen Attentat in Mannheim Ich hab sogar für den Attentäter gebetet Ich hab sogar für den Attentäter gebetet Ja siehste kannst du nicht raffen Wie kann man sowas vergeben Siehste da ist das Kann man solchen Menschen vergeben Ich vergebe Menschen nicht die andere Menschen Die Bibel sagt wenn jemand liebt Dann wurde ihm viel vergeben Du hast geworfen keine Liebe in dir Das ist das Problem Ein Mensch der einen Menschen nur umbringt Ist wie wenn er ein ganzes Volk Okay Ich vergebe solchen Menschen nicht Tut mir leid Vergebe ich Okay ist doch deine Sache wenn du mich vergeben Äh 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 Tausende tausende von Jesiden wurden umgebracht von ISIS Anhängern Soll ich irgendwelchen ISIS Anhängern vergeben Sag ich doch du kannst nicht überwinden Weil du den Geist Gottes nicht hast Ich hab ich hab ich glaube an Gott Nein aber du hast den Geist Ich bin ein religiöser Mensch Ich bin ein religiöser Mensch Aber auf menschliche Art und Weise Kein religiöser Mensch Du siehst den TikTok Ich bin nicht fanatisch Sagst dagegen AfD etwas Ist das ein religiöser Mensch oder was Ich mag AfD nicht Ich mag nichts was rechts ist Das ist nicht wirklich Menschlichkeit Ne Ich bin dafür dass man sich hier benimmt Normal Man soll ein normaler Mensch sein Ohne dass man niemandem weh tut Ja dann bist du ja gegen den Islam oder? Warum direkt gegen Islam Ich bin gegen niemanden Weder bin ich gegen Weder bin ich gegen dein Gegen das was du glaubst Noch gegen das was die Muslime Ja aber du kannst auch nicht gegen meine Sache sein Weil meine Sache ruf mich dazu auf Wenn morgen übermorgen Wenn morgen irgendjemand jetzt Gläubiges Vor meiner Hauste steht und sagt Ja entweder oder Hast du Schiss die Wahrheit zu sagen über den Islam Obwohl du die Wahrheit kennst Mache ich die Menschen dafür verantwortlich Du hast Schiss Mir kommt das gerade so vor Ich bin der Meinung Ich hab vor niemandem Angst Du hast Angst hast du die Wahrheit über den Islam zu sagen Nein Ich hab vor niemandem Angst Die Wahrheit über den Islam zu sagen Ich will niemals Menschen spalten Ja du willst niemals Menschen spalten Aber machst da Anti-Werbung für diese Leute da Du willst aber nicht spalten Weil die uns raus Die wollen uns raus haben Wer will dich denn raus haben? Bist du kriminell oder? Wir wollen uns alle raus haben Willst du hier die Gesetze verändern oder was? Die wollen uns raus haben Die wollen dich auch raus haben Hab ich dir gerade eine Frage gestellt Willst du das Gesetz hier verändern? Bist du multikriminell? Ich bin nicht kriminell Also Was hast du dann? Angst vor AfD? Ja das denkst du Dass die nur die Kriminellen raus haben wollen Ne? Was denkst du? Was denkst du? Mein Lieber Hast du irgendwelche Probleme mit Gesetze hier? Nein Willst du Scharia hier einsetzen? Nein Bist du für Integration? Das bezieht sich doch nicht immer alles auf den Islam, Bruder Islam ist aber das große Spektrum des Ganzen Das ist das Dieses Aber Wie sagt man Das bereitwillige Verhalten für eine Integration scheitert Ja schon mit dem Mit dem Koran Das ist das ja Der Koran ruft dir dazu auf Sich überhaupt nicht zu integrieren Sondern Genau So lange den Mund zu halten Bis man die Oberhand hat Das ist ja das Kranke Ich 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 merke du bist AfD Sympathisant Stiller AfD Sympathisant Ich glaub nichts mit AfD Ich Ich find's aber auch irgendwie nicht okay Dass auf einmal alle irgendwie so auf einen Hype gehen Damals haben wir alle rechts verabscheut Jetzt auf einmal wählen sie AfD Alter Sei schlau, wähl blau Was ist das denn Satelliten Unabhängig davon Es ist doch nicht richtig Es ist doch nicht richtig Ja AfD bedeutet ja auch nicht Guck mal Rechts Was bedeutet Rechts Alternative für Deutschland Das bedeutet Amir für Deutschland Hier Amir für Deutschland AfD Amir für Deutschland Der gute Amir für die deutsche Bevölkerung Ganz einfach Sagt Nein zum Bein Und pilgert nicht zum Stein Habt ihr gehört das ist mein Slogan Sagt Nein zum Bein und pilgert nicht zum Stein Ende aus der Diskussion Islam without lies dies So einfach ist das Ganz einfache Kiste Da müssen wir nicht viel diskutieren Das reicht mit zwei, drei Sätzen Haben wir es schon hinter uns So mein Lieber Dann ich wünsche dir Gottes Segen Möge der Herr sich deine Augen da öffnen Und das dann nicht Dausimelek bittarabe Dausimelek genau Dankeschön Gott segne dich und deine Familie Dich auch Unglaublich Hallo Hört man mich? Dankeschön Ja Hallo Amir Ich habe eine Frage Nämlich es gibt ja Es gibt ja die Es gibt ja die eben die Kirchen und die Konfession Und dann gibt es auch Freikirchler und Leute die keine Ahnung Da keiner Konfession angehören und so Und was ist davon richtig Oder kommt man nur Oder kommen alle in den Himmel Oder kommen jetzt nur orthodoxe Leute in den Himmel Oder wie ist das? Es kommen nur Kinder Gottes in den Himmel Der Herr Jesus Christus kennt nur wiedergeborene Kinder Gottes Das sagt in Johannes 3 Vers 3 Das ist der wichtigste Vers aus der Bibel Da ist dieses berühmte Gespräch mit Nicodemus Als er ihn gefragt hat Guter Meister Was müssen wir tun um das ewige Leben zu erlangen? Der Herr sagt ihr müsst von Neuem geboren werden Verstehst du aus dem Geist? Matthäus oder wo? Matthäus oder wo steht das? Johannes Kapitel 3 Vers 3 Also das mit Kirche und so Weil das habe ich mir auch schon immer so gedacht Ein Gebäude kann dich doch nicht retten mein Lieber Es ist der Herr Jesus Christus Der Retter der in diese Welt gekommen ist Dein Heiland Der rettet dich doch nicht ein Gebäude Du musst eine Beziehung zu Jesus Christus aufbauen Solange du keine Beziehung zu Jesus Christus hast Du wirst du verloren Das ist das Problem Du musst also eine lebendige Beziehung Zu deinem Herrn und Heiland aufbauen Deswegen sagt jeder der zu mir sagt Herr Herr wird ins Himmelreich eingehen Es gibt also echte Christen Und es gibt irgendwelche andere Christen Die nur hier und da Jesus Jesus sagen Das war's Die nichts mit Jesus zu tun haben Deswegen für jeden Einzelnen Der das hier hört Dass ihr euch nochmal In euch reingeht und sagt Folge ich überhaupt dem Herrn Jesus Christus Wirklich wahrhaftig Oder was mache ich hier eigentlich Versteht ihr? Jeder sollte sich das bewusst sein Ist es so Nur der Glaube rettet oder nur Wenn ich nur der Glaube rettet An den Herrn Jesus Christus Was er für dich persönlich am Kreuz getan hat Das rettet Die Kirche sagt ja Glaube und Werke Weißt du so Dass man irgendwelche Ein Wiedergeborener Ein Wiedergeborener bringt automatisch Werke Aber sein Glaube rettet ihn Stell dir vor Jemand würde die ganze Zeit sagen Ich mache ja etwas für Jesus Und dabei ist er den ganzen Tag In der Spielothek am Spielen Ist das dann ein lebendiger Glaube? Nein Natürlich Siehst du das ist also Heuchelei Ja aber ich meine Die haben ja so Sakramente Weißt du In der katholischen und orthodoxen Kirche Und auch mit der Taufe und so Ist das Stimmt es wirklich Dass man nur durch die Taufe Den Heiligen Geist kriegt Das stimmt doch nicht Nein Den Heiligen Geist empfängst du während deiner Buße Wenn du Buße getan hast Empfängst du den Heiligen Geist Das ist das Nicht durch Taufe Taufe ist nur ein symbolischer Akt Dass du mit dem Herrn Jesus Christus In den Tod eintauchst Und wieder auferstehst Zum neuen Leben Aber dein ewiges Leben Hängt davon ab Dass du Buße tust Und von neuem geboren wirst Das ist dein Das ist das Darauf beruht das Ganze Dass du wahrhaftig Von neuem geboren wirst Bist du es nicht Bist du ein Kind des Zorns Das ist das Muss ein Kind Gottes werden Kann man den dann Weil wenn man ja den Heiligen Geist hat Dann hat man ja Gott in sich so oder? Genau Gott ist dann in dir und nimmt Wohnung in dir Du sollst den Tempel Du sollst den Tempel der der Herr dir gegeben hat Nicht verunreinigen Denn der Geist Gottes lebt in dir Aber was ist wenn man dann trotzdem sündigt und schlimme Sachen macht? Du wirst immer noch sündigen Du kannst den Heiligen Geist auch dämpfen In dem du ganz komisch lebst Das geht auch Aber du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist Und am Ende der Am Ende deines Lebens gehört deine Seele dem Herrn Jesus Christus Weil du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist Du kannst nicht abfallen vom Glauben Das ist unmöglich Wenn du einmal den Herrn Jesus Christus angenommen hast Und den Heiligen Geist empfangen hast Wahrhaftig wiedergeboren bist Versiegelt mit dem Heiligen Geist Kannst du nicht verloren Das ist das Du kannst nicht verloren Der Herr Jesus Christus Ja, wenn du dich bekehrt hast Dann kannst du dich auch taufen Das ist doch kein Problem Das ist doch absolut biblisch Und was ich Weil zum Beispiel ich Ich komme aus einer orthodoxen Familie Ich bin aus Genau, meine Familie ist da Kennst du Belarus? Belarus, ja Das ist doch da bei Russland, ne? Ja, ja, das war früher Sowjetunion und so Auf jeden Fall Ich wurde halt als kleines Kind getauft Und meine Eltern Die haben so Ikonen überall hängen Und, äh Das ist doch heftig Ist das eigentlich falsch? Weil ich hab mir immer so gedacht Soll man wissen, wie die aussehen? Weißt du? Ja, so sieht's aus Also Hinter jedem Götzen versteckt sich ja der Satan Und diese Ikonenverehrung Und diese Heiligenverehrung Sowas finden wir ja nicht in der Bibel Wir sollten uns an dem Wort Gottes ja richten Das Wort Gottes ist unser Kompass Und nicht irgendwas anderes Die Worte des Herrn Jesus Christus Sollten für uns maßgebend sein Und nicht irgendwie X, Y, Z hat irgendwas gesagt Und das müssen wir machen Nein, das Wort Gottes ist dein Maßstab Für alles Aber meine Eltern zum Beispiel Oder allgemein Meine Oma und so Die waren alle so ganz streng orthodox Und haben so auf Kopftuch getragen Also dieses War das schön und gut Ja Alles schön und gut Aber haben sie einen lebendigen Glauben an Jesus Christus gehabt? Das ist das Problem Waren sie wirklich wiedergeboren? Oder was waren sie denn? Ja Wenn sie sich anscheinend Die Konen da zu verehren Und Heilige anzubeten Das ist heftig Muss man nochmal in sich reingehen Ob Nachschauen in der Bibel Ob sowas auch noch biblisch ist Das ist das Ja, also kann man Orthodoxe Aber trotzdem Eine Beziehung mit Jesus Christus führen Und kommt man dann Wird man dann trotzdem errettet? Oder wie? Das ist schon ein komischer Komischer Eine komische Sache Wenn jemand schon sagt Ich bin Orthodox Wenn jemand wirklich Ein Kind Gottes ist Da sagt er auch Ich bin ein Kind Gottes Und er will nicht irgendwelche Denominationen Warte mal Ich muss mal hier irgendein Schiptal stummen Weil er mir zu viel Kamelohin hier äußert Eigentlich müssten wir alle Christen sagen Alle Katholiken Alle Evangelikale Alle Orthodoxe Die müssten eigentlich sagen Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes Ganz einfach Wir sind Kinder Gottes Deswegen sagt der Herr Denen gab er das Anrecht Sich Kinder Gottes zu nennen Die ihn aufnahmen Verstehst du? Wir müssen Kinder Gottes werden Ja, weil Ich Das frage ich mich auch immer so Mit Mit der Heiligenverehrung Zum Beispiel Das Ave Maria Ich kann das auswendig Ich hab das früher Als kleiner Junge Immer mit meiner Oma In der Kirche gebetet Ich kann es auch auf Russisch Und Ist das richtig so? Weil Sagt man Betet man zu Maria Oder bittet man sie Dass sie für ein Bitte Weil das habe ich nie so ganz verstanden Fürbitte bei Maria Finden wir auch nicht in der Bibel Denn in 1. Demotheus Kapitel 2 Vers 5 steht ja Es gibt nur ein Mittler zwischen uns und Gott Und das ist Jesus Christus Und da wird nicht Maria erwähnt Oder irgendein Heiliger Sondern Jesus Christus Ist der Mittler zwischen uns und Gott dem Vater Aber ich kann doch auch sagen Ja, bete bitte für mich Ich hab gerade Absoluter Götzendienst Du musst davon wegkommen Mit Maria Verehrung Maria Anbetung Und sowas Ne, aber ich meine halt so Menschen Zum Beispiel wenn ich jetzt so mein Besten Freund sagt so Ja, bitte Mir gehts grad nicht so gut Dann soll er für dich Beim Herrn bitten Oder für dich beten Ist doch kein Problem Aber warum soll er zu Maria Auch noch da beten Und sagen Oh, liebste Maria Bete mal bitte da Um zum Herrn Und sowas Nein Der einzige Mittler ist Jesus Christus Das war's Aber es sind ja eigentlich 90% oder noch mehr von den Christen Die sind ja dann nicht wiedergeboren, oder? So sieht's aus Denn breit ist der Weg in die ewige Verdammnis Und viele befinden sich drauf Und schmal nur für diejenigen Für ein paar wenige, die auf ihm wandern Deswegen sage ich Er kommt aus dieser breiten Masse heraus Und vertraue dem Herrn Jesus Christus voll und ganz So ist das Und wie mach ich das? Wenn du in die Kirchen gehst und die fragst Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Die würden sagen, nee, Jesus ist nur der Sohn Gottes Glaub mir Die breite Masse würden das alle sagen, du bist nur der Sohn Gottes Die haben sich nie damit beschäftigt Das ist das Problem Die wissen ja noch nicht mal an was die glauben Das ist ja der Wahnsinn Ja, das wollte ich dich auch fragen Was ist eigentlich die richtige Trinität? Weil jeder hat doch eine komplett andere Trinität, oder? Ja, die der katholischen Kirche ist die echte Trinität Die der katholischen Kirche Das ist die wirkliche Trinität Dass Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist Sich dieses eine Wesen teilen Die sind gleich ewig Und gleich mächtig Und gleich im Willen Alle denselben Willen Also hat der Sohn Hat er schon vor der Menschheit existiert? Ja, natürlich, klar Aber halt als Geistwesen Den Sohn Gottes findest du auch in Sprüche Kapitel 30 Vers 4 Im Sohn Gottes Das ist Sprüche Altes Testament, oder was? Altes Testament, natürlich Ja Herr Amir, aber das habe ich mich auch immer gefragt In der Bibel stehen ja Briefe In der Bibel stehen ja Briefe Und die Briefe, die sind ja von Paulus geschrieben Also glauben wir Also wir glauben nicht direkt so, dass die Bibel von oben von Gott mit Füller und so geschrieben wurde oder wie Das ist das inspirierte Wort Gottes Inspiriert vom Heiligen Geist Dass die Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes diese Worte aufgeschrieben haben So ist das Also und im Alten Testament Da ist auch inspiriert vom Heiligen Geist Natürlich, der Heilige Geist war auch schon dort präsent Bei David, bei Jesaja, überall Der Heilige Geist war immer schon da Auch im ersten Buch Mose beim Schöpfungsbericht Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser Der Heilige Geist war immer schon da Immer Und der Vater, was hat der für einen Einfluss auf uns Menschen? Weil bis jetzt kam ja der Sohn und der Heilige Geist auf die Welt, oder? Und der Vater war noch nicht da, oder so, oder wie? Der Vater ist in der Heiligkeit geblieben Er lebt in einem unzugänglichen Licht, wo keiner hinkommt Der Sohn hat uns Kunde gegeben, übrigens So sagt die Bibel Aber warum tut denn Gott dann uns Menschen oder so viele Menschen erschaffen Obwohl er weiß, dass sie am Ende in die Hölle kommen? Warum macht er das? Ja, das Problem ist, der Herr liebt ja die Menschen und lässt ihnen die freie Wahl Das ist ja der freie Wille Und du kannst ja die Menschen dazu nicht zwingen Stell dir mal vor, du hast eine Freundin und du zwingst sie, dich zu lieben Was ist das denn für eine Liebe dann? Verstehst du? Warte, ich muss kurz So Und was sind die Juden dann? Sind die Juden immer noch, kommen die auch trotzdem in den Himmel? Nein, oder? Weil sie glauben ja nicht an Jesus Sie ist verworfen, genau Und was mit den Menschen die ganzen Jahre bevor der Menschen so entkamen passiert? Was mit denen passiert? Die Menschen werden nach ihren Werken beurteilt, aber auch der Herr hat ja auch dafür gesorgt, dass die Menschen auch Tieropfer bringen Dort wurde auch durch Tieropfer Vergebung erlangt und der Herr Jesus Christus ist das perfekte Opferlamm Er hat alle Menschen, die das für sich beanspruchen gestorben und auferstanden Er bringt das perfekte Opfer mit Das perfekte Opferlamm und Schulzlamm Also musste man vor so 2000, 3000 Jahren Er hat immer Opfer gebracht werden, dass die Tiere geopfert werden So wie bei Azteken oder wie? Nein, Azteken haben Menschenopfer verlangt Der Herr hat aber keine Menschenopfer verlangt Tiere wurden geopfert Doch, hat er doch den Sohn von Abraham, oder? Also allgemein diese Geschichte habe ich eh noch nicht Das war ja ein Test Das war ja ein Test, den der Herr Abraham ja bestanden hat Der Herr ist ja eingegriffen und hat gesagt, mach das nicht Verstehst du, das war ja, weil der Abraham seinen Sohn nicht verschont hat, so wird Gott seinen Sohn nicht verschonen Verstehst du? Das ist ja Symbolik dahinter Der Herr macht ja nicht einfach so eine Geschichte da rein Genauso wie mit der Geschichte mit Moses, dem Lamm und den Türpfosten da, wo das Blut des Lammes ist Da wird der Zorn Gottes an dem Menschen vorbeigehen Verstehst du? Ja Und genau diese Symbolik steckt dahinter Wenn du das Blut des Lammes für dich beanspruchst, so wird der Zorn Gottes am Tage des jüngsten Gerichts an dir vorbeigehen So wirst du gerettet werden Verstehst du die Symbolik dahinter? Da meinst du, Gott ist ein Idiot und tut einfach irgendwelche Geschichten da rein, ohne dahinter etwas noch weitsichtiger als wir zu denken Nein, das ist doch nicht Genial Wir haben es hier zu tun mit dem Allerhöchsten Da sind wir kleine, mickrige Arme, nicht mal Staubkorn sind wir Aber was passiert mit dem Menschen? Zum Beispiel, es gibt ja immer noch so, keine Ahnung, so Ureinwohner irgendwo, die haben ja gar nichts Die müssen nach Gott rufen und der Herr wird sich ihnen auch zeigen Ganz einfach Aber die rufen ja nach der Sonne oder so Die brauchen einfach nur zu sagen, der Apostel Paulus sagt uns doch Denn uns beweist die Schöpfung, dass es einen genialen Schöpfer gibt Da hat der Mensch auch gar keine Ausrede am Tag des jüngsten Gerichts Verstehst du? Achso, wenn man halt so guckt Du brauchst einfach nur sagen, Gott, der du das geschaffen hast, wer bist du, zeig dich mir Meinst du, die meisten Leute sind alle zufrieden mit ihren Religionen und alles mögliche Keiner von denen fragt nach Gott Weil die da ja alle reingeboren sind So sieht es aus, fühlen sich alle pudelwohl in ihren Religionen Meine Religion ist die richtige Meine Religion ist die beste Meine Religion ist die vorzüglichste So sind sie alle Aber kann es nicht auch sein, dass diese ganzen Religionen einfach so einen Zusammenhang haben Nämlich von verschiedenen Orten Religionen sind von Widersachern Ich habe nichts zu tun mit dem wahrhaftigen Gott Denn der wahrhaftige Gott wollte nie eine Religion gründen Sondern Menschen zur Buße aufzurufen Sünder zur Buße aufzurufen Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen Sondern diejenigen, die sich für ungerecht halten und Sünder Wenn du also ein Sünder bist Hast du die Schuld, die du tilgen solltest Bei Jesus Christus abzulegen Und er tilgt deine Schuld Also ist das ganze Prinzip Vatikan, Kirche und so Das alles ist gar nicht nach Gottes Plan Es macht das Konstrukt Nein Aber was passiert Weil die glauben ja Oder wir, meine Eltern auch Die glauben ja, dass der Papst Der Der Gesamt Der Herr Sagt ja Nennt niemanden Vater auf Erden Und so siehst du ja, dass der Papstlicher Vater auf Erden nennt Und nennt Da fängt das jetzt an Martin Luther zum Beispiel Der hat doch auch Der war doch auch so ein guter, wiedergeborener Christ, oder? Oder nicht? Der war kein guter, wiedergeborener Christ Das war ein Hardcore-Mörder, der Martin Luther Guck dir mal bitte die Dokumentation an Martin Luther einmal ganz anders Das ist heftig, was der alles getan hat Der hat also die wahren, wiedergeborenen Christen Hat der verfolgen lassen Und edern und redern lassen, der Typ Unglaub Echt? Aber ich dachte, er hätte halt so gesagt Ja, es soll keiner zwischen Gott und den Menschen stehen Und das nur der Glaube tut Guck dir diese Dokumentation an Und dann wirst du sehen, was ich meine Machs gut, mein lieber Gott segne mich schon deine Familie Ich habe eine Frage an dich Ich bin Christ und ich sehe jemand in deinen Videos Und wo du sagst doch Muslime beten Allah Schienbein an Sahil al-Bukhari Ich habe das einmal einem Muslim gesagt Und der hat gesagt Die zählen das nicht, Sahil al-Bukhari Das zählen die nicht Kannst du mir das erklären? Wie das zählen die nicht? Also die sagen, das ist... Kann ich dir das erklären? Das ist nicht von Allah, das ist nur von einem Prophet Und die sagen, die zählen das nicht mit, weißt du? Das ist nur von einem Prophet, das ist ihr Vorbild, der ihnen das sagt Ja, ich habe es dir das gesagt Ja, ich habe es dir das gesagt In der Hindu, 53 Vers 1 sagt der Allah, dass der Prophet niemals aus sich selbst redet Sondern nur das ein, das wiedergibt, was er eingegeben bekommt von Allah Ja, ich habe es dir das gesagt Wenn du 68 Vers 42 erklärt, dann erklärt dir das doch in den Hadithen Diese Muslime, die so sind, die schämen sich für den Hadith Ja, genau Und ich habe dann mit einem Muslim geredet Da hat mir auf Englisch diese Verse gezeigt und gab nur den halben vers mir gezeigt den ganzen vers hatte nicht mal gezeigt und das war noch auf englisch muss also schlau sein muss immer gucken was wir wieder zeigen wir sind nämlich sehr sehr betrügerisch unterwegs ja die lügen über ihr gott die schämen sich einfach von ihr gott ja so sieht aus ok bruder ich lasse dich in gottes segen heute sehen mein lieber ja was oft ja das fliegende schienen low kicks mal bitte kurz pause ja ich bin gerade live ich wollte ganz was fragen hast du mich hören an mir ja mein lieber gott sich ja gott sich auch deine familie ich habe eine kurze frage ich war früher katholik damit ich vor ein paar jahren aus der kirche ausgetreten und dann kennst du bestimmt den tablos habe ich mir das ein bisschen angeguckt aber auch deines streams immer und dann fand ich das eigentlich eine tolle sache mit den wiedergeborenen christen und ich glaube ja auch an jesus christus durch kam mit dem katholizismus nicht so gut zurecht und die sache ist aber die ich wohne in belgien aber ich bin deutscher und da muss man ja auch von neuem geboren werden also getauft werden und der geiste gotte neu geboren werden die taufe ist ja nicht deine wiedergeburt wie kann ich das denn jetzt verstehen du musst buße tun vor dem herrn jesus christ du musst deine schuld vor ihm bereuen habe ich ja gemacht mit pavlo sogar hast du den heiligen geist empfang und bis auf den weg zum ewigen aus brauche ich diese taufe gar nicht machen die taufe wenn du die möglichkeit hast dich taufen zu lassen dann lass dich taufen aber das ist ja schwer weil da wo ich wohne ist die sind alle katholisch und dann such dir irgendeinen bruder in deiner nähe der das für dich macht das ist überhaupt kein problem der tauft dich auf den jahren des vaters des sohnes und des belgien nur in in düsseldorf eventuell das wäre auch machbar weil ich wohne der nähe von aachen also in belgien aber vielleicht also zehn kilometer von aachen entfernen direkt hinter der grenze wund ja was meinst du kann kann ich nicht es gibt ja eine evangelische gemeinde nach guten gemeinden irgendwo gibt es bestimmte gemeinden gibt es eine evangelische gemeinde die auch freie christen akzeptieren meinst du das wäre eine lösung dann musst du selber mal gucken du musst die geister auch prüfen ob sie aus gott sind aber da sind so einige vertreten da sind so freie christen drin und auch wiedergeborene christen ja wie gesagt nicht einfach so mir nichts hier nichts alles überstürzen sondern wirklich prüfen und guckst du an was sie überhaupt glauben ok ja gut wenn jetzt in dieser evangelischen gemeinde wiedergeborene christen auch drin sind weil so habe ich das gelesen dass das was die so ein spektrum sind vom evangelischen acker sagen die schreiben die dann ginge das doch oder ich habe die frage nicht verstanden entschuldigung noch mal gibt es gibt eine minderheit die zählen sich aber zu den evangelischen christen da sind die evangelischen drin also die protestanten aber auch wiedergeborene christen und auch noch irgendeine freien christen nennen die sich die sind da alle drin vertreten vielleicht kann ich ja da jemanden finden der das machen kann wie gesagt auch was für ein label die besitzen das ist für die spielt gar keine rolle es ist wichtig was da drin ist nicht was da außen drauf steht sondern an was die da glauben das ist das wichtig natürlich also ich bin ich als wiedergeborener christen es ist wichtig an was glauben das ist das wichtig ja gut da mach ich mich noch mal schlau und sonst melde ich mich noch mal ja ok alles klar gott segne dich gott segne dich danke ich hab drei fragen aber bitte nicht rauskicken ok ok tschüss nein 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 ok ok wann willst du dein shisha bar aufmachen bitte ich dachte jetzt wird es wenigstens nein nein bitte nicht rauskicken ich danke dir von ganzen herzen existiert denn astralreise ja ihr könnt eine astralreise zu meinem ort machen zu dr scherabu amir land ihr könnt zu meinem land euch hin transformieren machen astralreise zu dr scherabu amir komm mal her setz dich mal hin mein lieber meine liebe dann machen wir eine astralreise bei dr scherabu amir alles wird gut alles wird gut kennst du so ich ruf dich ruf den blauen wagen alles wird gut komm her dr scherabu amir ich bin wirklich hier ehrlich hallo mein kleiner völlig wahnsinnig jetzt siehst du noch astralreise was habt ihr denn mit dieser astralreise komm mal weg von astralreise und komm mal zur wahren reise und zwar deine reise zu jesus christus ey unglaublich ey kommt ihr mit astralreise die welt ist am untergehen und die kommt mit astralreisen die welt ist am brennen und die kommt mit astralreisen sehr gut so muss das immer sein immer mit astralreise komm und die welt ist am kaputt gehen immer so muss das sein ich weiß nicht nur so hält man das hier aus ich bin in andere dimensionen gewesen sehr gut in der menschen unglaublich an beliebe und reisen mit rakete ja genau komm und reise mit der rakete amir mit astralreise amir mit der astralreise mit der astralreise so noch ein moment da so was ist denn die los ja da geht die straße rüber hier hin hallo dicki links hallo hi bin mal wieder oben alles gut ja alles gut bist du jetzt zu fuß unterwegs oder was machst du ja ich bin jetzt als rollrat auf den straßen unterwegs genau cool ich habe mich schon die ganze zeit gewundert warum du so navigationsansagen gekriegt hast zwischendurch hat man eine kopfstutze gesehen neben dir oder hinter dir der moss hat verpasst mir noch viele ansagen ja du das ist in ordnung alles gut man muss ja nicht wissen wo du bist bei den ganzen vögeln die unterwegs sind ich bin in buchserude ich gehe jetzt in mein kopf mit einer black ja ist cool sag mal meinst du nicht das wäre ein gutes argument wenn man demjenigen dann sagt wenn einer so unsicher ist dass er irgendwie meint ja das und so und so und so von wegen der schöpfer ist in der in der dna ja natürlich ist das ein gutes argument wenn man das auch auf diese art und weise beweisen kann dann gibt es da kein ich sehe da kein problem da das zu benutzen wenn man das so wissenschaftler eindeutig bestätigt ja ja richtig also ich glaube nicht dass da eine lüge dran ist weil das kam das war ein israelischer wissenschaftler der das rausgefunden hat ja genau die leute können das ja auch nachprüfen also so ist das ja nicht ich hätte das video selber gemacht von diesen wissenschaftler der jüdischen wissenschaftler ja das ist ja auch so dass es die frage immer alle wie aber warum denn die bieb und so das ist ja alles die bibel ist ja in sich ja schon rund das ist ja so irre ja ja was weißt du das eigentlich mit dem geburtzeitpunkt von jesus christus also die römer haben irgendwann mal über die palmyra gesiegt und weil der eine römische kaiser sich so an dieser ehemaligen königin der xenobia wohl erfreut hat hat dafür den 25 dezember die saturnalien festgelegt und saturnalien sind festivitäten zu ehren von solen victus das ist der teufel solen victus ist auch der sonnengott der namensgeber für den sonntag ist und so wie ich mir das jetzt zusammen gereimt habe ist es so dass der konstantin gemerkt hat dass er die christen nicht kaputt gekriegt hat weil die sind ja singend sind sind die leute und die frauen und die kinder und die männer im kolosseum zu den löwen gegangen und das hat das normale volk so verwirrt dass er sich was einfallen lassen musste also hat er einfach das christentum übernommen und hat das als erst gleich erstmal den samstag auf den sonntag verlegt damit alle gleichzeitig in den tempel gehen damit die tempeldiener immer noch erarbeitet haben ja irgendwie ist die verbindung katastrophal du hast es wie natürlich ist es etwas dafür alles z Ja, danke. Ja, danke, danke, danke. Oh, der Prophet Mohammed wusste es schon. Oh ja, er wusste es. Hey, 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 hey. Drin ist es nur nicht mit dir. Ich kann nicht und trinke. Hey, 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 hey. Es zieht aus deinem Mund wie wüssige Gold. Ja, das wüssige Gold. Von San Sufiid Mohammed. Al-Bukhari. Von 680? Amir, ich wollte das Thema nochmal mit den Jesiden nochmal aufmachen. Das Ding ist, der hatte auf jeden Fall Angst. Du weißt, ich war selber Jeside. Meine Eltern haben mich immer klein gemacht. Die haben immer zu mir gesagt, wenn du ein Muslim siehst oder so, sag niemals das, dies und das und das. Weil viele Jesiden haben Angst, weißt du? Ja, ich weiß. Traurig, traurig, traurig. Die können nicht am Mund aufmachen, weil du weißt ja, die haben so viel Leid erlebt. Und die wollen jetzt nicht auch, dass Deutschland nochmal so wird wie Irland. Ja, aber das wird ja sowieso dazu kommen, ob die jetzt das, ja, also... Und was ist das Problem, Armee? Die verstehen es halt nicht. Deswegen verstehen die auch nicht, dass die AfD zum Beispiel sich wehren wollen, ne? Das ist ja nicht wie Irak, dass ich einfach eine Partei zum Beispiel wehre, weißt du? Deutschland haben wir eine Demokratie, da können sich auch Leute halt wehren, ne? Ihre eigene Meinung, wenn die AfD halt, die haben Angst, die haben selber Kinder, weißt du? Die wollen nicht, dass das wie unsere Länder am Ende landet, weißt du? Deswegen habe ich ja gesagt, dann braucht man sich doch nicht zu wundern, dass es solche Parteien gibt, wie zum Beispiel AfD, die dem Islam Einhalt gebieten wollen, ne? Weil die genau verstanden haben, was der Islam in Deutschland versucht oder verursachen möchte, ne? Da steht halt, dass wir AfD-Sympathisanten sind. Also, wir haben keine Partei, die einzige Partei, die wir haben, ist unser Herr Jesus Christus. Der lenkt alles, was in Europa passiert. Amen, ja. Ja, so sieht's aus, ne? Der Herr entscheidet hier, was abgeht. Sollte AfD an die Macht kommen, werden wir uns der AfD unterordnen, egal, wer an die Macht kommt. Wir Christen haben ja nichts zu tun mit Religion, äh, mit Religion oder sowieso, aber auch mit weltlichen Instanzen, wie Parteien wählen oder was auch immer. Das liegt ja alles in der Hand, ist Herr. Ich bin doch wirklich, dass jeder Jeside halt die Augen aufmacht, ne? Weil der weiße Jesiden, ein sehr friedvolles Volk, aber die haben einen sehr großen Stolz, weißt du? Das ist das Problem bei denen. Ja, aber sie kommen ja nicht auf den Gedanken, dich zu ihrer Religion zu zwingen, das gibt's ja nicht. Ja, sehr, sehr schade. Okay, mein Lieber. Okay, mein Lieber. Ciao. Sahi al-Mokkari, 5686, islamische Weisheiten. Hallo? Hallo? Ey, Bro, was geht, Junge? Boah, ich denke, da ist eine Ex-Mas-Person, ich habe einen Gehalte, ich rede mit dem Konzept. Äh, ich habe dich einmal... Ich habe dich einmal...